versetzt wird ja das ist eine sehr tragische sache und eine schweigeminute was für ein blödsinn erzählst du da mal lieber gedanken um deine ewigkeit bevor du die noch mit satan in der hölle verbringen wirst du bist muslima handel ich bin muslima seht ihr das ist eine muslima schaut euch das mal bitte an die gehört zum wahren strom des islams zu euro-shishismus guck mal diese richtige euro-shish-muslim bestes beispiel guck mal weder kopftuch geschminkt gezuffte augenbrauen zeigt ihre aura und sagt handel ich bin muslim schaut euch was sagen ich kann eine bessere muslimin sein als du wenn du hier urteilst es ist meine sache es ist mein vielleicht fühle ich mich nicht bereit vielleicht erlauben jetzt meine eltern nicht woher willst du das ist wichtiger als allah und sein gesandter hallo hört ihr mich könnt ihr mich hören ja auf jeden fall ihr kennt ja noch dieses eine mädchen das damals mit 15 jahren ein emmi sser in einen polizisten reingehämmert hat der am bahnhof da stand unfassbar ich glaube in köln bonn war das oder was ne das ist so unglaublich unglaublich tragisch ne ja und dann hat die sich natürlich vergiften lassen mit koran und zunder und genau das ist dann daraus geworden das passiert wenn koran und zunder in deinen kopf kommen ja genau knospen jetzt nach weiter so ungebildeter typ ja kein wunder dass du zum islam gehörst kein wunder dass du zum islam gehörst kein wunder aber dass sein prophet ein sechsjähriges kind geheiratet hat das noch nicht die pubertät erreicht hat und sie auch noch berührt hat das macht ihnen überhaupt nichts aus das ist so traurig traurig sie hat natürlich ihre menstruation das ist ein wahrer prophet das ist ein wahrer prophet der ein sechsjähriges kind heiratet ein wahrhaftiger prophet sehr schön das machst du gut next level mindset ich wünsche du hättest wenigstens ein bisschen mindset du hättest wenigstens kameln urin set ja toll heute getränke reduziert ja heute getränke reduziert ja heute getränke reduziert ja hallo 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 kannst du dich hören ja ich kann dich hören Gott segne dich und deine Familie nochmal bitte ich habe gesagt Gott segne dich und deine Familie ja ich kann dich hören dankeschön ähm kannst du arabisch reden ne leider nicht schade ach schade äh wo kann ich diese Video sehen wie meinst du wo kann ich Video sehen den Teufel und die Toilette ich will gerne sehen und meine muslimischen Freundinnen zeige das kannst du bei YouTube sehen wie der Scheer das so erklärt ne den Hadith ja ja weil guck mal ich bin Jesu ne und unsere Kurden sind auch halt muslim geworden wegen Mohammed und so weiter alles und die glauben so fest an Mohammed und Koran und so weiter und ich sag immer so es gibt wenn ich kochen will dann gehe ich eine Kochbuch suche oder irgendetwas und beim Sex sag ich mal Sona wenn ich Sex haben will dann gehe ich zu Koran weil im Koran ist alles Sex 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 wirklich guck mal im Koran das ist ein Sex Buch verstehst du ja ja hier erklär das diesem Muslim guck mal der ist jetzt Muslim sein Buch sagt er das schönste Buch sagt er guck mal hast du gehört Next Level Mindset dein Buch ist dein Buch ist es bringt muslimische Leute halt äh so Sex und nichts mehr anders weil der der Mohammed war halt einfach nur am Sex beschäftigt und Frauen und Muschi und Po äh wirklich er war nur am sowas beschäftigt nicht anders ja er hat eine Runde gemacht abends bei seinen Frauen und seine Leute haben das alles aufgeschrieben und er hatte elf Frauen er hat also elf Frauen an einem Abend so Dings gemacht da hat er sich einmal gewaschen einmal eine Ganzkörperwaschung heftig weißt du wirklich ich das überrascht mich wenn immer Leute sagen hey Koran ist wirklich ich sag nur so Koran ist so Beispiel ich kann nicht kochen ich geh ein Buch kaufen das zu kochen gehört und wenn ich Koran lese das Koran gehört nur zu Sex Koran eh Mohammed hat mit diesem Sex gemacht ja siehste jetzt ist er rausgegangen du hast ihn vergrault hey 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 du musst dich sagen ne ne und auch der sagt auch wenn ihr stirbt dann geht ihr zu äh 72 noch Frauen also der ist nur beschäftigt mit Frauensex genau let's talk about that baby let's talk about you and me let's talk about all the girls und weißt du noch äh also weißt du warum die Frauen tragen Kopftuch komplett also die mussten komplett sich verstecken nur wegen Mohammed weil Mohammed konnte nicht mehr also der wollte immer jede Frau sehen und ficken direkt und sofort ey ey nicht so was sagen sondern ok ich weiß nicht wie ich sage ich sag nur wie ich kenne halt mal ja sag immer S-E-X wie wie nochmal S-E-X S-E-X S-I-X S-E-X ok äh die wollen nur sowas oder sag DINGI DINGI sag DINGI DINGI ok dann sag ich so ok sag immer DINGI DINGI egal welche Frau der sah die wollte nur DINGI DINGI machen nur 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 und dann sagt er ich kann nicht mehr ich hab so viele Frauen ich kann nicht mehr ihr soll euch verstecken dass ich euch nicht mehr DINGI DINGI mache und deshalb jede Frau jede mit Kopftuch die verstecken sich nur für Mohammed für ihre selber äh religiös Mohammed dass er DINGI 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 machen genau immer verstecken vor DINGI DINGI ja und die verstecken nicht vor Männern die verstecken nur vor Mohammed verstehst du ja 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 warte mal ganz kurz oh das hätte jetzt voll heiß gelaufen ich mag dich sehr sehr wirklich ich mag dich ich wollte dich auch jedes Mal jeden Tag und komm bitte immer leicht weil du redest so gut du sagst Wahrheit dass du kein kurdisch kannst und jeder soll dich hören schade dass du kein kurdisch kannst schade 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 weil es es gibt so viele kurden Du musst Kurdi Kurmanji lernen, oder? Du musst Kurmanji lernen, oder? Du musst Kurmanji lernen! Du musst wirklich Kurmanji lernen, dass du auch unsere kurdische Muslime... unsere kurdische Muslime halt... einfach sagen, das ist falsche Religion, das ist nur Sex-Religion, das ist nur Lügen-Religion, das ist nur Deep-Religion. Mehr nichts! Ja, ich wünschte, sie würden sich einmal kritisch damit auseinandersetzen. Was ist das denn? Du wurdest entfernt. Ja, siehst du, das passiert, wenn man zu viele solche Wörter sagt, ne? Kriegst du direkt... Ähm... Gott segne dich und deine Familie, Amir. Hä? Gott segne dich und deine Familie, Amir. Ich auch, mein lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich will dir was zeigen. Geh mal bitte bei Handi in seinen TikTok-Account. Ich war mit diesem Lieben zum Haschisch da live. Da hab ich dir mal ausgefragt. 65 Vers 4. Das haben die veröffentlicht, die Spaßsitz. Und was haben die gesagt? Du lachst dich tot, du lachst dich tot. Du lachst dich tot. Du lachst dich tot, du lachst 409, du lachst dich das vorlesen und sagt, ja, man kann Babys heiraten. Ja, man kann. welches video denn das erste müsste das eingestreckt sein weil das eben gepostet das ist eine prophezeiung was wir jetzt sehen und die liebe zum haschisch ist da vorne drauf weiß ich und liebe zum haschisch also francesco und der das lady she breached sie das nicht ist das erste video sein es wurde eben gepostet gestern abend noch vielleicht das war so lustig du kannst du dich vorstellen ich bin reingegangen zu dem der labert die ganze zeit irgendwas mit frauen feindlich ist die bibel ich geht zu dem rhein 16 was denn mit zur vier fest 34 ist das nicht frauen feindlich hat er nein nein man soll ja nur mit einem kleinen stock die vor schlagen jetzt damit zu tun sei zu dem was hat ist das frauen feindlich ja oder nein aber ist keine stock sagt doch bei armi in seinen videos habe ich doch gesehen was für stöcke die nehmen heftig und ich habe das auch gar keinen sinn die sagen die sagen ja dann ja die frau soll dann ein raum gehen wenn die widerspenstig ist und ein raum und dann soll sie sich dann schlagen lassen von ihrem mann ja welche frau macht das denn wenn sie doch widerspenstig ist da gibt doch keinen sinn so sieht es aus was das für ein quatsch was die da erzählen naja die frau sagt dann ja ja komm ich geh mir ins schlafzimmer kurz mal stock in kopf schlagen ja der song dazu ist eine manchmal aber nur manchmal haben frauen gerne hauen gerne haue gerne hauen gerne ich sag dir dass diese leute den diese leute vor schickt der hat hier oben weiß ich was da los ist keine ahnung ja du hast dieses jetzt nicht gesehen. Er sagt ja dann, ganz am Ende sagt er im Video, ja, Imam Baadi sagt, man kann das Kind verheiratet, wenn es im Bauch ist, aber erst wenn sie die körperliche Reife erreicht hat, kann das Kind dann zum Mann gehen, also zu dem Ehemann. Ja, dann, warum wurde dann Aisha zu Mohammed gebracht? Die war auch körperlich nicht reif. Ja, das macht die Realität nicht so. Was weder die Information erreicht, noch war sie körperlich reif. Das sagt uns auch Ibn Hajjad al-Asqalani in seinem Fatal-Bad. In der Realität macht es ja auch keinen Sinn, weil ein paar Sätze vorher sagt, Ibn K4 sagt ja, die muss nicht die Menstruation erreichen. Wie soll eine Frau, die nicht die Menstruation erreicht hat, körperlich reif sein? Das ist das ja, ne? Füge 65 Vers 4 legitimiert den Muslim, ein frühpupertäres Kind zu heiraten. Das weiß der Next Level, der weiß das ganz genau, dass seine Religion eine Pädoreligion ist. Vielleicht kann er das ja erklären. Gott batet Fuß im Blut? Ja, dein Gott batet richtig gut, das tut es mir. Guck mal, was ist das? Oh Mann, was ist ein Übeltäter laut Suche 3? Was ist das? Dass der Herr sein Gericht über Gottlose bringt, das macht ihm gar nichts aus. Aber dass sein Allah auf einmal loszieht und die Befehle gibt, damit... Siehst du jetzt auch da wieder? Ist so traf. In Suche 34 Vers 25 ist Allah ein Übeltäter. Das sagt doch schon alles aus. Er ist ein Sünder. Ja, der Allah verlangt doch, dass man alles und jeden vor die Wahl stellt in Suche 9 Vers 5. Was ist denn der Name? Ich fand am besten Suche 34 Vers 25. Dann hat er sich selber geoutet als Sünder. Ja, Allah sind die ganze Zeit von morgens bis abends. Da sagt er, da sagt er, ihr fragt mich nicht nach meinen Übeltaten, ich werde euch auch nicht nach eure Übeltaten ertragen. Sagen Sie mal Dinge. Ja, echt Wahnsinn. Du bist ein King, du bist ein King, Mann. Neben Gott bist du der einer meiner besten Menschen, die ich kenne. Du bist ein richtig guter Mann. Nein, ich hoffe. Nein, ich sage ehrlich, also ich kenne einen Jungen zum Beispiel, das ist ein richtig guter Junge von mir, ist ein Moslem zum Beispiel auch, aber der Bruder, der ist... Ich merke langsam, das was du gesagt hast, wenn man sich mehr mit dieser Religion auseinandersetzt, die werden immer böser. Der hat... Hey, die waren draußen mit dem, wir sind... Ja, okay, ich finde es okay, ist nicht gut für die Religion, die ich auch habe, so das mit den Mädels und alles draußen, trinken und etc. Aber, ich benehme mich. Hey, der Junge, der sagt zu einem Mädchen, hey, hier 5 Euro, So, ich nehme mal den, den PNN den Mund von mein Kollege und vor allen Leuten, das war peinlich, ich habe, ich habe den angeguckt vor den ganzen Leuten, wir haben den einen Paar Fäuste gegeben, so hey, benimm dich, das geht nicht. Ich glaube nicht. Also, und der will, dass ich so in dem Weg auch dahingehe, aber ich merke schon langsam, das geht nicht. Das ist schwierig, das ist schwierig. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Was denn? Armin, bin ich raus? Armin, bin ich raus? Ich dachte, ich hätte nicht mehr rausgeflogen. Nee, 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 alles klar, dann Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Dich auch, bitte guck dir das Video an, vielleicht findest du es dann auch. Okay, alles klar, ciao. Ciao, ciao. Armin, merkst du irgendwas? Nee. Ich hoffe, dass du irgendwann mal was merkst, dass der Allah wie so ein alter Mann auf dem Thron sitzt und unter seinen Thron einfach so Spermien rausgeschossen kommt. Der ist dann der Mr. Jigsaw. Kennst du? Mr. Jigsaw. Das kannst du ja mal nachlesen im Buch von Imam al-Hakim. Das kannst du dann mal gerne nachlesen, aber ich weiß ja, dass du so bist, dass du das niemals nachlesen wirst. Dann hast du ja das Problem bei dir. Heil Gott segne dich, Bruder Amir. Gott segne dich und deine Familie. Ich hab gestern ein Hadith gefunden, da geht's darum, dass Mohammed, der wurde sauer, weil ein Muslim, als er im Sterben lag, also da stand geschrieben, der einzige Besitz des Muslims waren sechs Sklaven und er hat den Sklaven gesagt, wenn er stirbt, dann sind die frei. Und Mohammed, der hat davon mitbekommen und der wurde sauer deswegen. Und der hat dann noch gesagt, ich denke daran, das Totengebet nicht für ihn zu verrichten, einfach nur, weil er sechs Sklaven auf einmal frei lässt. Ja, nicht nur das, der bespätzt für andere. Und dann hat Mohammed die sechs Sklaven zu sich gerufen. Er hat die dann lose ziehen lassen und zwei von denen haben dann die Freiheit gewonnen und die anderen vier hat er einfach behalten. Ja, der Mohammed liebt ja Geld. Er hat also jemand, jemand hat den anderen die Freiheit so gegeben, sein Meister hat ihm die Freiheit geschenkt, Mohammed hat das mitbekommen, hat den Typen noch verkauft. Guck mal hier, das ist so krass. Das ist einfach. Harte, ich stelle dir das mal vor, guck dir das mal an, das ist so heftig. Ich schreibe mal in die Kommentare diese Quelle mit dem Hadith, was ich gerade gesagt habe. Macht euch Spreenshot und guckt selber nach. Ich weiß, Schacki, ich weiß, das habe ich auch schon gelesen. Mohammed hat auch einen schwarzen Geritten. Aber das ist heftig, dass der Mohammed so Geld liebt und dann so ein Sklaven verkauft, obwohl ihm die Freiheit geschenkt wurde. Er tauscht, verkauft, Sklaven, alles. Er hat die ertlichen Begierden geliebt und damit lockt Alayah. Er hat befohlen, ab zehn Jahre das Kind zu boxen, wenn es nicht betet. Heftig, Mohammed befiehlt, Kleinstkinder zu boxen, wenn sie nicht beten. Jamia Tirmid, die Hadith 407. Warte, ich will diese eine Aussage... Ah, hier, Mohammed liebt Geld. Ah, hier. Überliefer von Jabir bin Abdullah. Da war ein Mann, der versprach seinem Sklaven, dass der Sklave nach seinem Tod, dem Tod des Meisters, befreit werden würde. Nachdem der Meister starb, rief der Prophet den Sklaven zu sich und verkaufte ihn. Der Sklave verstarb im selben Jahr, in dem er verkauft wurde. Junge, das kannst du keinem erzählen. Das wird dir nie... Ruh dir nur an, wie bösartig. Dann sagen die zu mir, das ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Ist das zu fasten? Ja, warte mal, ich blockiere mal diesen Typen, der trollt mir hier nur rum. Aber Bruder, guck mal ehrlich, meinst du die Muslime, die Mohammed immer verteidigen und ihn immer noch gut reden, meinst du die lügen oder die wissen es nicht? Ja, nein, die lügen. Die lügen bewusst, weil sie eigentlich Mohammed ja so nicht haben wollen, aber weil es nun mal authentisch überliefert wurde, müssen sie alles dran setzen, um diesen Wahnsinn mit einer Lüge aufrechtzuerhalten. Wahnsinn. Deswegen habe ich gesagt, wenn du dieses Vorbild nicht ertragen kannst, dann kannst du auch rausgehen. Ja! Cowboy, Doktor, Schäger, Mohammed. Weil ich habe schon hin und wieder mit einigen Muslimen geredet und ich habe eher das Gefühl, dass die es wirklich nicht wissen. Also man sagt denen das dann zwar, aber die können es irgendwie nicht glauben, weil die von klein auf was anderes gelernt haben. Ja, es gibt diese Fälle, aber es gibt auch einige andere Fälle, wo die Dawa-Teams natürlich bedacht sind, Ausreden für Mohammeds Verhalten zu finden, verstehst du? Und da schrecken sie auch nicht vor Lügen zurück. Sie zitieren also Gelehrte und versuchen das Ganze irgendwie in ein gutes Licht zu rücken, aber da gibt es ja gar nichts mehr dran rumzurütteln. Denn in Jesaja 5,20 heißt es ja, wie ihr euch ihr Licht zu Finsternis erklärt und Finsternis zu Licht, wie ihr gutes Böse redet und böses Gut redet. Da wird dem Muslimen noch einiges auf sie dann zukommen, spätestens dann, wenn sie in den Tod gehen und vor dem Schöpfer des Universums stehen. Und gibt es schon was Neues von Sheikh Schweinfurt? Der ist ja auch in Urhaft, ne? Ich dachte, der ist ja rausgekommen. Ist er wieder rausgekommen? Das weiß ich gar nicht. Ja, doch, da stand er da, dass er irgendwie draußen ist. Ja, aber nach Koran und Sonna muss die Frau dem Mann zur Verfügung stehen. Und wenn der Mann seine eigene Frau fäge, dann bekommt er keine Strafe dafür. Das ist sein Recht. Das ist ja das Kranke, die Leute verurteilen, die sagen, das hat nichts mit Islam zu tun. Das ist absolut islamisch, was Ibrahim gemacht hat. Komm, Bruder, wenn du auch mal überlegst, wie viele Moscheen in Deutschland werden vom Verfassungsschutz, vom Verfassungsschutz kontrolliert. Guck mal, das sind doch Gotteshäuser. Die müssen doch, wie können so welche Institutionen von der Polizei überwacht werden? Das funktioniert doch vorne und hinten nicht. Allein da muss schon Klick machen. Ja. Das müssen wir doch sehen, weißt du? Das ist ja eigentlich was Heiliges. Eigentlich schon, ja. Willst du noch irgendwas wissen, mein Lieber? Nein, Bruder, alles gut. Dankeschön. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Ciao, ciao. Ja, aber das ist das. Sobald Muslime versuchen, Mohammed zu verteidigen, wirst du direkt merken, was verteidigt ihr da denn noch? Was gibt es denn da noch zu verteidigen? Wenn Mohammed ein sechsjähriges Kind angefasst hat, ihre Unschuld mit neun genommen hat, wie wird es denn sowas verteidigen? Ja, zu der damaligen Zeit war das ganz normal. Das ist eine ganz andere Zeit. Was redet ihr da, Mann? Kein einziger Mensch in der Zeit von Jesus Christus hat irgendein Kind angefasst. Der Herr sagte, wenn ihr Kinder anfasst, dann werdet ihr zur Hölle fahren. Und dann kommen die Muslime und verteidigen sowas. Oder wenn er zum Beispiel die Eiche auf die Brust geschlagen hat, was sie schmerzen bereitet hat, dann sagt er, der hat sie nur gedrückt. Das hat ihr doch schmerzen bereitet, Mann. Wenn das nur ein Druck war, dann hätte sie ja nicht gesagt, das hat mir übelste Schmerzen bereitet. Oder hat mir Schmerzen schmerzen bereitet. Was soll das, Mann? Heftig. Wie kann man nur? Ich verstehe, wie man so jemanden verteidigen kann. Ja, sie lieben ihn halt ohne Ende. Und diese Liebe macht sie da halt blind. Urlaub an mir. Ich glaube, ich brauche mal Urlaub. Danke. Ja, das macht natürlich eine Meinung zu Dagestan. Ich frage, was war denn da? Hat da ein Priester oder ein Pastor sein Leben verloren haben, die auf eine Kirche geschossen? Wie viele Leute haben ihr Leben verloren? Was war denn da? Lass uns das mal kurz gucken. Dagestan. Es wurde ein Terrorenschlag, ein doppelter Terrorenschlag sogar in Dagestan verübt, bei dem auch 20 Menschen ums Leben kamen. 20 Menschen? Dagestan ist ja auch, diese Teil der Republik Russlands ist ja auch ein beliebtes Reiseziel für viele. Und drei Monate nach der Attacke auf Krokus-City Hall ist es ein weiterer schwerer Terroranschlag. Wieder hat die Karl-Islamisten im Spiel, diesmal während des bedeutenden orthodoxen Festes, des Festes der Heiligen-Drei-Feiltigkeit oder Dreireinigkeit. Und natürlich kann man nicht umhin, darüber zumutmaßen, ob diese beiden Anschläge und der Kölnische Angriff und dieser Anschlag, der Errorenschlag in Dagestan, zusammenhängen. Und genau so sieht es zum Beispiel das Oberhaupt in Gushetians. Hören wir mal kurz rein. Kaum hatten wir uns von den traurigen Nachrichten aus Sevastopol erholt, kamen weitere, bittere Nachrichten. Ich bin sicher, dass alle diese Ereignisse Glieder einer Kette sind. Unsere Feinde setzen alles daran, die Lage in unserem Land zu destabilisieren. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Wir trauern aufrichtig und wünschen den Verletzten gute Besserung. Ich bin sicher, dass die Täter einer gerechten Bestrafung nicht entgehen werden. Dieses Wochenende war ja ein ziemlich schreckliches Tiefvater. Das wird immer brutaler und brutaler. Dass noch gar kein Anschlag hier in Deutschland verübt wurde. Das ist ein Wunder, dass die Staatsapparate noch so einigermaßen funktionieren. Das ist heftig. Da ist man die Religion raus. Deine Religion ist ja deswegen die einzige Religion, die dazu aufruft. Hallo, wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Danke, ebenso. Mir geht's auch ganz gut. Ja, das freut mich sehr, dass es dir gut ist. Warum so gute Laune? Was? Warum so gute Laune? Immer gute Laune, weil der Herr Jesus Christus immer bei mir ist. Finde ich ganz gut. Das hört sich doch ganz gut an. Das ist das, wenn der Herr Jesus Christus in deinem Leben Platz nimmt. Da hast du natürlich immer Freude, Friede und Liebe in dir. Ach so, du bist Christ, ja? Ja, genau. Oh, schön, schön. Ich hoffe, dass du dir Gedanken machst um deine Ewigkeit, wo du sie verbringen wirst. Ja, darf ich dich was fragen? Ja. Warum bist du zum Christentum konvertiert? Also was, so, wie kam es dazu? Das interessiert mich gerade. Ich bin nicht zum Christentum konvertiert. Ich habe zum Herrn Jesus Christus gefunden. Ich bin auf die Suche gegangen nach dem wahrhaftigen Gott. Ich habe meine ehemalige Religion in Frage gestellt und habe dann herausgefunden, dass der Islam ein Riesenschwindel ist, dass Allah wieder Gott ist, dass Mohammed noch nie ein Prophet war. Ja, und dann gehst du natürlich weiter und im Großen und Ganzen hast du natürlich viele, viele Punkte, die dann dafür sind, die dann dafür sprechen, dass der Islam eine absolut bösartige Sekte ist, die von einem ganz bösartigen Wesen in die Welt gerufen wurde und dazu gedacht ist, die Christen und die Juden quasi und alle Andersgläubigen total zu bedrängen. Das ist eine Streitschrift gegen jeden Menschen auf dieser Erde und ganz besonders gegen Juden und Christen. Und der Allah behauptet Dinge, die so nicht mehr haltbar sind, dass die Juden und Christen ihre Schriften verfälscht haben und so weiter und so fort. Und wenn du die historischen Fakten dann dir betrachtest, merkst du eigentlich, dass der Allah nur Quatsch erzählt. Denn was sollen wir eigentlich eher glauben? Schriften, die zum Beispiel Jahrzehnte später kamen, die uns authentisch berichten über Jesus Christus oder glaub ich einer Schrift, die 600 Jahre später war, die mir irgendwas von Jesus Christus erzählen will? Was? Von welcher Perspektive aus? Boah, ich sag echt, das find ich richtig krass, wie du grad darüber redest. Ich find das richtig spannend, ne? Aber ich hoffe, dass du dich nicht verliebst oder so. Nee, 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 nee. Ist gar nicht mal Spaß. Bist du grad unterwegs zufällig? Ich war unterwegs, ja, ja. Ich hoffe, mach du dir selber mal auch Gedanken, lies dich ein wenig durch und nimm die Beziehung zu Jesus Christus wieder auf, falls du mal irgendwie eine Beziehung zum Herrn hattest. Ja, tatsächlich bin ich christlich. Problem ist nur, ich habe seitdem, also bei mir ist das Problem, ich sitze zwischen zwei Stunden, zwischen Islam und Christentum leider. Islam, einen Moment. Bloß nicht Islam, einen Moment. Ja, alles gut. Danke an alle, die befolgen. Wie meinst du das, Murat? Das interessiert mich jetzt. Was meinst du genau damit, was ich da will? Ja, ja, zwischen zwei Stunden heißt so, ich kann mich nicht entscheiden. Tatsächlich, so, ich habe mich schon früher so interessiert für den Islam. Musst du dir so vorstellen. Und, ähm, auch so, ich habe viele Freunde, die halt Muslime sind. Natürlich. Ich weiß sowieso. So, und ich weiß das, also ich habe auch den Koran deutsch übersetzt hier zu Hause. Nur das Problem ist, dass es halt zwischen zwei Stunden ist. Es ist so, einerseits, ich fühle mich beim Christentum wohl, aber dieser Islam zieht mich irgendwie an. Ja, was zieht dich denn da an? Als Frau, das ist ja genauso, als würde ich sagen, mich als Hühnchen zieht es an wie ich hier. Ja, ich habe ihn gefragt, aus dem Grund... Was für eine Logik ist das denn, wenn ich zum Beispiel ein Hühnchen wäre? Ähm, weil mich das interessiert so allgemein, ich will einfach nur die Meinung von der Person wissen. Verrückt oder was? Hat die mich da gestummt oder was ist da los? Hörst du mich oder was ist los? Naja, es ist halt jeden seine Meinung. Sie hat mich gestummt, ne? Sorry, ich habe mich kurz unterhalten, kannst du dich wiederholen? Ich habe gesagt, das ist ja, was du gerade sagst, das ist ja in etwa so, als würde ich sagen, ich als Hühnchen bekenne mich zur KFC, weil ich denke, KFC ist doch eine gute Institution für mich. Wer würde es denn so vorgehen? Als Frau, sich für den Islam zu entscheiden, ist eine Katastrophe, Mann. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich kommentieren werde. Ich habe gesagt, dass du darüber nachdenkst, ist doch schon der Wahnsinn. Hör mir bitte zu. Ich habe gesagt, dass mich der Islam interessiert, ob ich kommentieren werde, das weiß ich nicht. Das entscheidet das Schicksal so, sagen wir mal so. Das Schicksal entscheidet das? Naja, so generell, sagen wir einfach, wenn es sein soll, dann sollst du sein. Wenn ich, dann ich, weißt du? Ja, aber wie wäre es mal, wenn du dich damit beschäftigen würdest und dann als Frau dir eingestehst, ja, dass diese Religion überhaupt nichts ist für mich und dass mein Schöpfer Jesus Christus mich über alles liebt und mich so respektiert, wie ich wirklich bin und nicht mich in irgendeinen Kartoffelsack reinquetscht aufgrund von den Kumpels von Mohammed, weil sie die Frauen von Mohammed beim Notdorf verrichten gesehen haben. Deswegen tragen die Leute ja Hijab. Wusstest du das? Hijab soll man als Not zu Gottesliebe tragen. Bitte was? Alles gut. Ja, aber stell dir mal vor, ich würde zu dir sagen, Gott hat deswegen den Hijab herabgesandt, weil ein Kollege von Mohammed die Frauen beim Kacken zugeguckt hat. Was würdest du sagen? Du wurdest gemeldet. Ja, natürlich meldet. Ja, natürlich melden die mich. Das ist doch normal. Oh Mann. Ich gehe mal raus, ja. Nicht böse gemeint, aber hier kommt so eine fette Diskussion gerade. Ich hoffe, dass du dir Gedanken machst um den wahren Gott, und zwar Jesus Christus, der dich über alles liebt und dich wegholen will von Religion. Und zwar zu ihm selbst. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Auf jeden Fall noch einen schönen Tag und lasst deine Blitzer-App aus. Ja, auf jeden Fall. Mach's gut, ciao. Ciao, ciao. Was für ein Mensch, ey. Unglaublich. Wie kann man sich als Frau dafür entscheiden, ey? So viel Aufklärung bekommt man jetzt nirgendwo, ja. Nur bei Dr. Scheher war mir. Ja, aber stell dir mal vor, eine Frau würde nach dem, was man so alles, wir haben das jetzt alles so herausgefunden. Und eine Frau, die das noch nicht herausgefunden hat, die muss man ja warnen und sagen, wenn du einmal in den Islam eingetaucht bist, heißt es erstens, dass du ohne deinen nicht mehr herauskommst, weil wenn du auf einmal herausfindest, dass der Islam doch nicht so toll ist, dann wirst du ja dann auch hin, dann wirst du ja hinfällig. Und zweitens, als Frau hast du alle deine Rechte abgegeben. Du hast also komplett, überhaupt gar keine Rechte mehr im Islam, als Frau. Ja, und zweitens, musst du dich dann verhüllen, weil der Allah das so will. Und warum will der Allah das? Weil die Frauen des Propheten da irgendwie in dem großen Arsenal da losgezogen sind auf dem großen Felde und ihren Notdurf verrichtet hatten und dass das der Omad Ibn al-Khatab überhaupt nicht gefallen hat. Da hat er gesagt, ich wünschte mir so sehr, dass die Frauen sich verhüllen würden. Und dann auf einmal kommt der Hijab-Fers. Wow. Na super. Und dann sagen die mir, dass das die Religion Gottes ist. Hier. Der Omad Ibn al-Khatab macht sogar Koran-Verse. Das ist ja das Kranke. Das ist das Kranke. Hier, guck dir das an. Allah kopiert sogar seine Verse von einem Menschen. Guck dir das an. Berichtet von Omad Ibn al-Khatab. Mein Herr stimmt mit mir in drei Dingen zu. Also drittens, dritter Punkt. Als die Frauen des Propheten eine Einheitsfront gegen den Propheten bildeten, sagte, sagte ich zu ihm, zu ihnen, vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch scheidet, an eure Stelle bessere Frauen als euch geben. Also wurde dieser Vers, derselbe, wie ich ihn gesagt hatte, offenbart. Suche 66, Vers 5. Und da steht in Zai-Bukhari 402. Und weiter heißt es, Omad Ibn al-Khatab hat etwas gesagt, was dem Propheten Mohammed gefällt. Und schon hatte Allah exakt die Worte so in den Koran hinzugefügt, wie es Omad Ibn al-Khatab sagte. Schaut dasselbe für euch nach. Suche 66, Vers 5. Und da könnt ihr den Vergleich ziehen zwischen dem arabischen Satz und Omad Ibn al-Khatab-Satz in Zai-Bukhari. Hier. Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch scheidet, an eurer Stelle bessere Frauen als euch geben. Allah hat sogar genau den gleichen Satz. Vielleicht wird sein Herr in Suche 66, Vers 5 von Omad Ibn al-Khatab hinzugefügt. Guck mal hier. Auch im Arabischen gibt es zwischen das, was Omad Ibn al-Khatab gesagt hat und das, was Allah offenbart hat, kein Unterschied. Sie sind 100% identisch. Suche 66, Vers 5 und der Satz von Omad Ibn al-Khatab. Und dann sagt der Allah in Suche 17, Vers 88, in Suche 11, Vers 13 und in Suche 10, Vers 38, dass niemand was Gleiches wie den Koran machen kann. Und dann siehst du, dass der Allah sogar die Verse von Omad Ibn al-Khatab kopiert, von einem Menschen. Dann sagen die mir, das ist das wahre Wort Gottes. Und dann siehst du auf einmal, wie die... Es ist so heftig. Ja, und dann sagen die Schriften sogar, dass die Sahaba und die Sahaba so ein Haufen von Jixis waren. Guck mal hier. Die Gefährten Mohammeds masturbierten während des Dschihad. Wenn ein Mann hin- und hergerissen ist zwischen fortdauernden Verlangen oder dem Loslassen und wenn dieser Mann keine Frau hat oder eine Sklavin hat, aber nicht heiratet, dann wird ein Mann von Verlangen überwältigt und fürchtet, dass er es tun wird. Darunter leiden. Jemand wie ein Gefangener, ein Reisender oder ein Bettler. Denn es ist ihm erlaubt zu masturbieren. Und Ahmad ibn Hanbal macht das ausdrücklich deutlich. Darüber hinaus wird überliefert, dass die Gefährten des Propheten zum Masseleer pflegten, während sie auf Militärexpedition oder auf Reisen waren. Das waren ein Haufen von Jibos. Hallo, Amir. Wo stand das nochmal, dieses eine Hadith, wo Umar ibn al-Khatab diese eine Sache erwähnt hat? Ja, das ist in Sai Bukhari. Sag ich dir sofort? Das ist in Sai Bukhari 402. Ja, danke, das war's schon. Okay, das kannst du selber für dich nachlesen. Exakt derselbe Vers, sogar das Arabische, ist im Koran drin, was der Omar ibn al-Khatab gesprochen hat. Koran ist widerlegt, ruiniert, verlass den Islam und kommst du Jesus Christus. 402, richtig? 402, Sai Bukhari 402. Okay, danke. Okay, ciao. Hallo, Amir. Hallo, mein Lieber. Gute Segen, mein Lieber. Gott segne dich. Ich war vorhin in deinem Live, und da war diese eine Frau und hat geredet, der Islam ist nur SEX, 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 SEX und so. Vorhin, die eine Frau, die total ausgerastet ist. Da hab ich jetzt ein Buch. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich gut, ja. Ich hab so ein Buch, darf ich dir das mal kurz vorlesen? Willst du das aus der Bibel vorlesen? Nee, das ist aus dem Buch, der heißt Allahs Täuschung. Ja, dann lies mal vor. Okay, ich lies mal vor. Buch von Tara Al-Wasser Iman Komani Seite 241. Man kann alle möglichen Arten von SEX Verhältnissen mit einem Zeugling haben. Zum Beispiel durch Umarmungen oder durch Berührungen oder mit Küssen. Jedoch ohne Penetration. Mit dem bla bla bla. Ja. Und wenn ein Muslim SEX allen Verkehr Wart mal. mit einem Mädchen hatte, das unter neun Jahren alt ist, dann wird er dafür nicht bestraft. Wie krank ist er? Natürlich eine Tugend im Islam und Kleinstkinder anzufassen. Wie krank ist das? Und das geht weiter und weiter und weiter. Das sage ich nur der Imam Khomeini. Lies mal eine Seite vorher. Der Imam Al-Zarkashi sagt genau das gleiche für die Sunniten. Lies mal eine Seite vorher. Warte mal. Jetzt habe ich das Buch gemacht. Da. Sex mit kleinen Mädchen in Islam erlaubt. Ja, das Buch von Al-Mabsud von Imam Al-Zarkashi Band 10 auf der Seite 155. Es gibt keine Strafe für denjenigen, der SEX mit einem Kleinkind hat. Genau, genau, genau. Genau, genau. Ja, und das geht noch weiter und weiter. Das sind auch voll viele Imanen, die auch ihren Kommentar zu diesem Hadith schreiben. Also, das sind voll viele Gelehrten der Meinung, dass man sechs mit kleinen Kindern haben darf. Das ist doch krank. Das ist absolut normal im Islam. Nur wir in der westlichen Welt sind natürlich schockiert. Aber für den Islam und die islamischen Schriften ist das natürlich ganz normal. Was du, Arme, ich wollte dir auch was fragen. Ich war heute Morgen, da war ich auf so live habe ich geguckt, da war so ein ekelhafter Mensch, behaupte ich das mal so, der, der hat so, wie du gemacht, der hat eine gemacht auf Ex Christ deck auf und so. Ich bin da reingegangen und ich habe gehört, was er gesagt hat und er hat irgendwie so eine Bibel Stelle. Ich bin nicht so gelesen, du bist wahrscheinlich mehr gelesen als und jetzt frag ich dich, kannst du mir was erzählen über diese zweite Salmon Vers 24? Was? Zweite Salmon? Ja. Was ist der Salmon? Ich weiß, weiß ich selber nicht. Er hat irgendwas gesagt oder Simon oder Solomon weiß ich nicht. Keine Ahnung, du musst dann noch mal bitte gucken oder selber gucken. Auf jeden Fall wollte ich auch sagen, deine Arbeit ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich verfolge dich schon eine Weile und Samuel 24? Ja, Samuel ist es, genau. 24. sag dir mal Salomon. Zweite Salomon. Ne, Samuel 27, genau. 24 was? Da wird behauptet, dass der Gott aus der Tora ein Betrüger wäre und und lief das und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Judah und der König sprach zu Joab, seinem Herrführer, der bei ihm war, durchziehe dort alle Stämme Israels von dann bis Beersheba und mustere das Volk, damit ich die Zahl des Volkes erfahre. Was ist denn daran? Aber sprach zum König der Herr, dein Gott füge zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch hundertmal mehr hinzu und mein Herr und König möge es mit seinen eigenen Augen sehen. Aber warum hat mein Herr und König gefallen an so etwas? Was ist denn daran auszusetzen? Meinte das Volkszählung oder was? Seine These war, der hat irgendwie so behauptet, dass Gott in einem Vers hat er sich als Gott ausgegeben und in einem anderen Vers quasi als Teufel. Aber war voll behindert. Der Herr hat dem Satan erlaubt, David zu reizen und ihn zur Volksmenge, zur Volkszählung zu bringen. Der Herr erlaubt dem Satan Dinge zu tun, aber nur unter der Erlaubnis des Herrn. Das ist ja genauso wie der Muslim, Muslime ja denken. In Surah 17, Vers 64 erlaubt er Allah, dem Satan Dinge zu tun, die er eigentlich so nicht darf, aber Allah gibt ihm die Erlaubnis. Siehst du? Also hat er ein Problem mit seiner eigenen Religion, der Typ. Surah 17, Vers 64. Das ist heftig. Guck mal hier, was der Imam Atabari zum Beispiel sagt, dass der Satan die Menschen dazu reizte. Guck dir das bitte an. Das ist heftig. Das kann man sich gut merken, falls dieser Vers kommt. Diese Leute gucken einfach bei Google und googeln irgendwas nach, aber es ist gar kein richtiges Wissen dabei. Das ist das. Sie nehmen das und dann präsentieren die das von den Leuten und dann wollen die auch gar nicht darüber reden. Hier, beispielsweise Gott, der Gesegnete und Allerhöchste sagte zu Iblis und provoziere von den Nachkommen Adams, wen du mit deiner Stimme provozieren kannst. Siehst du? Du siehst also, dass Satan benutzt wird für einige Zwecke des Gottes. Verstehst du? So sagt es dann Allah auch in Surah 17, Vers 64. Zudem hinzu kommt auch noch, dass der Satan sich um den PNS des Mannes wickelt und einen Dreier dann mit deiner Frau hat. Das ist einfach krank. Ich finde es einfach traurig, dass wenn diese Menschen schon Dauer machen, dann sag doch einfach die Wahrheit und verarsche die Leute nicht, weil die Leute, die nehmen den Islam an, aber die wissen gar nicht, was das für ein Teufelsreligion ist. Erzähl doch die Wahrheit über deinen Islam und wenn die Leute konvertieren, dann... Aber was passiert, wenn man die Wahrheit sagt im Islam? Dann zerbrückelt ja der Islam. Dann finden die Leute heraus, dass der Islam ein großer Schwindel ist und die Menschen eine Dummheit begangen haben, um in den Islam einzutreten. Verstehst du? Ja, zum Beispiel jetzt, ich komme aus Südamerika und wir sind halt sehr christlich geprägt und dort sind auch mittlerweile, sind die an Dauer, Dauer machen und Leute anlügen. Ich habe mir Videos angeguckt, Amir, weißt du, was der Iman, was der Iman erzählt da unten in Südamerika? Ja, wenn die Mädchen zehn Jahre alt sind und die Kinder, dann werden die geschickt, alle anderen Religionen kennenzulernen und dann müssen sie sich entscheiden, ob die Moslem bleiben wollen oder nicht. Was ist das für eine Lüge? Und das sind auch mittlerweile tausende Leute konvertiert zum Islam und ich sagte, ihr wisst gar nicht, was der Iman ist. Der Iman da unten, da kann doch nicht mal Arabisch. Der erzählt da irgendwas, was wahrscheinlich ist er konvertiert durch Takir und alles und er macht das einfach weiter. Das ist krank. Ja, wenn die Muslime so ehrlich wären wie der Cheikh von Cheikh Ibrahim und der Cheikh der vielen, vielen Muslime, der Al-Adaoui, dem wurde gefragt, ja, was hat das denn auf sich hier mit der Kinderehe und so? Und dann meinte er, ja, der Allah hat uns erlaubt, kleinpubertäre Kinder zu heiraten und auch mit ihnen zu verkehren und wir glauben nicht an das Gesetz der Kufar. Wir glauben an das Gesetz von Allah. Allahs Gesetze sind zehn Millionen mal besser als die Kufar-Gesetze. Sondern es ist dem Muslim erlaubt, Kleinstkinder zu heiraten. Heftig. Einfach nur pervers. Ich hoffe nur, bei uns in Südamerika wird auch irgendwann mal ein jemand wie du kommen und die Leute aufklemmen. Da gibt es bestimmt einige, die da... Ich habe gesucht und gesucht. Ich suche und suche. Also auf Spanisch gibt es keinen. Also ich habe bis jetzt keinen gefunden. Auf Spanisch gibt es nicht, aber gibt es jede Menge Muslime, die sind auf Spanisch da unten an Dauer machen. Aber genau wie hier da unten. Das ist krass. Die sind ja gekommen, weil die Amerikaner, die haben doch Afghanistan verlassen. Und da sind doch die ganzen Muslime geflüchtet vor die Taliban. Und zum Beispiel Kolumbien hat keine Ahnung, wie viele Tausende Afghanen aufgenommen. Aber ich verstehe diese Leute nicht. Die flüchten von... Und dann kommen die in andere Länder und dann wollen die den Islam praktizieren. Und erzählen die irgendwas von der Islam ist tolerant. Wir sind die Religion des Friedens und dies und jenes. Hör auf, die Leute zu verherschen, Mann. Wahnsinn, ne? Auf jeden Fall, Armin, danke, dass du uns reingeholt hast. Gottes Segen für dich und deine Familie. Und mach weiter so. Du machst gute Arbeit. Ja. Hallo, Armin. Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch und deine Familie auch. Ey, ich bin froh, mal endlich mit dir reden zu können, ja? Okay. Ey, ich hab dir schon mal auf Insta geschrieben und so. Ich hatte voll viele Fragen zum Thema Christentum, dies und das und so. Ich muss erst mal sagen, ich feiere übel, was du machst so. Wir haben alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hab eine Frage, mein Lieber. Oder ein paar mehr eigentlich, um ehrlich zu sein. Jetzt die Gunst der Stunde ausnutzen, weißt du, wenn ich jetzt schon oben bin. Kannst du mir das vielleicht mal erklären, was du immer sagst mit neu wiedergeboren werden? Ja, wiedergeboren werden heißt, dass du aus dem Geiste Gottes neu geboren wirst. Und zwar, dass du deine Schuld vor dem Herrn bereust und umkehrst von deinem alten Leben. Du gehst also auf die Knie, bittest den Herrn Jesus Christus um Vergebung und bereust deine gesamte Schuld vor ihm. Deine gesamte Schuld muss sich wie in so einem Film vor deinem geistlichen Auge, äh, muss daran vorbeiziehen. Äh, was ist denn jetzt los? Flacco 88 entfernen? Hm, was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Du hast eine Verwarnung bekommen, Wahnsinn. Ich? Ja. Warum denn? Ich hab keine Ahnung, ey. Ich muss dich raustun. Komm da gleich nochmal rein. Ja, okay, alles klar. Da ist er einmal da, tickt er mir sofort raus. Wahnsinn. Da ist er einmal dabei, kriegt er direkt Verstoß, aber für was ist für gar nichts. Äh, zwei Fragen noch. Diese eine Sache, wo steht das denn mit dem, äh, warum eben dieser, also der Verschleierungsvers gekommen ist, also das mit dem Umar ibn al-Qatab, wo er die Sauda da gesehen hat. Ach so, das ist Sai Buchadi 146. Ja, Moment. Sauda, wir erkennen dich. Bester Satz. Sauda. We see you. Ja, und jetzt bitte noch der Koran-Fers, wo geschrieben steht, dass keiner so ein Wort bringen kann wie Allah. Äh, Sura 17, Vers 88. Warte, ich zeig das dir. Na, Moment. Äh, man, 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 man. Muss man nachgucken. Ich glaube, das ist auch Sura 17, Vers 88. Aber, hast du den Koran vor dir? Na, 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 nur auf Handy. Na, auf Handy. Äh, Sura 2, Vers 23 ist auch ein Vers. Sura 2, Vers 23. Wenn ihr Zweifel habt an unserem Propheten, also Mohammed, und ihr glaubt, dass dieses Buch nicht von Gott ist, so bringt eine Sura wie diese, oder einen gleichen Vers, so mäßig. Ja, dann siehst du, Mohammed hat eben in Al-Khattabad einen Vers gebracht, der im Koran gelandet ist. Er hat die Challenge besiegt. Von Allah. Aber, ne? Ja. Ist das zu fassen? Ja, ist Comedy. Ja, das ist Comedy. Sehr gut. Sehr gut erkannt. Pure Comedy. Na gut, danke. Warte, ich will dir noch die anderen Verse nennen. Okay. Wenn wir schon hier sind. Hier. Ähm, hier. Niemand ist in der Lage, etwas gleiches wie den Koran hervorzubringen. Sura 17, Vers 88, so wie ich gesagt habe. Sura 11, Vers 13 und Sura 10, Vers 38. Sura 17, Vers 88, was noch? Äh, Sura 17, Vers 38, Sura 11, Vers 13 und Sura 10, Vers 38. Sura 11, Vers 13 und Sura 10, Vers 38. Sura 11, Vers, was noch mal? Sura 11, Vers 13, Sura 10, Vers 38. Okay, passt dann. Okay, mein Lieber, Gott segne dich. Ciao. Hallo? Schon krass, Digga, dass du dich als Christ nennst, obwohl nicht mehr die Christen dich claimen. Was redest du da? Du Freikirschler, du. Okay, danke, dass du da mal was kommst. Ach, dass du weg kommst. Du Freikirschler, du. Was sagt der zu mir? Freikirschler. Das ist so krass. Das ist unglaublich, unglaublich. Das ist so krass. Unfassbar. Das ist so. Du Freikirschler, du. Als wäre das so eine Beleidigung. Ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, du Orthodoxer, du. Ey, du Katholik, du. Du Evangelikaler, du. Du Katholik, du. Du Orthodoxer, du. Du Sufi, du. Du Wahhabi, du. Du Kufar. Kufar, Kufar. Warte mal, ich habe den Song. Ich habe den Song der Songs. Warte mal. Das ist der Song, wenn diese Kufar-Ente kommt. Die habe ich extra gespeichert. Warte mal, wo ist das? Einen Moment. Einen Moment, bitte. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Warte mal, wo ist das? Ich muss das finden. Warte mal, wo habe ich das gespeichert? Ist das das? Wo habe ich das abgespeichert? Oh, Mann. Ich hoffe, ich finde das. Ich habe mich versucht, ich habe das син ind Lancashier. Immer wenn man was braucht, findet man nie irgendwas, ey. Achso, ja, stimmt, ich weiß. Das ist der Kufa-Song. Das ist der Kufa-Song. Unglaublich, ey. Das Lied ist echt krank, ey. Und dann noch dieses Gesicht von dem Typen, wie der das so macht. Der meint das so total ernst. Die Kufa-Song. Das ist der offizielle Kufa-Song. Das ist italienisch, was ist daran italienisch, Mann? Was soll denn daran italienisch sein, ey? Schön, wie viel Spaß du hast. Ich kann auch alleine viel Spaß haben, heftig. Das kann nicht jeder. Der Doktor Scheech ist da sehr, sehr gut in der Hinsicht. Sehr gut in der Hinsicht. Ja, warte, Mann. Ja, warte, Mann. Ja, so ist das. Richtige Gänsehaut. Äh, la Scheech. Ja, Doktor Scheech, wie er lang schon lebt. Tja, mein Dienst habe ich auf jeden Fall erfüllt. Danke. Ja, mein Dienst habe ich auf jeden Fall erfüllt. Jetzt, wenn ich weg bin eines Tages, so sind wenigstens die Videos noch alle da. Und so können noch ganz viele zum Glauben finden, ne? Halleluja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich bin noch nicht in der Hand. Ach, ich bin noch nicht in der Hand. Ach, ich bin noch nicht in der Hand. Nein, es gibt keine tollen Menschen, ihr Lieben, ich bin weder ein toller Mensch noch ein Supermensch noch ein krasser Mensch oder was auch immer, nein, es gibt keine guten Menschen, ihr Lieben, ja, die Bombe tickt, genau, es gibt nicht einen einzigen, der hier gut ist, es gibt keine guten Menschen, ihr Lieben, wir sind alle Sünder, das ist das, das muss euch immer bewusst sein, du, ich und die gesamte Menschheit ist auf dem Weg in die ewige Verdammnis ohne Jesus Christus, das muss uns allen bewusst sein, nur wenn wir das verstehen, dann kann alles andere in uns Frucht tragen, wenn wir verstehen, dass wir elende Sünder sind und die ganze Zeit da den Herrn Jesus Christus auf die Suche gehen müssen nach ihm und ihn annehmen müssen als unseren Herrn und Heiland, so einfach ist das, so, ich gehe mal auf inkognito, So, ihr Lieben, ich mache mal jetzt langsam Schluss und guck mal, dass ich heute Abend dann wieder live komme, ne? Gott segne euch und eure Familien, ihr Lieben, möge der Herr sein Angesicht über euch leuchten lassen und ihr wisst, ne? Vergisst niemals, ihr sollt wissen, dass euer Erlöser lebt, Amen. Dankeschön, dass ihr dabei wart, Dankeschön für alles, was ihr macht, ihr Lieben, möge der Herr euch das 10-Millionen-Fache zurückgeben, mögen wir noch ganz viele Menschen erreichen und noch ganz viele Menschen zum Glauben finden, ne, Amen. Bis später, ihr Lieben, bis morgen 10 Uhr, ne, sagt das nicht, es kann auch sein, dass ich auf einmal abends so aus dieser Müdigkeit rauskomme und dann auf einmal einen Livestream starte, wer weiß. Okay, Lieben, ciao, macht's gut, ciao. Alle Fotos. Erstmal Umarmungen, wie geht's dir, Habibin, links-rechts-Küßchen und so, die lieben mich, die ganzen kleinen Muslime. Du bist der beste Ex-Muslim. Wallah, da sagt einer Wallahi Billahi, du bist der beste Ex-Muslim. Gepriesen seid ihr, Herr Jesus Christus. Ja, natürlich lieben die ihren Scher, ist doch klar. Hallo? Das war selbstverständlich. Ja. Aber habt ihr das mitbekommen, hier mit der Gruppenferge, ihr wisst schon, ne? Hört euch das mal bitte an. Warte ganz kurz. Hier, wo war das? Ja, jetzt ist das weg. Jetzt ist das weg. Schade. Ich hatte das gespeichert, aber hab ich auch nicht gespeichert. Einen Moment, ihr Lieben. Welcher Fall nochmal, da waren so 15 Leute oder was, die haben, äh, nicht 15 Leute, die haben irgendwie durch irgendeinen Lockvogel einige Frauen oder einige Mädchen oder was, im Alter von, äh, 16 bis 20 oder was war das, ne? Ja, da haben die da Gruppenferge, ihr wisst schon. Das ist so heftig. Ja, ich weiß, ich weiß, das tut weh, ne? Und jeden Tag hörst du irgendwie, ein Syrer hier, ein Afghane da, ein Syrer hier, ein Afghane da. Merkt ihr jetzt, wie immer weiter so der Druck erhöht wird, damit, äh, langsam die meisten Leute so übelste Abneigung bekommen? Das ist so krank, ne? Das, das große Fressen wird, ist nur noch eine Frage der Zeit, damit es das große Fressen losgeht. Hängt? Wie hängt? Hängt das? Das, ich hab das so eingestellt, sonst werd ich so gesperrt, Mann. Ich hab das Bild so eingestellt. Die denken, ich bin eingefroren. Ihr sollt den lächelnden Scheech sehen. Ist das heftig, ey. Oh, Herr Jesus Christus, hab ich nahe an uns, ey. Wo war das denn nochmal? Wer hat das denn da? Wo war das denn? Hex musste mir über das Finger lecken. Der Kosinus hat das auch geladen. Jabel hat übermittelt, dass alles Gesandte das eingeordnet hat. Der Licking of the Fingers. Also, der hat das eingeordnet, dass die Finger geleckt werden sollen. Ja? Die Finger sollen geleckt werden. Ja? Und das Geschirr. Und er sagte, guck mal jetzt. You do not know, in what person the blessing lies. Also, ihr wisst nicht. Und der Mohammed sagte, wenn ihr isst, dann leckt den Teller erstmal ab. Weil ihr wisst nicht, in welcher Portion des Tellers oder in welcher Stelle an diesem Teller die Segnung ist. Das ist so krass. Danke, Red, Neb. Guckt euch das bitte an. Ich weiß nicht, in welchem Teil der Portion das die Segnung liegt. Also, Muslime werden von Mohammed angeordnet, die Finger zu lecken. Nicht nur das, das heißt nicht. Ihr müsst das Geschirr auch ablecken. Weil ihr wisst nicht, in welcher Portion die Segnung liegt. Guckt mal, was Mohammed hier anordnet. Das ist eine Anordnung. Das muss hier funkeln. Das macht sehr krass. Hallo. Hallo. Was geht? Gott segne dich und deine Familie. Was? Gott segne dich und deine Familie. Danke, dein auch. Dankeschön. Bist du Muslim? Alhamdulillah. Ah, okay. Schön. Was hat dich denn so überzeugt? Oder warum ist der Islam in deinen Augen so die Wahrheit? Warum ist der Islam... Weil Islam ist die Wahrheit... Region in der ganzen Welt. Was soll ich sagen? Ja, aber was macht den Islam denn zur Wahrheit? Was machen die was? Was macht den Islam denn zur Wahrheit? Was bist du überhaupt? Bist du guter? Ich bin Ex-Muslim. Ich bin Ex-Muslim. Ach so, du bist Ex-Muslim. Ja, genau. Ich bin Ex-Muslim. Kefir. Was? Kefir. Ein Kefir? Ja, du bist Kefir. Ja, du bist ein Kefir. Du hast doch gar keinen Zunderbart. Guck dir das mal an. Du trägst die Klamotten, du trägst die Klamotten von einem Kefir. Du siehst aus wie ein Kefir. Du hast kein Bart. Lässt dein Bart nicht wachsen. Also, wer sieht mehr aus wie ein Kerl? Wer bin nicht mehr wie ein Kerl? Du bist ein Kerl. Warte, ich mach dich kurz drum, damit ich was sage, was ich will. Ja, Murtad, genau. Du bist ein Murtad. Der Typ hat überhaupt nichts zu tun mit dem Islam. Und dann sagt er... Hallo. Hallo, mein Lieber. Bist du gerade aufgewacht? Nee. Okay, doch, eigentlich schon. Vor halber Stunde. Du siehst so aus, als wärst du gerade aufgestanden. Ja, vor einer halben Stunde ungefähr bin ich aufgewacht. Was geht bei dir? Hast du nichts mit dem Tod oder was? Bitte? Hast du nicht, musst du nicht arbeiten, zur Schule irgendwas machen? Ich hab Urlaub. Aber du hast Urlaub? Ja, muss auch mal sein, oder? Das stimmt. Wie wär's, mal ein bisschen Bibel lesen? Bibel lesen? Ja, ein wenig mit Gott Zeit verbringen. Das mach ich so schon auch ohne die Bibel zu lesen, mein Lieber. Ja, wie kannst du denn mit Gott Zeit verbringen, wenn du überhaupt gar nicht weißt, was Gott von dir verlangt? Steht das etwa alles nur in der Bibel drin? Im Internet klickt man nichts raus? Ja, richtig. Im Internet gibt's nichts über die Bibel zu lesen? Du kannst natürlich im Internet die Bibel aufschlagen, online Bibel, ist doch kein Problem. Das meine ich. Ich brauch jetzt das Buch oder so nicht dazu haben. Ja, aber wie lange ist es her, als du die Bibel aufgeschlagen hast? Oh, schon etwas länger, ja, aber es hat doch alles Gründe, ne? Ja, ist das nicht traurig, dass Gott dich so sehr liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit du an ihn glaubst und nicht verloren gehst? Und du willst noch nicht mal irgendwas mit Gott zu tun haben? Na ja, nichts mit Gott zu tun haben wollen, das ist traurig, aber das ist ja nicht mein Ding. Ich will ja schon was mit ihm zu tun haben. Ja, aber hast du dich schon mal Gedanken gemacht um deine Ewigkeit, wo du sie verbringen wirst? Natürlich, natürlich, wer nicht? Ja, wie, zu was für einen Entschluss kamst du denn? Dass ich einfach so bleibe, wie ich bin und mich jetzt nicht... Und dann wirst du es schon schaffen, ne? Bitte? Und dann wirst du es schon schaffen, ne, irgendwie? Ja, du, wir sind nicht allwissend, ne? Es kann immer am Ende... Keiner von uns sagt uns, das habe ich auch gar nicht gemeint. Nein, nein, ich meine... Was ich damit sagen will, der Herr hat ein Konzept in der Bibel entwickelt, wie du und die gesamte Menschheit, ich und die gesamte Menschheit, Rettung erhalten können. Rettung unserer Seele, die in unserem Körper ist. Weil eines Tages werden wir ja vor dem Herrn stehen und dann werden wir Rechenschaft ablegen. Ja, genau. Einen werden, die einen, die mit Christus gestorben sind und das Werk am Kreuz akzeptiert haben und den Herrn als Herrn und Heiland akzeptiert und angenommen haben, werden bereit gemacht zum ewigen Leben. Und dann gibt es dann Leute wie dich, die mit der Bibel und Jesus Christus nie was zu tun hatten, die werden bereit gemacht zum ewigen Gericht. Und das Wort, was der Herr gesprochen hat, wird dich richten am Tage der Aufmerksamkeit. Wahnsinn, ne? Äh, ja, was ist du? Ja, sag dein, äh, Deine Verbindung ist gerade ein bisschen schlecht. Ich habe dich gerade nicht verstanden. LoRaz dich. Ist er noch da? Er ist nicht. Ja, hörst du mich? Hallo! Jetzt ist es wieder gut. Oh, jetzt ist er rausgegangen. Da sagt der eine zu mir, careful, den Unglaublichen. Den Unglaublichen. Ja, nicht normal. Der kleine Lippel. Also, Sheikh Ibrahim müssen das praktizieren und das den Leuten im Unterricht so beibringen und sagen, ja, unser Prophet hat uns angeordnet, die Finger beim Essen zu lecken und nicht so das. Wir müssen... Arktas, hört ihr mich, was denn da los machen? Echt? Oh, dann gehen wir uns für die ganzen Teilungen. Fleißig am Teilen, Wahnsinn. Sehr gut. Ah, die Schrift muss weg. Oh, danke, Yvonne. Ja, es geht aber nicht. Man kann kaum was lesen. Ja, dann könnt ihr euch besser auf mich konzentrieren. Danke, Maschinen. Ja. Ihr sollt euch nicht so viel in den Kommentarbereichen aufhalten. Einfach mal nur zuhören. Ja. Bis der Finger lecken. Und ich sage euch hier in Europa würde das keiner machen, weil die sagen, das ist das allerletzte Müll, was ich genießen habe. Aber wer macht das? Pass mal auf. Da gibt es ihnen da. Es gibt Museen auf der Welt, die das praktizieren. Guck mal. Schaut euch diesen Müllhaufen an. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. In Indien, da gab es ein großes Fest. Oder was? So hier Ramadan. Ifdad oder was. Und da haben die ganzen Sachen eingesammelt. Und lecken den einen nach dem anderen ab. Den Teller. Und die Löffel, Gabel, alles. Ist das krank. Und lecken, und lecken, und lecken den Teller hier, Teller da und da. Bah! Gott sei Dank. Ekelhaft. Moin, Amir. Morgen, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Dich auch. Ich habe eine Frage. Ich hoffe, du kannst dich an mich erinnern. Ja, du kamst zum Glauben durch mich, ne? Wie bitte? Ja, ja, genau. Ähm, ich habe eine Frage. Gott ist ja allwissend richtig. Ja. Ähm, warum testet er, also er testet uns ja alle. Und, ähm, er testet ja auch Atheisten. Aber er weiß doch bei manchen, dass die sich niemals bekehren werden. Wie... Ja. Und wie macht das dann Sinn mit dem, ähm, mit dem freien Willen, wenn er doch, wenn er doch weiß, dass sie sich niemals bekehren werden? Ich habe das irgendwie nie verstanden. Kannst du das erklären? Ja, der Herr weiß ja von, von auf alles, klar. Natürlich. Aber dennoch lässt er uns den freien Willen. Du musst immer das mit dem freien Willen kombinieren. Du weißt alles und trotzdem hast du den freien Willen und kannst entscheiden, wohin du gehen möchtest, ne? Ist ja nicht so, als wärst du ein Roboter. Der Herr sagt ja auch im Hiob, äh, äh, im Buche Hiob, dass er sich den Menschen einbekommen wird, ne? Und wenn die Menschen dann nicht, ähm, ja, das annehmen oder quasi sich leiten lassen, ja, hat Gott nicht Schuld, weil dann kannst du ja Gott anklagen. Verstehst du? Wenn wir zum Beispiel Evangelisten draußen unterwegs oder wir hier gerade hier das Internet nutzen können, um sehr viel zu erreichen, dann muss man diese Zeichen ja auch wahrnehmen, verstehst du? Ja. Oh, Trolli. Okay, danke. Du hast mir das echt erleuchtet. Das hat mich jetzt die letzten Tage voll beschäftigt, weil ich hab so, ähm, wie soll ich sagen, ja, debattiert mit deinem Atheisten und, ja, ich hab schon das Ähnliche wie du gesagt, aber ich war mir selber da gar nicht mehr richtig sicher. Ja, du musst dich so ein bisschen damit beschäftigen, ne? Also, die Liebe des Herrn ist ja so grenzenlos, dass er uns ganz normal die Entscheidung, die freie Wahl lässt, welchen Weg wir gehen wollen, ne? Die einen entscheiden sich für Christus und die anderen gegen. Das ist das. Und machen sogar, und spotten sogar noch über Jesus. Du siehst ja diese Gesellschaft, die über Jesus redet. Und macht den großen Abfall, weil der Herr das ja schon prophezeit hat, dass der große Abfall ja kommen wird. Verstehst du? Ja. Es sind halt nur noch wenige, die errettet werden. Die breite Masse ist ja eh verloren. Stimmt, ja. Ja. Und genau das Gegenteil macht ja der Mohammer. Ja, und genau das Gegenteil macht der Mohammer. Ja. Er ist ja mit dem M-E-S-S-E-R an die Köpfe der Menschen gegangen und hat die zum Islam gezogen. Ja. 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 Ja, sehr gut. Ich lache mich jedes Mal tot, wenn ich so neue Hadiths und sowas lese. Das ist so geil. Habt ihr das gesehen, ne? Der Mörder von diesem Griechen, der ist auch, ähm, wurde erwischt, ne? Wie ist der, wie ist der Typ? Das weiß ich gar nicht. Ja, und der ist ein Syrer, ist das, ne? Heftig, der Typ. Absolut krank. Deswegen darf man sich ja nicht wundern, dass die Leute da übelste Abneigung bekommen gegen diese ganzen Leute. Ja, und wir werden auch alle in einen Topf geworfen. Wahnsinn, ne? Gerade mit meinem Aussehen. Guck mal, wie ich aussehe. Aber das Lächeln macht wieder alles weg. Der Doktor Scherer wollen wir wieder live und leben. Ich bin Ehrengast in Deutschland. Ehrengast. Die rollen den roten Teppich für den Doktor Scherer aus. Macht Platz für den Doktor Scherer. Hier, für den Terminator. Kennst du den Terminator-Team-Song? Terminator. Da komm ich dann so rein, Terminator. Ja, ich bin zurück. Hier, das ist der Song. Wenn Doktor Scherer Abouamil dann reinkommt und dann die sagen, oh, da kommt der Ehrengast von Deutschland. Dann spielen die so diesen Terminator-Team-Song an. Da komm ich so mit meinem Scherch-Gleid so da rein. Dann sag ich, ha, 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 ha. Hör mal, hör mal, lass die Musik dazu. Ja, kennst du das? Und dann, ihr müsst euch vorstellen, Doktor Scherer Abouamil mit seinem Scherch-Gleid kommt dann so rein. Boah, ha, 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 Okay, Lukas, wolltest du noch irgendwas wissen? Nein, das war's. Wenn ich noch mal das wissen will, dann frag ich noch mal an. Okay, alles klar. Tschau. Dankeschön, Gott segne dich. Gott segne dich auch. Mach, 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 mach. Hallo, hallo. Hallo. Hörst du mich? Gott segne dich. Dich und deine Familie auch, danke. Hörst du mich gut, oder? Mach bitte Bluetooth. Bluetooth? Ja, oder hast du irgendwie Lautsprecher oder was? Nee, ich hab gar nichts an. Was? Sag ich, ich hab gar nichts an. Alles aus, alles leise bei mir. Aber ich hör mich doppelt. Geh noch mal raus und rein. Okay. Lalalalalala. Ja, der von eben. Gott segne euch hier wundervoll. Ja, das ist echt heftig, ey. So, was sagt denn, äh, hier, was ist denn da? Bad Oeynhausen. Bad Oeynhausen. Bad Oeynhausen, 20-jähriger Tod. Haben die den Täter? Ja, bestimmt, naja. Der festgenommene Hauptverdächtige, der Philippos Zahnes in Bad Oeynhausen totgeprügelt haben soll, ist also Syrer und lebt in einer Asylbewerberunterkunft. Wahnsinn. Das sind andere Weltinvestiativreporter inzwischen heraus. Der Typ, der den Griechen das Leben genommen hat, ist ein Syrer und versucht noch gerade Asyl zu bekommen. Und Polizei bekannt. Die Polizei hingegen, die schweigt weiter überfluchtlich zur Nationalität des mutmaßlichen Täters. Der 18-jährige soll noch heute in Bielefeld dem Haftrichter vorgeführt werden. Herr Dieter Heise mit den Einsperken. Glockengeläut, Blumen, Kerzen, ein letzter Gruß. Hunderte Menschen sind zu der Gedenkfeier gekommen, hier im Kurpark von Bad Oeynhausen, wo Philippos Zahnes die tödlichen Verletzungen erlitt. Nach Informationen der Welt soll ein junger Syrer dafür verantwortlich sein. Ein 18-Jähriger, der 2018 nach Deutschland kam. Er soll wegen Drogen und Eigentumsdelikten bereits Polizei bekannt sein. Unglaublich, du kommst 2018 hier hin, bist schon vorbestraft, hast noch nicht mal Asyl bekommen. Also du hast dein Asyl natürlich bekommen, aber deine Aufenthaltsgenehmigung ist auch noch nicht mal durch. Und du machst Straftaten und sowas und dann die Polizei schweigt sogar noch zu dem Dings, sag mal schnell zu dem, wo der herkommt, sein Herkunftsland. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Aber seht ihr, wie das Ganze zugenommen hat? Mit Syrer hier, Afghane da, Syrer hier, Afghane da. Das ist echt krank. Das ist echt krank. Soll wegen Drogen und Eigentumsdelikten bereits Polizei bekannt sein. Der Peiniger ging offenbar mit unvorstellbarer Brutalität vor. Er soll plötzlich und frontal auf sein Opfer losgegangen sein. Der 20-Jährige ist daraufhin offenbar nach hinten gestürzt und mit dem Kopf hart aufgeschlagen. Doch selbst als er am Boden lag, ließ der Schläger nicht von ihm ab. Das geht aus dem Polizeibericht hervor, wie die Welt berichtet. In dem Protokoll heißt es demnach weiter, der nunmehr über dem Geschädigten sich befindende Tatverdächtige schlägt mehrfach mit der Faust gegen den Kopf. Auch den etwa zehn Begleitern des Haupttäters gelang es demnach nicht, den Gewaltausbruch in der Nähe des Brunnens vor dem Kaiserpalais zu stoppen. Und als er sich von dem 20-Jährigen abwandte, griff er dessen Freund an. Der 19-Jährige, der ebenfalls der Gedenkfeier beiwohnte, wurde im Gesicht verlässt. Worüber die beiden Freunde mit der Männergruppe in Streit gerieten, ist noch unklar. Der Vater von Philippus Zanis weiß nur so viel. Er war ein friedvoller Mensch. Er war ein Mensch, der mehr an die anderen Leute gedacht hat. Es war ein Mensch, der bei Konflikten ist sofort dazwischen gegangen und hat die Schwachen beschützt. So war er, wie wir gehört. Er ist dazwischen gegangen. Guten Morgen. Hallo. 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 Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Gott segne dich und deine Familie. Ja. Danke. Danke. Ich kenne dich sogar. Und du kennst ein paar Leute, die ich auch kenne. Ja, wer kennt mich nicht. Freut mich. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ja, freut mich auch. Möge der Herr dich reichlich segnen. Ich bin schon gereicht. Aha, nur reden. Okay, sehr gut. Ich spreche schon die Sprache Jesu Christi. Ich danke dir für die, für die, für die schönen Wörter aus deinem Mund. Ach, Aramea. Hoffentlich kriegst du zurück das Leben. Ach, Aramea. Danke dir. Hast du schön gesagt. Ja, richtig. Voll Blut, Aramea. Ja. Ich hoffe natürlich, dass du dir, dass du den Herrn Jesus Christus auch bewusst angenommen hast in deinem Leben. Dass du nicht nur da rein geboren wurdest. Nein, ich bin wieder getauft worden und ich sehe mit jedem Tag, wie er mich als wie ein Werkzeug genutzt, sagen wir mal so. In dem Sinne, wie ich andere Leute quasi motiviere, gute Taten mache und ja, man ist halt, man ist halt als Mensch undankbar. Weißt du, weil der egozentrische Mensch sehr, sehr gewachsen ist in den Jahrzehnten. Und man muss wirklich schon dankbar sein, wenn wir die zwei Augen aufmachen jeden Morgen. Da muss man schon sagen, danke lieber Herr. Aber der Mensch ist halt heutzutage so manipuliert worden, dass er, auch wenn er schon alles hat, immer noch sagt, ich will noch mehr. Verstehst du? Ja. Das ist leider so. Deswegen, aber auf jeden Fall, erzähl. Nee, ich habe gesagt, der Mensch ja, so wie du sagst, ist natürlich sehr, sehr egoistisch und denkt halt nur an sich. Aber durch den Herrn Jesus Christus können wir auch überwinden und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Ich sag dir, Ex-Muslim, Habibi, Bruder, ich sag dir, ich war schon mit 15 wollte ich nicht mehr in Deutschland leben. Ich bin so in diesem Hessenraum, Frankfurt, Wiesbaden aufgewachsen. Und ich habe schon damals eingesehen, hier will ich nicht erwachsen, hier will ich nicht alt werden, Deutschland. Seit die deutsche D-Mark verschwunden ist, habe ich meine Eltern überredet nach Schweden auszuwandern und ich lebe schon seit 2006 hier. In Schweden lebst du? In Schweden, ja, Gott sei Dank. Und ich sag dir, vom schwarzen Schaf zum süßen Schwan geworden. Ja, nee, von Haram zu Halal. Und das war eine Selbsteinsicht, also ich habe es ausgewählt. Und ich möchte mich... Ich komme jetzt gleich wieder an, bitte, ja. Genau, 2006 habe ich dann den Sprung gewagt. Und das sind jetzt mittlerweile 18 Jahre. Guten Morgen, Anna. Ja. Cool, cool. Was für ein spontaner Zufall. Das ist immer so. Gottes Segen, Grüße aus Wiesbaden. Grüße zurück. Und du hast auch so eine Botschaft, du gibst es so authentisch rüber. Du hast auch Fakten und so. Und die Leute sind dann quasi asozial. Warum? Weil du die mundtot gemacht hast. Und das ist schon der Beweis, dass da keine Intelligenz... Wie bitte? Was denn, wer denn? Jetzt stell dich nicht dumm, ja. Ich war gar nicht da. Okay. Du hast auch eine Begabung. Du hast Fakten, du bist authentisch. Du sagst, hier Bruder, das ist so, so, so Schlag auf. Und dann ist er mundtot. Und dann wird er asozial zu dir. Weil er dann einsieht, er hat keine andere Methode mehr. Weißt du? Und dann greift er dich halt mit negativen Steinen an. Das finde ich cool, wie du das so rüber gibst. Das ist ja auch eine quasi eine Motivation. Auf eine Art und Weise. Eine Frage an dich jetzt von der Bibel. Bist du da? Ja, arbeitest du nebenbei, oder? Ja. 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 So schwung ich jetzt. Ich war total böse. Im Krampen sehe ich meiner Lenk. Die Lippe HНА aber den Teile 19 Jahre brief kann Mentor mehr. Es ist verrückt. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Hey! Ich muss immer zwischendurch hier raus. Die Verbindung war weg. Die Kamelurinleitung war voll am Werke. Die Kamelurin. Das war so eine Dschibrit-Würgerleitung. Ich komme sofort wieder. So, da bin ich wieder. Wir hören jetzt mal weiter, was da gesagt wurde. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr den Dr. Scherer? Aber wir hören. Hallo, SOS. Bei den 18-Jährigen als Haupt. Es war ein Mensch, der ist bei Konflikten sofort dazwischen gegangen und hat die Schwachen beschützt. Bei Konflikten ist er sofort dazwischen gegangen und hat die Schwachen beschützt. So war es auch an den Armen, wie wir gehört haben. Der ist dazwischen gegangen, um zu helfen, dass es keinen Streit gibt. Und leider Gottes ist er das Opfer geworden. Drei Tage nach der tödlichen Attacke... Das ist traurig, ne? Dass der dazwischen gehen wollte, dass da irgendjemand... ...die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Der junge Mann soll... Warte ganz kurz einen Moment. So ist besser, hm? So ist besser, ne? Er sehr gut reagiert. Ja, so ist besser. Sehr gut. Okay, hören wir weiter an. Das andere war zu hell, ne? Wollt ihr eure Kommentare auch lesen, ne? Die kleinen Lümmels hier. Der junge Mann soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Und damit nach Bad Oeylhausen zu Anna Marlen Hove. Anna Marlen, das Gedenken steht im Fokus, aber natürlich auch die Wut über diesen Vorfall. Und nun haben also unsere Recherchen auch ergeben, dass der festgenommene Hauptverdächtige offenbar ein Asylbewerber aus Syrien ist. Welche weiteren Details sind denn inzwischen über ihn bekannt? Ja, die Polizei hält sich immer noch gemeinschaftlich mit der Staatsanwaltschaft hier sehr bedeckt, wenn es um diesen mutmaßlichen Tatverdächtigen geht. Er soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Und dann möchte man hier nähere Erkenntnisse zu diesen Tatverdächtigen dann bekannt geben. Du hast es eben erzählt, was unsere Recherchen ergeben haben. Es soll sich dabei um einen 18-jährigen Syrer handeln, der seit 2018 in Deutschland ist. Und er soll unter anderem auch Polizei bekannt sein. Unter anderem wegen Drogendelikten und Einbruchs. Das ist heftig, ne? Seit 2018 hier schon negativ aufgefallen mit Drogendelikte und Einbruch und so. Ja, das ist doch absoluter Wahnsinn. Vergehen. Und eine Augenzeugin soll ja auch geschildert haben in dem Zusammenhang mit der Tat, wie eben dieser mutmaßliche Tatverdächtige dann sogar noch nach dem Angriff auf Philippus und seinen Freund die Tasche von Philippus genommen haben soll und damit geflüchtet sein soll. Anna Marleen, wie geht man denn dort um? Hast du schon erste Reaktionen jetzt auch einfangen können in Bad Oeynhausen nach diesen neuesten Informationen? Ja, auf jeden Fall. Also auch heute Vormittag und heute Morgen kommen immer wieder Menschen hier an den Tatort, um Blumen niederzulegen, um an Philippus zu denken. Und die Menschen, die sind ganz klar schockiert, die sind aber auch frustriert auf die Politik. Da habe ich schon ganz viele Aussagen gehört, dass sich endlich mal etwas ändern muss und die Politik hier mal aufwachen muss. Aber ja, der Schockzustand und die Wut dadurch, das sind eigentlich so die Emotionen, die ich hier am meisten auffassen kann. Wie kann so etwas in einer Kurstadt wie Bad Oeynhausen überhaupt passieren? An einem so schönen Abend, an einem Abiball, wo alle eigentlich nur Freude im Sinn haben und feiern wollen, wird einfach so eine brutale Gewalttat verübt. Das ist völlig aus dem Nichts, völlig sinnlos vor allem auch. Das können die Menschen hier natürlich vor Ort überhaupt nicht begreifen. Zum Thema der Nationalität habe ich hier verschiedene Aussagen gehört, die einen sagen, völlig unwichtig, woher der mutmaßliche Täter kommt. Völlig unwichtig, woher der Täter kommt. Also ich sehe nur noch Syr-Straftaten, WG, das ist Wahnsinn, ey. Ja? Ex-Muslim. Wie geht's dir? Gut. Gott segne dich an deine Familie. Oha, obwohl du ex-Muslim bist. Was? Hä? Was? Du bist ex-Muslim? Ja. Gibt's noch? Bitte? Du meinst mit ex-Muslim? Bist du Christ geworden oder Orthodox oder was? Ja, ich bin wiedergeborener Christ geworden, ein Kind Gottes. Ich hoffe, dass du dir Gedanken machst um deine Ewigkeit, wo du die verbringst. Lies ein wenig die Bibel und nimm die Zeit für Jesus Christus. Schatz, die Bibel habe ich schon mal gehört, ne? Was? Oder acht? Nein. Versteh' dich nicht. Man redet nicht, bevor man jemanden kennt. Okay? Dass ich schwul bin, heißt nicht, dass irgendwas... Ich versteh' kein... Was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Was war das? Was war's das? Also ich glaube auch, du war total verwirrt oder was? Nicht gut. Nicht gut. Hallo. Ex-Muslim. Ich ja. Assalamualaikum. 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 Gut, wie geht's dir? Ich hab einfach auf Suche gemacht, dann kam es einfach. Einfach auf Suche gemacht, ne? Bester. War der willst du ein Match? Nein, kein Match. Okay, ich zieh' weiter. Ja, okay, tschau. Es gibt kein Match, kein Reden. Das ist doch so fast. Was ist das denn hier? Wie komm ich... Wo bin ich hier gelandet, Mann? Ich misch' das schon wieder hier auf, ey. Gibt's denn hier keine Umleitung oder wie oder wat? Ach so... Wie fühl mich das auf, ey. Als wäre ich hier in Allahshemel irgendwie. Keine Umleitung. ...hahaha. Hier sind nur Hureläng um mich herum. Wie komm ich denn jetzt hin? Was ist das denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Menschenskinder. Da muss man jetzt einfach mal durch. Schauen wir mal. Das ist eine Bausteine, da komme ich nicht durch. Ist das mein Möbel? Was ist das? Komisch. Leon, danke für die fünf Rosen. Moin Ex-Muslim, was geht? Gott segne dich und deine Familie. Sind die Kampfschätzungen da? Ja, die sind wieder da. Da musst du aufpassen. Es sind ein paar Bomben da auf dich schmeißen. Ja, ja. Na, aber es geht. Hast du Bock ein bisschen zu matchen? Nein, wir reden gerade über den Fall des Griechen, der von einem Syrer ermordet wurde. Ja. Davon habe ich nicht gehört. Ja, der Typ hatte da Abitball oder was. Oder geriet er da in so irgendwelche Zeit oder was. Oder wollte schlichten und dann hat er natürlich selber abbekommen. Und der Syrer hat den dann umgelegt. Jeden Tag. So, so. Was bist du denn für ein... Für den Landsmann? Ja. Achso, Landsmann ist in Spanien. Ja, was ist... Spanien? Also, okay. Ja, du siehst, dass die... Oh, Spanien. Oh, 10 Karten. Dankeschön. Auch die Hunderte als Belohnung ist da. Der schon habt ihr toll gemacht. Ja. Der hat keinen Nerv auf sowas. Der guckt sich nur seine Leute... Seine... Seine... Seine Like-Zahl an. Oh, 10 K. Sehr schön. Hallo. Ex-Muslim. Ahlo. Sahla. Wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie. Kannst du... Gut. Kannst du Arabisch? Nein, kann ich nicht. Bin ich Arabisch, aber auch ex-Muslim. Ja, aber man braucht auch... Ich habe keine Religion jetzt. Bitte? Ich habe nichts verstanden. Nichts verstanden? Jesus Christus ist Gott. Das hast du aber bestimmt verstanden, ja? Nein, nein. Du hast Probleme bei dem Internet. Aber Jesus ist Gott. Das hast du bestimmt verstanden. Ja, kann ich verstanden. Ich finde... Die Probleme war bei deinem... Mic oder deinem Internet. Du hast keine Wi-Fi. Oder ich weiß nichts. Und die Probleme... Keine Wi-Fi. Bei mir ist Arabisch. Bist du jetzt Christ oder... Auch gleich mir keine Religion? Ja, ich bin Christ geworden. Aha. Ich bin Christ geworden, ja. Was bist du denn? Ich habe keine Religion. Bin ich auch ex-Muslim. Aber... Aber ja... Aber ich... Ich spreche immer... Bei Koran... Wo sind die Probleme bei... 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 Bei Koran. Weil habe ich... Äh... Ah, ja. Ja, erzähl mal. Wo sind Probleme? Bei Koran und... Erzähl mir ein bisschen. Dein Internet ist... Katastrophe. Ich kann nicht... Ich höre dich. Ich höre dich. Rede einfach. Rede einfach. Aber ich kann nicht... Bei Koran. Aber... Bei Koran. Und... Bei Koran. Was hat gelernt. Was hat geschrieben. Bei Koran. Oder... Bei Sonne. Wo ist die Probleme? Und... Aber du kannst nicht... Arabisch. Das... Weil... Ja, du kannst ja versuchen... Du kannst ja versuchen... Auf Deutsch ein bisschen zu machen. Du kannst ja versuchen... Weil ich lerne die Menschen... Was hat... Ich... Aha. Ich kann nicht... Äh... Viel... Äh... Deutsch Sprachen. Ach so. Ah... Ja, dann kommen wir natürlich... Wir können natürlich... Keine Konversation führen. Ich... Ich glaube... Wenn kann ich das... Das... Bei mir ist besser. Weil viele Menschen jetzt... Denken... Das... Koran ist... Ein guter... Und... Nein. Das ist Katastrofe. Hat geschrieben... Bei diesem Buch... Ist viel... 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 Ja, sie... Äh... Bei... Bodefell... Hat gelernt... Guck mal... Sie hat ein Ayah... Geschribt... Walla ilam yaad. Das heißt... Wenn die... Ich kenne... Diese Mädchen... Kommt... Bei... Ein Tag... Bis... Neun... Ja... Bis... Neun... Bei... Ein Tag... Bis... Neun... Ja... Faktolun... Das heißt... Geh... Bei... Die Menschen... Ja... Und... Jetzt... Jetzt... Guck mal... Jeden Tag... Jeden Tag... Jeden Tag... Mach... So... Bei... Misal... Oder... Okay... Weil... Hat geschrieb... Das... Bei... Bei... Koran... Okay... Das heißt... Lackentherapie... Das heißt... Und... Bei... Das heißt... Ja... Ja... Ich verstehe das... Was du sagst... Ich verstehe das... Ja... Ja... Bei... 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 Hadith... Hat... Gesagt... Almar'a... Das heißt... Die Frauen... Okay... Togbil... Ein Todber... Bei... Zaltan... Ja... Sie kommt... Und... Geht... Gleich... Zaltan... Bis... Zaltan... Okay... Und... Sagt... Auch... Ah... 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 Das heißt... Das eine... Ich weiß nicht... Was heißt... Zalt... Aber wenn hast du zum Beispiel... Pferd... Und mach so... Schlag... Das Pferd... Bei... Okay... Das... Fexibel... Fexibel... Okay... Ja... Mach das... Auf dem Tor... Und... Muss die... Die Frauen sehen... Das... Das... Fexibel... Wenn nicht... Wenn mach so und so... Kannst du... Was ist... Was bedeutet... Weil... Das heißt... Wenn hast du... Eine... Frau... Und... Sie... Brauchen nicht... Mit dir... Bunga Bunga machen... Was sagt... Kommst du hier... Heute... Wenn machst du nicht... Mit mir... Bunga Bunga... Dann... Die Malaika... Kommt... Auf den Kopf... Und sagt... Du bist... Ich heiße... Du bist... Ja... Dann... Kannst du... Äh... Was heißt... Was heißt... Was heißt... Das heißt... Äh... Kuck mal... Ich weiß nicht... Was heißt... Äh... Du muss... Äh... Eine Sekunde... Kann ich... Schreiben... Äh... Das ist... Eine Sekunde... Ich kann nicht... Viel... Nein... Ich kann nicht... Das... Wir verstehen schon... Ausländisch... Ausländisch... Durch Hansi... Können wir natürlich... Sehr viel... Ausländisch... Ja... Moment... Moment... Ich kann nicht... Ja... Äh... Binden Sie... Äh... Mit... Äh... Zeil... Äh... Zeilfest... Okay... Zeilfest... Äh... Das ist... Äh... 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 Sie ist... Äh... Mit... Äh... 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 Das ist die Nummer 2... Gleich... Die Kamel... Okay... Gleich die Kamel... Das macht so... Dann kann nicht laufen... Okay... Der dritte... Kannst du schlagen... Das kommt bei Koran... Aber... Wenn siehst du bei... Äh... Deutsch Koran... Diese andere... Das muss... Äh... Ein Mann... Das sagen... Das... Du bist... Kurde... Ja... Nein... Iranisch... Ja... Ein Mann... Ja... Ich wünsche dir... Guten Tag... Ja... 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 Das... Äh... Der... Die Arabisch spreche der Muslime... Wir können ja zu ihm hochgehen... Ne... Die da... Denken... Das der... Hallo... 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 Metsch... Was... Metsch... 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 So ungefähr hat sich dann auch Aisha angehört, ne ihr Lieben, so in dem Alter war sie dann, wo der Mohamed sie geheiratet hat und auch um Habiba, oder wie hieß diese Kleine, die da am Krabbeln war, um Habiba. Genau dieses Alter hat sie das erreicht gehabt, ich seh jetzt das raus. Das hat dir nicht gefallen. Ah, das ist Rumänien wie du, ja okay. Ja, aber das ist das, ne, Heiratsgefühle zu einem Baby zu haben, das ist so krank, das ist einfach so krank. Hören wir weiter. Kommt, andere wiederum sagen, ja, warum macht man da so ein Geheimnis draus, man kann doch ruhig die Fakten nennen, wie sie sind. Man hat halt eben Angst vor diesem politischen Diskurs, der da aufkocht oder aufkochen wird, aber die Menschen und das ist das, was sich hier eigentlich passiert und keiner sich wirklich verantwortlich fühlt und hier reagiert und dann eben ein so junger Mann mit gerade einzig Jahren aus dem Nichts, aus dem Leben gerissen wird. Und der Fall ist ja eh schon ein Politikum, insofern ein offenes Visier, wäre vielleicht dann die bessere Strategie. Anna Marleen, Dankeschön. Sehst du diese Debatten um Asyl und alles geht jetzt in die nächste Runde, ne, das ist heftig. Rentner bei Türkei Autokorse in Berlin totgefahren. Auch noch. Das ist so krank, das ist einfach so krank. Ein türkischer Fan mit geliehenem Mercedes deutschen Rentner totgefahren und flüchtet. Wahnsinn. Wahnsinn. Jeden Tag hört man irgendwas. Jeden Tag. Und jetzt sagen die die ganze Zeit mit Politik. Politik muss irgendwas machen. Warte mal. Vergewaltigung. Vergewaltigung. Habt ihr das mitbekommen, ne, hab ich auch gepostet, ne. Da kam ein, da wurde ein Mädchen vergeht und dann hat die Frau dann dementsprechend, eine Frau hat dann im Internet reagiert und diese Täter beleidigt und musste für ein Wochenende in Haft. Wahnsinn, ne. Hört euch das mal bitte an, das ist so krank. Eine Frau, die einen Vergewaltiger im Internet beleidigt hatte, wird jetzt länger weggestarrt als der Vergewaltiger selbst. Nach der dramatischen Gruppenvergewaltigung einer 15-Jährigen letzten Herbst in Hamburg hatte eine andere Frau einen der Täter im Internet schwer beleidigt. Sie wurde jetzt zu einem Freizeitarreise verurteilt. Voraussichtlich muss sie ein Wochenende in einer Strafanstalt verbringen. Das war viele daran. Der von ihr beleidigte Täter musste für die Vergewaltigung nicht einen einzigen Tag in Haft. Gegen ihm und sieben weitere Täter wurden nach Jugendstrafrecht nur Bewährungsstrafen verhängt. Heftig. Einfach, du, du vergehst hier in Deutschland und dann wirst du nach Jugendstrafe zur Bewährung verurteilt. Wahnsinn, ne. Und eine Frau, die diese Leute dann beleidigt, aufs Übelste, wird dann ein Wochenende in Haft gebracht. Wie verrückt das System hier ist. Das ist unglaublich. Sie alle müssen im Gefängnis für ihre Taten büßen. Die fünf Angeklagten im Alter zwischen 17 und 24 Jahren. Die kürzeste Haftstrafe drei Jahre und neun Monate. Die längste sechs Jahre und drei Monate. Das Gericht saß als erwiesen an, dass die jungen Männer aus Essen, Gelsenkirchen und Wuppertal mehrere Schülerinnen unter einem Vorwand in ihr Auto gelockt, bedroht und an einem abgelegenen Ort vergewaltigt haben. Die jüngste von ihnen gerade mal 16 Jahre alt. Nur eines der Mädchen hatte die Kraft, sich im Gerichtssaal seinen Peinigern zu stellen. Ihr Anwalt sagte während des Prozesses, Es ist sehr wichtig, den Tätern in die Augen zu sehen. Und wir erhoffen uns hier eine harte Strafe, die sicherlich auch Signalewirkung haben muss für künftige Täter und abschreckend sein muss. Er war offenbar der Lockvogel der Gruppe, den Martin L. ein Teenie-Schwarm. Der Fußballer gaukelte den Mädcheninteresse vor, verabredete sich mit ihnen zu einem Ausflug. Doch ließen sie sich darauf ein, schnappte die Falle zu. Freunde von ihm stiegen mit ins Auto, nahmen den Mädchen die Handys ab, vergewaltigten sie stundenlang. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nutzten sie die Schutzlosigkeit der Mädchen auf perfide Art und Weise aus. Das Erschreckende, möglicherweise hatten die jungen Männer kriminelle Vorbilder in ihren eigenen Familien. Vor rund 30 Jahren sollen mehrere ihrer Verwandten ebenfalls wegen Gruppenvergewaltigungen verurteilt worden sein. Ist das krank. Ist das krank. Also die eigenen Familienmitglieder haben genau solche Taten zu der damaligen Zeit selbst getan. Und dann treten die Kinder dann auch noch in die Spustapfen von diesen Leuten. Ist da irgendjemand wieder hier am rumtreuen in den Kommentarbereichen? Ja, es ist so krank. Es ist einfach so krank. Es ist einfach so was von krank. Es ist einfach so was von krank. Ja, guck mal hier, der hat auch ein Wissen-Dings raus. Kaum eine andere Terrororganisation. Ja, MrWissen2Go hat auch ein Video über den Islamischen Staat gemacht. Mal gucken, was der da sagt. Die islamistische Terrorgruppe hat spätestens seit 2014 die Berichterstattung rund um Terrorismus dominiert. Mit einer Hochphase zwischen 2015 und 2018. Dann aber ist der IS Stück für Stück aus den Schlagzeilen verschwunden. Zumindest bei uns in Europa. Was die den Jesiden angetan haben, aber auch den arabischen Christen, der dort lebenden arabischen Christen und Jesiden und allen möglichen Minderheiten. Die haben die Dörfer auseinander genommen und die Frauen, so wie es in Suche 424 steht, vor den Männern vergehen. Es ist so abartig. Der Allah, der Gott, der vergehen. Die haben es ja in ihrem Buch drinnen. Das ist ja das Kranke. Sie haben es ja in ihrem Buch drinnen und die leugnen es heute immer noch. Das ist ja das Wahnsinnige. Das ist ja das Wahnsinnige Ich weiß nicht, ich bin einfach nur noch entsetzt. Und wenn wir das dann ansprechen, sind wir dann hetzer. Das ist so krank. Absolut eingesehen als Araber. Der hat direkt geschaltet und hat gesagt, ja, ich habe auch ein Problem damit, dass der Nebi sowas gemacht hat. Das ist ja das Kranke. Ich habe auch ein Problem, sagte der. Ich komme jetzt gleich wieder. Was ist denn für ein Blödsinn? Achso, das ist ein Getrüger oder so. Das Bild wirkt total verstörend irgendwie. Wer weiß, was die Blödsinn dann gemacht hat. So, wie das letzte Wahn überlegt war, als er diese Leute dann verbrochen hat. ... ... Er denkt sich, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich? Du wirst hier bei Hannibal Lecter angekommen. Jetzt kannst du schön gucken, wie die hier aufgespannt sind. Kein Nerv mehr. Ja, mein Internet wollte im Match, deswegen war das komisch. Aber auch nicht wie so, aber irgendwie wirkte das sehr, sehr komisch. Der Doktor Seike Seike! Seike Seike! Gott hasst Stolz. Ja, da hast du recht. Gott hasst nämlich auch Allah. Denn der Allah ist der Stolze. Ja. 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 der ist erschreckt ich hab noch gar nicht geschrien trinkt er heimlich kamelorin du sollst es nicht so laut sagen man das waren das ja die leute nach kamelorin nur für die mazels ich komme sofort hallo ich komme aus der schweiz mein deutsch ist nicht so gut die muslime sagen ja ja da gott von altem testament ist doch der gleiche von neuem testament oder das ist der jesus ja genau ja dann nehmen sie ja immer verse von altem testament ja da gibt es ja kriegsbefehle und dies und das aber das ist ja doch an den israeliten verrichtet genau das ist der alte bund mit israel und den völkern den medianitischen völkern und den kanaitischen völkern du siehst also dass diese leute also diese völker da israel belagert haben angegriffen haben das ist der krieg zwischen diesen völkern gewesen genau das ist ja gar nicht mehr diese völker existieren ja auch nicht mehr genau genau eine eine geschichte die erzählt wird das ist ja kein befehl ein dauerhafter befehl dass wir irgendwen angreifen sollten nein wir stehen im neuen bund mit dem herrn jesus christus und unter der gnade des herrn und so kann jeder mensch zu der gnade des herrn jesus christus zum kreuze treten und die gnade des herrn jesus christus annehmen genau weil ich sage denen auch immer das ist das das alte bund mit den israeliten das gibt es ja nicht mehr diese dieses dieses volk und alles ja gut oder du machst das eine super sache und denkt denkt an die albaner aus der schweiz die sind immer hinter dir ich habe noch eine frage ja was ist mit diesen jungen passiert mit diesen philippo so dass so der ist ja getötet worden von dem syrern ist ganz krass ich habe ich habe es gesehen da hat er ein kreuz an und viele sagen die haben ihn wegen dem auch angegriffen ist nicht normal schade schade dass sowas in deutschland passiert weil hier in der schweiz keine chance da kommst du nicht durch ja in der schweiz hat man sowas gar nicht also hier also wenn hier was passiert da siehst du alle leute stehen auf und da kommt sowas gar nicht vor gar nicht wir geben solche leute gar nicht wie soll ich die sagen gar nicht vortritt nichts ach so ja die 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 schweiz auch gar nicht auf nein nein wir nehmen die gar nicht außer wir wollen also wir wollen sowie wie wie polen wie tschechien die nehmen auch gar niemand auf na ja deswegen ist die kriminalität gerade auch so niedrige also amir ist ganz krass das sind vor drei vier monaten zu syria in schweiz gekommen dann haben sie gesagt ja ich kann das scheiße machen dies und das bauen klauen vergewalten ich stehe ich gehe da im knast und ich lebe immer noch besser als in meinem land der dem vor das haben sie vor kamera gesagt weiß ja 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 die haben gesagt ich habe da ein schönes bett ich kann daneben ich kann da spielen dies und das ich dachte mir das ist doch krass das ist schon ganz krass ja gut bruder du machst das super ich verfolge ich auch fast jeden tag und es ist ganz krass du bist eine löwe du bist unsere löwe bruder und segne dich und deine familiale erde mir danke danke dir auch danke bruder polare und infos zu wohngeld zum wohngeld hallo genau das ist ein bisschen verwirrend also klar der den sie brauchen ist wohngeld antrag für den mietzuschuss und wenn sie draufklicken steht schon auf der ersten seite oben was war das denn der war einfach drinnen ohne es zu checken das war gut nicht richtige finanzamt der barino hatte mal ein video rausgehauen um mal zu zeigen wie brutal diese habe leute ausgeraubt haben ich hoffe ich finde dieses video noch wartet mal ganz kurz das heftig das ist richtig heftig hat er rausgenommen grauenhaft der mann im islam besitzt die erlaubnis vier frauen zu heiraten und eine dieser frauen mit einer anderen zu ersetzen er darf sex mit seiner sklavin und mit den kriegsgefangenen haben selbst wenn diese verheiratet sind ebenso darf er eine frau für ein paar stunden erwerben und mit ihr geschlechtsverkehr zu haben dennoch wollt ihr muslime uns von einem islam ja komm rein ja komm rein ja ist schon drin ja ist schon drin ja hallo also ich verfolge dich so ein paar mal und äh ich finde gut was du machst ich meine das erweitert alles äh ja du kommst auch aus der schweiz ja genau ich komme auch aus der schweiz aber ich erreiche so viele leute das ist gut das wird immer besser ja genau sobald alles so respektvoll und friedlich umläuft ist doch alles gut oder und du bist auch interessanter charakter und so das ist auch nicht schlecht ich hoffe dass dir nichts passiert und so ne also man muss man muss andere respektieren weißt du aber ich wollte dir irgendwas sagen und zwar ich bin iraner bin ich ach so cool ja danke dass du angenommen hast ich bin ich dort so der typ der gut reden kann habe ich gerade gemerkt äh danke ich hoffe natürlich dass du glauben bist du im glauben an jesus christus ja genau ich glaube alles weißt du ich glaube an ich glaube dass religion irgendeinen sinn hat das glaube ich oder und ich will niemandem schlechtreden oder so aber vielleicht mal irgendwann weißt du so zusammen ich meine jesus christus keine religion jesus christus nicht religion also ich respektiere jesus weißt du ich bin keine ich bin nicht der typ der über religion das werbung macht weil die religion ist von einem selber weißt du und wenn man das teilt ist doch bist du jesider äh ich bin kurde nein aber ich bin kein jesider und ich denke auch das ist eine botschaft weißt du diese religion die haben alles eine botschaft vielleicht ist die menschheit nicht äh nicht gewachsen dafür aber das hat nichts mit religion zu tun aber ich will deine religion nicht schlechtreden also nichts verundern ich habe doch keine religion ich habe den lebendigen glauben an jesus christus eine persönliche beziehung zwischen mir und gott ja das ist gut das ist gut das kommt auch an dass deine position du darfst das niemals verwechseln die christen haben keine religion die christen haben den wahrhaftigen gott und das ewige leben jesus christus der keine religion ist der jesus kam ja auch nicht um eine religion zu gründen sondern dich mich und die gesamte menschheit aufzurufen umzukehren wo es zu tun und ihn anzunehmen ok ok ja das ja ich weiß was du meinst ok ich respektiere das ja und weiter hin viel Erfolg mit deinem Dings da nichts für ungut ne aber ja ok alles klar Gott segne dich und deine Familie gleichfalls danke 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 ihr lieben für die ganzen geschenke liken und teilen und so vielen dank nur wieder her euch das 10 millionen fache zurückgeben thank you thank you dankeschön vielen Dank assalamu alaikum assalamu alaikum Gott segne dich und deine Familie und deine auch mein Bruder wie gehts ja hamdul jesus mir gehts gut und dir auch gut dankeschön was kann ich dir Gutes tun und was wird hier geredet nochmal über alles mögliche du kannst einfach ein Thema aufmachen ja mir ist letzte Woche scheiße passiert dir ist scheiße passiert? ja was ist dir denn passiert? ich hab schon ein Auto angezahlt und jetzt meldet der Typ sich nicht mehr ja das war bestimmt ein Moslem ne das war das war Alice das war Alice gebraucht der hat so ein Inserat reingestellt wie er gesagt hat beste Firma von ganz wo du auch her kommst mit den gefängten Sternen und Kommentaren und so am Ende hast du dann eine Anzahlung gemacht und jetzt stehst du da Alis Autohandel hier wird ihnen geholfen richtig scheiße ne ja ja meinst du das jetzt ernst oder machst du Spaß? ne ich mein es echt ernst das war am Dienstag und wir wollten uns wir haben uns abredet für heute und ich hab ihm schon gestern Abend geschrieben dass ich um 17 Uhr da wäre aber er meldet sich nicht aber sagen wir jetzt ehrlich wie hieß denn der Typ? sagen wir bloß nicht das war ein Muslim ne also er hat mir seinen Ausweis geschickt aber ob es sein echter ist oder sein also ob es ein falscher ist das weiß ich nicht oder ob er ein Muslim ist oder nicht das weiß ich auch nicht wie hieß er denn? egal also wie er hieß Max Mustermann Yusufs Autohandel hallo hallo du musst wieder reinkommen man hört dich nicht er heißt Alona Alona? genau Alona was ist das? komischer Name und da bist du nicht mehr misstrauisch geworden? naja ich hab ja telefoniert mit ihm er hat relativ gut Deutsch gesprochen aber ich hätte jetzt nicht gedacht dass ich abgezockt werde ja jemand der zu mir sagt Anzahlung machen dann bin ich schon direkt misstrauisch ne ich habe es vorgeschlagen mit der Anzahlung ah du hast es auch noch vorgeschlagen man das kann doch nicht wahr sein ja warum machst du sowas? ich wollte das Auto haben der dachte sich bestimmt boah Jackpot ey ich brauch dir noch nicht mal zu sagen gib mal Anzahlung er macht das schon von alleine Wahnsinn ey ich wirst dir ey ich bin dick ab boah mann 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 hättest du lieber zu mir gekommen zu Doktor Cheikh Abu Amin hättest du gesagt Doktor Cheikh Abu Amin ich hab hier gerade ein Auto das ich so sehr gut finde meinst du sollst dich mit Anzahlung und dir sag ich nein das machst du nicht warte erstmal bring den hier hin zeig mir mal wer der ist ich hätte das schon gut achten bist du Doktor oder? nein ich mach nur Spaß ich bin kein Doktor aber hab den Status eines Imams mittlerweile ne aber was passiert denn jetzt hast du Polizei untergegen die Aufstehen ne ich war nicht mal in der Polizei ich war nicht mal in der Polizei weil ich geh davon aus dass es nichts bringt weil ich dann Anzeige gegen Unbekannt erstatten werde und das wird dann irgendwie nicht weitergehen also das wird dann ja aber du hast in welchem Account hat der denn geschrieben? auf Ebay haben wir geschrieben und auf Whatsapp auf Ebay und Whatsapp hast du noch seinen Link zu seinem Account? oder hat er das gelöscht? also er hat sein äh 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 gelöscht aber ja aber ich hab nicht ja gut aber er wollte das sagen er wollte das sagen ja ja kann man herausfinden wer das reingestellt hat ne über seine äh id adresse ne ne die sind heutzutage so raffiniert die Menschen die arbeiten mit vpn und so ich sage es voll schwer also außer wenn die polizei die haben id system elektroniker dort die haben spezialisten die sich nur um solche fälle kümmern was meistens wie schnell mal die Accounts hier auf tik tok herausfinden wer das ist ganz schnell das ist kein rechtsfreier raum die leute die denken äh äh die sind hier tik tok wenn die so bedrohungen schreiben oder hier reinkommen und sowas die denken ja ich kann das machen ich bin anonym hier drin so spanne sind diese Leute ja passiert aber ich hab ja kein Geld gezahlt gott sei dank ich hab den nur verarscht ja aber wie du hast doch gerade gesagt ich hab Anzahlung gemacht ja er wollte die ganze Zeit dass ich Anzahl und so ich hab nicht ja wie hast du doch nicht gemacht nein nein gott sei dank nicht warum sagst du mir dann so ja der wollte die ganze Zeit dass ich mache aber ich hab nicht gemacht ja du hast doch gesagt ja du hast doch gesagt ich hab den gesagt Anzahlung ja ich wollte am Anfang schon aber ich sag dir ehrlich wir haben telefoniert dann kam das mir bissle unter den Luch rüber und dann dachte ich mir so weißt du was lieber nicht macht es lieber nicht ja jetzt hast du eine erfundene Geschichte jetzt oder was ey ja jetzt hattest du was zum reden das kann nur von einem Muslim sowas kommen kann nur von einem Muslim das kann nur von einem Muslim sowas kommen so ein Müll kann nur von so einem Dings kommen ja der ist ein guter Geschichtenerzähler wie sein eigenes Vorbild habt ihr gesehen der ganze Koran Gute Märchengeschichten erzähler mit Al Burak Hallo ja das hat sich erstmal nix angehört ne so ernsthaft ernsthaft ja unglaublich warte wir mal gucken mal ja hören wir weiter Schlechtsverkehr zu haben dennoch wollt ihr Muslime uns von einem Islam überzeugen der die Frau geehrt haben soll womit wollt ihr diese Behauptung stützen mit einigen mit einigen leeren Worten für Menschen bist du echt ja klar ich bin der echte Lügner Lügner jetzt hör auf auf Hansi zu machen Lügner komm her zeig dich mal nein ich hab Angst bitte lass mich jo jetzt jetzt lass mich erkannt ne ja die Stimme erkennt man schon ne Vala ich feier dich sag dass du mich liebst sag tu es nein sag dass du mich liebst Mann nein Beidisch ey ich bin kein Army Lügner Lügner Hey Hallo Oh wie kommt ihr allen her das ist unglaublich weil heiter noch mit allen Hallo Hallo Maschallah Cosimo Wie geht es dir? Maschallah Cosimo Cosimo Hallo Hallo Was hast du mit dem Mikrofon? Was hast du mit dem Mikrofon? Was hast du gesagt? Hä? Sag, red wie ein Mensch Ich rede wie ein Mensch Bist du ein Ex-Machstum der Echte? Bist du ein Ex-Machstum der Echte? Nee, der Unechte Was hast du gerade gesagt? Kleine Kinder Hallo 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 mein Lieber, Gott sei Dank Ja, ich auch Ja, bitte Mich interessiert so Warum du früher so gläubig an den Islam warst Bitte was? Warum du früher so gläubig an den Islam warst Ja, weil man gedacht hat, dass der Islam die Wahrheit ist Bis man herausgefunden hat, dass der Islam ein Schwindel ist Ja Aber warum glauben so viele Muslime das, obwohl es so eindeutig ist? Die wollen es ja nicht verstehen Das ist die pure Ignoranz Sie wollen den Islam nicht verlassen, weil der Islam auch eine Lebensweise ist Das heißt, du verlässt ja nicht nur die Religion, sondern auch deine komplette Lebensweise Und das ist bei den meisten so ein schwieriger Fall Und das ist bei den meisten so ein schwieriger Fall Schwieriger Prozess Ja und aus Angst, genau, sehr gut, ja, aus Angst auch Repressalien, ne Weil manche Muslime, die haben ja auch Träume über das Christentum Aber die glauben trotzdem an deren Religion und alles Ja, ja, klar, natürlich, sie verleugnen das Ganze, ne Aber man sollte ja niemals sein Glauben aufgrund eines Traumes jetzt irgendwie aufbauen Das ist ja Quatsch, der Glaube muss ja auch bewiesen werden und geprüft werden Da kann ich ja auch, stell dir mal vor, ich träume von Buddha Da würdest du mir sagen Oh, Amir, schau dir nur meinen Bauch an, wie wundervoll, ey Komm und reibe da dran Sauber an meine Weisheit und meine Lehren Ja, stell dir mal vor, ich würd das ernst nehmen Ja, wundervoll, ich steh vor mir und sag, Amir, streichle meinen Bauch Ja, und dann sag ich, ey Leute, ich hab von Buddha geträumt, Buddha ist die Wahrheit Nein, so kannst du nicht vorgehen, ne Ja, das stimmt Ja, das stimmt Ich danke dir, Gott segne dich, mein Lieber Gott segne auch dich und deine Familie Tschüss Tschüss Oh, Happy Day Oh, Happy Day When Jesus washed You washed my sins away Oh, Happy Day Hallo Hallo Ah, das ist doch Kamelurin Wenn ein gekusset ist Mein Jesus, woher hab ich gedacht You washed my sins away Hallo Immer noch Kamelurin Leitung Was hast du gesagt, du Yarak Das kann doch nicht wahr sein Warum sagst du sowas Du sollst nicht wie dein Profi Hallo Hi Hallo Danny, Gott segne dich und deine Familie Also das erste Mal, als ich live bin und dir Ah, okay, schön Gott segne dich und deine Familie Danke, danke, Gott segne dich und deine Familie Ich hab ne kurze Frage Und zwar geht es darum, dass ich in einem, ja, sehr krassen muslimischen Umfeld war Und ich hab so ein bisschen über Jesus gesprochen Und über den Koran Weil ich so einige Sachen gelesen hab Und die meinten, dass Ja, die ganzen Hadithe Dass man nicht daran glauben soll Aber ich versteh nicht, warum viele sowas sagen Ja, weil die sich schämen Weil die Hadith uns Mohammed Als einen sehr, sehr sündigen Menschen präsentieren, ne Einen sehr, sehr unberechenbaren Hasserfüllten Nicht vertrauenswürdigen Nach blutstrebenden Menschen, ähm, ja Ja, uns präsentieren, ne Ja, ja Also ich hab darüber berichtet Was für eine Paradiesvorstellung die Hadithen Ja, die falsche Prophetentum Kristallisiert sich absolut raus aus den Hadithen Und viele Muslime wollen nicht mehr an die Hadithen glauben Warte ganz kurz Einen Moment bitte Ja Ja, also wie gesagt, also ich hab angefangen Mit denen über die Paradiesvorstellung zu reden Und, äh, die meinten so Nein, 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 also das stimmt nicht Das stimmt alles nicht Das ist alles, ähm, blöd und gelogen Und, äh, das wurde alles, ja, also Jetzt nicht verfälscht Aber die haben halt ein anderes Wort Ja, hab ich auch dann gesagt Aber irgendwie wollen die das nicht so wahrhaben Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich argumentieren soll Wer will denn so einen Glauben haben Jetzt mal ehrlich, dass Gott irgendwie so Juhäfna im Himmelreich ist Und einen 72 Jungfrauen und, äh, Wäsche voll mit Alkohol Was ist denn der Unterschied zwischen Allah und Juhäfna? Und Playboy Bunny Menschen und sowas Ist kein Unterschied Gibt's auch nicht Gibt's auch nicht Gibt's auch nicht Ich meinte dann auch Also irgendwo hab ich das mal, glaub ich, aufgegriffen gehabt Dass, äh, ja, in den Hadithen steht, wie man beten soll Und da hab ich gesagt, wie betet ihr denn? Woher habt ihr das denn, wie ihr betet? Genau Der ganze Ablauf des Waschens und alles Mögliche wird in den Hadithen beschrieben Ja, ja Das ganze Gebet wird in den Hadithen beschrieben Ja, aber dann kommt da so ein Kommentar von denen Ja, ähm, man darf nicht hinterfragen Und ich wollte dich fragen Wie kommen die Muslime darauf, nicht zu hinterfragen? Also steht das irgendwo im Koran? Das ist eine Folge Und das meint der Herr Kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Nein Beide fallen sie in die Grube Weil ein Blinder niemals einen Blinden führen kann Nur der Herr Jesus Christus kann uns führen Weil er der Hirte ist Verstehst du? Und wir sind seine Schafe Ja, ja Und Mohammed ist weder der Hirte noch ein Prophet noch irgendwas Gar nichts Er hat den Islam einfach ins Leben gerufen Weil er nach Macht bestreben war Also nach Macht streben wollte Ja, ja Das ist das Ja, heftig Das siehst du davon Der Islam hat ihm nur Vorteile gebracht Er hat ja gar keine Nachteile durch den Islam gehabt So wie Apostel Paulus durch das Christentum Der Apostel Paulus hatte ja einen sehr hohen Status als einen Einer der größten Pharisäer Einer der schriftkundigsten seiner Zeit Und er hat seinen ganzen Status aufgegeben für Jesus Christus Und hat die Stellung eines kleinen Sklaven angenommen Das ist Wahnsinn Der hat sich also übelst erniedrigt Und der Mohammed von seinem kleinen Sklavenstatus Ist auf einmal zu einem mächtigen Mächtigen Kauf Dings geworden Wie nennt man das? Also so Kaufmann Raubzügler Und Millionär Und hast du nicht gesehen? Ja, ja Apostel Paulus war ein armer bescheidener Mensch gewesen Der durch die ganzen Gegenden gelaufen ist und evangelisiert hat Ja, ich weiß echt nicht was ich dazu sagen soll Weil ich bin hier nur noch umgeben von Muslimen Ich habe selber eine Freundin Die meinte das mit Aisha gefällt ihr überhaupt nicht Dass sie sechs Jahre alt war Und da habe ich auch halt so ein paar Sätze rausgedroppt Und gesagt Also weißt du überhaupt was im Koran steht Tötet sie, wo auch immer ihr sie auffindet Und sie war erstmal leise Und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich weiter vorgehen soll Wie ich ihr Jesus näher bringen soll Weil irgendwo hat sie ja schon das Verständnis dafür Da wollte ich dich nachfragen Also ich weiß ja, du gehst das Ganze ja ein bisschen anders an Aber wir Frauen, wir müssen das ja ein bisschen, ja Ich weiß nicht, so ein bisschen vorsichtiger angehen Oder diskreter angehen Wie wir da am besten über Jesus predigen Oder irgendwas erzählen Kann ich mir da irgendwelche Ratschläge geben? Ja, den Christus musst du ja so Den Herrn musst du ja auch vorleben Also wenn du mit deiner Freundin halt diese Gespräche führst und alles Musst du dir halt den Christus ja auch vorleben Und zusätzlich noch dazu ihr auch einige Dinge erklären Wie der Herr ihr als Frau so entgegenkommt Und der Gott des Islam ist natürlich sehr, sehr abgeneigt von der Frau Die er beleidigt die auch als Halbhirn und alles Der Mohammed sagt ja, ein Hund, ein Esel und eine Frau Genau, ein Hund, ein Esel und eine Frau Annulieren das Gebet Der Mohammed erwähnt also diese drei Kategorien, die das Gebet annulieren Ja, wir sind ja auch Vieh, ne? Also laut dem Koran Die Frau wird so mehr oder weniger als ein Tier gesehen Heftig Ja, hatte ich auf jeden Fall irgendwo mal in deinen Lives gesehen Oder gehört gehabt Jeder Nachschlag Ja, ein Hund, ein Esel und eine Frau annulieren das Gebet Hier fragt jemand, warum sollte eine Frau nicht predigen? Hast du dafür... Also steht irgendwo in der Bibel Aber predigen darfst du ja nicht, ja stimmt Predigen darfst du aber das Evangelium weitergeben, das darfst du schon, klar Ja, ja, das ist ein riesengroßer Unterschied Weil ich habe gemerkt Wir gehen auch so ein Predigt an den ganzen Augen Aber wir Christen, wir geben nie irgendwer was weiter Wir halten immer unseren Mund Also so habe ich das zumindest im Gefühl Ja, sind so ein bisschen tolerant Wenn wir irgendeine Predigt hören von jemand anderem Oder wenn irgendwas anderes gepredigt wird Aber selber predigen wir halt selber nicht das Evangelium besser gesagt Ja, macht mich ehrlich gesagt ein bisschen traurig Ja Ja Müsst du öfter mal welche wie dich geben, die auf jeden Fall das Wort Gottes verbreiten Amen, ja, gibt es genügend Aber ich habe so durch diese ganze YouTube-Beschichte eine sehr große Reichweite aufgebaut Ja, ja, also ich bin dir auch extrem dankbar Dank dir bin ich auf jeden Fall wiedergeboren Ich habe so einige, eine eigene, ja, wie soll ich das am besten sagen Also ich habe letztes Jahr so einiges durchmachen müssen Und habe mir dann deine Videos auf YouTube angeschaut und deine Lives Und dann bin ich den Herrn so krass nahe gekommen Also dass ich sagen kann, ich bin, ja, wiedergeboren Halleluja Ja Also ich bin dir auf jeden Fall unheimlich dankbar, unheimlich Halleluja, Jesus Christus, das ist wundervoll Ja, ja Ja, das freut mich natürlich sehr Ich will dich auch nicht länger aufhalten Ich bin gerade sehr glücklich, dass ich überhaupt live gehen konnte mit dir und ein bisschen reden konnte Also ich habe eigentlich so viele Fragen, aber mir fallen gerade gar keine mehr ein Das ist ja nicht schlimm, du kannst ja, ich gehe mal kurz kurz raus Du kannst ja nochmal in dich reingehen oder nachdenken, dann können wir da Ja Kommen wir sofort wieder bis gleich Mhm 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der Armin macht das. Du kannst ja deine Geschichte erzählen, so ein bisschen, wie du auf einmal zum Glauben kamst. Ja, also ich bin in einer Beziehung mit einem Moslem gewesen. Und meine Eltern waren total dagegen, wir selber sind Arminier und er war selber Iraner. Und ja, es war meine erste Beziehung und ich bin da so reingerutscht, wenn man so sagen kann. Und ich habe mich Hals über Kopf in ihn verliebt und habe dann irgendwann mal, ist das rausgekommen. Meine Eltern sind dann total durchgedreht und meinten, in der Bibel darf man das, also darf sich nicht unter einem fremden Joch stellen mit solchen Menschen und im Korinther stand das irgendwo. Und ja, irgendwann habe ich dann auch von links und rechts von den Muslimen gehört, wir sind doch alle gleich, wir sind doch alle gleich. Jesus ist unser Prophet und alles drum und dran und irgendwann mal wollte ich dann halt wirklich wissen, wie kann das sein, dass die eine Seite halt wirklich so redet, ja, wir sind doch alle gleich, wir haben doch alle dasselbe Buch und wir glauben doch auch an Jesus und alles drum und dran. Dann habe ich mich halt natürlich, ja, eine Zeit lang sehr krass damit beschäftigt und ja, meine Eltern sind auf jeden Fall klug. Ich, ich sage nichts dazu, also es war einfach so rein zur Dummheit, aus Liebe habe ich wirklich so einiges Dummes gemacht, aber naja, wurde wiedergeboren und habe meine Sünden bereut, sozusagen Buße getan. Ja, meine Eltern waren, ja, meine Eltern waren halt total dagegen, ne, total. Und dann? Ja. Ja. Und will ich mal sagen, wie, wie hast du dann, wie hast du eigentlich diesen Muslimen eigentlich kennengelernt? Durch die Uni, das war so schleichend. Ich habe ihn währenddessen kennengelernt, wir waren am Anfang befreundet und ja, irgendwann hat das eine zum anderen geführt und ich war ja halt immer darauf aus, dass ich da wirklich jemanden irgendwann mal kennenlerne, früh heirate und irgendwie hat es von vornherein irgendwie gepasst. Und es ist wirklich richtig schwierig, weil wenn dein Herz eine Person eingeschlossen hat und diese Person redet ja auch so ganz normal über Bibel, komm, lass uns lesen. Damals war ich nicht mal, ja, in diesem Film drin, dass ich sagen wollte, okay, ich möchte die Bibel lesen. Er hat immer gesagt, komm, lass uns gemeinsam lesen, lass uns lesen. Ich bereue es total, dass ich das nicht gemacht habe, aber naja, also. Der wollte mit dir die Bibel lesen? Ja, ja, der wollte mit mir die Bibel eine Zeit lang lesen und hat gesagt, komm, also wegen meinen Eltern auch. Da hat er gesagt, ja, komm, aber ich weiß auch ganz genau, dass es ja nur so dahergesagt ist. Und ja, irgendwann habe ich versucht, ihm das Ganze nahe zu bringen, habe sehr, sehr oft auch geredet und gesagt, schau mal, im Koran steht das und das. Und die Eltern meinten auch, also niemals steht das im Koran drin. Wenn sowas drin steht, dann gehe ich selber aus dem Islam. Und ich habe gesagt, ja, das steht da drin. Also, kannst du ja gerne nachlesen. Und dann meinte er, ich will auch nichts sehen. Er sagt, sowas steht nicht darin. Und ja. Also du hast ihn kennengelernt und da warst du schon, deine Eltern sind quasi christlich? Ja, ja, wir sind, Arminia, wir sind sehr, sehr christlich, sehr christlich. Ja, das sind manchmal auch echt Angriffe, dann natürlich, wenn der Teufel ja weiß, dass deine Eltern da schon dem Herrn treu sind, ne? Dann schickt er gerade noch, ja, wie soll ich sagen, weißt du, das ist halt der Verführer, ne? Ja, natürlich, natürlich. Dass du dann in der Uni warst und dann warst du quasi so, schickt er halt noch, ja, sagen wir mal, nette Männer. Ja, sagen wir mal so, in der Einsamkeit habe ich ihn dann irgendwann mal kennengelernt und ja, habe dann gemerkt, okay, da interessiert sich mal jemand für mich. Und ja, ich brauche, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht so viel zu sagen. Das eine fällt, also, es ist einfach nur extrem schwierig, weil so eine Person, habe ich gemerkt, du kannst noch so doll predigen, es sei denn, also die Person ist halt offen dafür, kannst noch so doll predigen, wie du möchtest, aber im Endeffekt redest du gegen eine Wand. Also, es ist, es ist einfach so. Ja, das stimmt. Ich habe sehr oft gesagt, guck mal, da steht hier und da drin, ich habe ihm dann gesagt, geh und gib mir die richtige Version im Koran, er hat mir die richtige Version dann gegeben von ihm aus und hat gesagt, dann lies mal den und dann habe ich gesagt, das steht doch genauso drin und ja, dann meinte er irgendwann mal, ja, gib mir mal die Bibel und er hat sie aber nie gelesen. So, und ja, jetzt hat der Teufel sowieso überhand genommen und hat ihn da ja abdriften lassen und ja, also, er ist sowieso extrem in seinem Film mit seinen ganzen Kollegen da, machen auf, ja, Teilzeitmuslime, ziehen Nase, alles drum und dran, also, habe ich so jetzt mitbekommen, keine Ahnung, ja, das ist halt, ja, ich meine, da kann ich auch mal was erzählen, also, ich hatte meinen Ex-Freund, also, ich wollte aber am ja wirklich, wenn er dann wiederkommt, ich wollte ihm wirklich was fragen, ich muss mir was mitschreiben, aber, ja, also, bei dir war das halt ein Moslem, aber, sag mal so, es gibt ja auch einfach Männer, die jetzt an sich gar nicht glauben, halt an Jesus, ne, und mein Ex-Freund war da eigentlich auch so, also, quasi, sprich, dass jemand halt sagt, so, ja, er glaubt an Gott und das Ende vom Lied war dann, dass ich, ja, ich wollte ihm, das habe ich auch von Jesus erzählt und das ist dann so krass, wie auch die, wie schon mal sagen, ja, diese Dämonen dann raus, also, sich zeigen, der hat dann echt, ähm, die Bibel da in die Ecke gefeuert, also, wirklich, weißt du, und, äh, Ja, ich fühle das, ich fühle das, was du sagst, weil ich hab das sehr oft erlebt, dass ich den Teufel immer höchstpersönlich gespürt habe, wenn ich immer über Jesus gepredigt habe, so nach ein, zwei Stunden direkt kam der Teufel aus ihm raus, also, das war nicht normal, wirklich nicht, ich hab das richtig gespürt. Ja, genau, wütend, also, sie werden dann eben wütend und, ähm, aber es ist halt, wie, wie Jesus dann auch sagt, dass man denen dann halt wirklich auch vergeben muss, ne, also, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, aber es ist echt heftig, wie man das echt sieht, also, auch in den, in den Augen, und, aber, weißt du, das Ding ist halt, ähm, was da auch steht, was mir dann auch so aufgefallen ist, durch diese Zeit, ist halt, wir sind ja gläubig und die sind ja ungläubig und das Krasse ist, also, in 1. Korinther 13 steht ja, weißt du, die Liebe glaubt alles und wenn man jemandem glaubt, dann vertraut man ihnen, aber diese Menschen, die glauben uns nicht, weil sie nicht in der Liebe sind und weil sie quasi, ähm, ja, sie sind unglaublich, sie vertrauen halt auch nicht, sie, sie glauben uns nicht, das ist eigentlich so die Quintessenz, ob wir jetzt, sagen wir mal, Moslems oder Atheisten oder so, also, sie sind halt, sie glauben uns einfach nicht, weißt du, wie ich meine, so, diese, das ist so, das ist das Traurige, sie haben, sie sind so skeptisch oder wegen dem, weil sie Vertrauen da gebrochen wurde oder, ja, sie glauben nicht mehr. Das ist oftmals auch Angst, ähm, also, denke ich mal, also, Angst einfach, das Leben hier, ähm, ist viel zu schön für die, also, die konnten ja auch in Gewissen tun und lassen, was sie wollen, ähm, das ist das Einzige, was sie nicht loslassen können, das ist das irdische Leben hier. Und das habe ich halt auch bei, äh, bei meinem Ex gemerkt, also, der liebt das Leben so sehr, also, kann man echt nichts mehr sagen. Das sind, das sind ihre Götzen, liegen sie so sehr. Ja, ja. Also, der Teufel macht das ja auch schmackhaft hier auf, äh, auf der Erde. Das ist krass, also, ich hab mich auch eine Zeit lang, also, ich fühle mich jetzt gerade überhaupt nicht mehr wohl hier auf dieser Erde, dass ich nicht zugehörig bin. Das sind alles Sachen, die Amir auch immer gesagt hat, also, es ist, diese, dieser Verlang einfach nur zum Herrn Jesus Christus, äh, zu gehen, das ist echt so, so groß bei mir. Ich hab einfach gar keine Lust mehr auf diese Menschen hier, überhaupt nicht mehr. Ja, ja, verstehe ich gut. Ja, ich sag auch jeden Tag, komm, oder wenn Abend ist, denke ich mir, ach, heute bist du mir ja nicht gekommen, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, der Geist und die Braut sprich, komm, Herr Jesus, komm, wirklich. Ja, ja, wirklich, also, ich halte das auch nicht mehr aus. Das, was ich mir jetzt so anhören muss von links und rechts, ich hab, ich hab so viele Sachen durchmachen müssen, aber ich bin in der Zeit halt auch sehr, sehr standhaft geblieben, also, viele in seinem Umfeld, im Büro, ähm, sind einfach so Teilzeit, ja, so lauwarme Christen gewesen, die sich dann so aus Trend, ja, zum Islam konvertieren und ich hab sehr viele Freundinnen, die auch einfach so konvertieren zum Islam und ich hab auch immer, also, ich weiß nicht, was los ist, aber in meinem Umfeld ist es so extrem verstärkt, dass ich mir denke, also, ich bin krass alleine, also, ich hab fünf Jahre lang immer gegen gekämpft und gesagt, niemals werde ich konvertieren, also nur über meine Leiche und, ähm, die haben es ja auch sehr oft bei mir versucht. Halleluja, also, ich hatte ja gar keinen, ich bin ja so im Osten von Deutschland, ne, und dann war ich nämlich auch relativ weit weg, also, ich bin in der Schweiz, ja, ja, und dort hatte ich dann das erste Mal, äh, will ich mal fragen, dass... Ach, was passiert hier? Ah, Amir, bist du wieder da? Dass der Islam ein Trend ist und dass jeder konvertiert, hab ich gerade gesagt, und, ja... Ja, ich muss ja diesen Trend beseitigen, also, jetzt ist wieder... Ja, bitte, bitte. Also, hier, ähm, lieber Amir, ich hab eine Frage an den Herrn wieder zurückgeholt auf die Landkarte, so einfach ist das, ganz nett, wenn der Herr ein Anliegen hat, ha, der Superstar. Aber, äh, Amir, hörst du mich? Und zwar, ich muss unbedingt mir das aufschreiben, kannst du mir das bitte nochmal ganz ruhig erklären, dass quasi, ähm, dass erst diese, ja, sagen wir mal, lose Blattsammlung vom Koran, diese Überlieferung, weißt du, erst kam doch bei dem, äh, da wurde doch der eine verbrannt und dann, ähm, wurde dann das andere und ich möchte das nochmal genau wissen, wie das eigentlich entstand, weißt du, du hast das mal ja schon mal erklärt, aber ich will mir das mal mit diesen Duren aufschreiben, dass dann erst wurde das verbrannt und dann wurde es wieder nicht mehr. Verstehst du, dass du mir das nochmal bitte erklärst? Ich will das nochmal aufschreiben. Ja, nein, also der Mohammed hat ja gar keine, äh, keine Kopie des Korans hinterlassen, gar nicht. Er ist einfach gestorben, hat weder einen Nachfolger ernannt, noch eine Kopie des Korans. Es gab gar keinen Koran. Die Leute hatten das einfach auswendig gelernt, was Mohammed ihnen da gesagt hat oder diese Offenbarung, die er bekommen hat. Einige von ihnen haben das aufgeschrieben, andere haben das auswendig gelernt und, äh, es befand sich auf Palmen, äh, auf Palmenstücken, Palmenblätter und Steinen und alles mögliche haben die genommen und alles aufzuschreiben. Das befindet sich auch in Zai Bukhari, der Imam Bukhari übermittelt das. Und dann siehst du auf einmal, dass der, äh, dass die erste Kopie durch, äh, Abu Bakr, dem ersten Kalifen, nach sunnitischer Tradition, dann, äh, zusammengestellt wurde und dann an Omar weitergegeben wurde und der Omar das an Usman weitergegeben hat und die wiederum haben dann irgendwelche Kopien in, äh, Provinzen, äh, rübergeschickt, ne? Und dann haben die eine Provinz der anderen Provinz so, ähm, mehr oder weniger so in die Schuhe geschoben, dass sie den Koran verfälscht, weil die zwei verschiedene, äh, Rezitationsformen hatten und zwei unterschiedliche Versionen auch. Und in Irak und Syrien waren die kurz davor, sich da umzulegen, ne? Weil der eine den anderen beschuldigt hat, äh, den Koran zu verfälschen, weil die es auf diese Art und Weise rezitieren und die anderen auf diese Art und Weise. Und keiner wusste ja, was hat denn jetzt Mohammed wirklich da, äh, herabgesandt bekommen vom Allah. Ja, super. Und heutzutage gibt es ja 31 verschiedene Koranversionen, wirklich Versionen mit verschiedenen Wörtern und das nennt sich Qida'at. Verschiedene arabische Versionen des Korans. Okay. Und dieser Haft hat sich dann aber durchgesetzt, ne? Der Haft ist einfach nur, der Koran hat ja eine Überlieferungskette und in der Überlieferungskette kommen, kommen zwei Namen vor, die sehr, sehr ultra-suspekt sind, warum man sie überhaupt in die Überlieferungskette mit eingenommen hat. Weil wenn man den Koran so betrachtet und die Hadith-Wissenschaft, dann müsste man den Koran ja ablehnen, weil sich dort zwei Lügner und Betrüger sich in der Überlieferungskette der wichtigsten Quelle der Muslime befindet, und zwar den Koran. Kein normaldenkender Mensch oder kein normaldenkender Muslim würde jemals auch nur ein Wort jemandem glauben, der über ihren Propheten Lügengeschichten erzählt, oder nicht? Überlegt euch das mal. Da gibt es jemanden in der Überlieferungskette, der Lügengeschichten erzählt über Mohammed, Mohammed aber im Nachhinein sagt, wer über mich eine Lügengeschichte erzählt, der sieht seinen Platz im Höllenfeuer und muss die nehmen auch noch den Koran von diesen beiden. Hast du schon mal eine verstörendere Glaubensgemeinschaft gesehen als diese? Amir, pass auf, was war noch was wichtiges? Achso, genau, wo steht das nochmal, dass hier Allah oder so, Mohammed sagt, dass dieser Engel von dem Teufel war, also wo er selber schon zugibt, dass er da wie vom Teufel besessen war, wo er diese Jibril, oder wie das da heißt, wo er gewürgt worden ist? Hä? Wo er gewürgt worden ist? Der Allah, nee, das mit dem Gehürgen ist ja in Sai Bukhari Band 1, Buch 1, Hadith 2, und so das siehst du auch in der Biografie von Mohammed, ne, als dieser Jibril, dieser Engel Gabriel, der Feind der Juden, der den Mohammed in der Höhle gewürgt hat und ihm dann auf einmal gesagt liest. Ja, und dann siehst du diese ganze Geschichte, er gibt ja, das ist ja wie tausend und ein und acht, also Gott, der Allmächtige, weiß nicht, dass dieser Mohammed nicht lesen kann, schickt seinen Engel, der ihn dreimal wirkt, der hätte ihn doch schon beim ersten Mal einfach nicht mehr würgen sollen. Und er hat ihn weiter gewürgt, gewürgt und er sagt, liest, liest. Und er sagt, ich kann nicht lesen. Ja, was ist das für eine dumme Geschichte, Mann. Man merkt richtig, dass das irgendwie eine Geschichte aus tausend und ein und acht ist. Ja, ja. Einfach so erkunden. Ja, meinst du, der Allmächtige war nicht in der Lage sein, Jibril vorher zu sagen, ey, Jibril, wenn du da hingehst, frag ihn bloß nicht, dass er lesen soll, weil ich weiß ja in meiner Allwissenheit, dass er nicht lesen kann. Du brauchst ihn auch nicht zu würgen. Und Jibril geht trotzdem hin und würgt ihn und sagt, liest. Oh, wie behämmert. Also, und, aber eben, irgendwann hast du doch mal gesagt, dass Mohammed selber zugegeben hat, dass das ein Engel vom Teufel war. Ist das deswegen, weil der gewürgt hat? Ich dachte, das hast du mal irgendwann gesagt, dass das eben, dass der schon wusste, dass das ein Engel vom Teufel ist. Nein, der Mohammed konnte die Verse von Satan und den Engel Gabriel nicht mehr unterscheiden. Also, das ist ja gar nicht einfach. Und das befindet sich in Suche 22, Vers 52. Das ist so mit einer der schlimmsten Begebenheiten in Mohammeds Leben. Daran merkt man, dass er auch niemals ein Prophet war, weil der Allah sagt, ich werde meinen Propheten bewahren vor dem Teufel. Und dann konnte er das schon wieder nicht. Verstehst du? Alles klar. In Suche 15, Vers 44 sagt Allah, also da ist ja dieses berühmte Gespräch zwischen den beiden. Da spricht Schaitan mit Allah und dann sagt der Schaitan, ich werde gewiss alle Menschen, die irre führen. Und dann sagt Allah, ja, über die Abgeirrten, die dir folgen, über diese hast du Macht, aber nicht über meinen Diener. Und dann fragt man sich allen Ernstes, war Mohammed nicht der Diener von Allah? Oder war er ein Abgehörter? Oder was war da passiert? Verstehst du, was für ein Unsinn, was für ein Wahnwürdig da wird? Das wollte ich mich unter mir ausreiten. Ich habe jetzt auch etwas mitgeschrieben. Zumal er auch unter Schwarzer Magie stand und sich Sachen einbildete, die er in Wahrheit niemals getan hat. Und so jemanden nimmt man als vertrauenswürdige Quelle an, oder was? Also der Typ ist nicht mal her seiner Sinne, der denkt, er schläft mit all seinen Frauen, obwohl er es in Wahrheit nicht tut. Die Leute schreiben das auf, wie in der Luft irgendwie solche komischen Bewegungen macht und ihn da darstellen als so einen illusionierten Typen, den man auch noch als den vertrauenswürdigsten Menschen der Welt bezeichnet. Also wie widersprüchlich willst du nur noch sein? Also wie widersprüchlich kann diese Religion denn noch sein? Und eben, die Muslime, dieses Voodoo oder diese schwarze Magie an mir, was ist denn das eigentlich genau, was die, wenn ich mal sagen, machen dort in Tibeten oder wie kommt denn das? Was ist denn das? Nämlich im arabischen Sitkel. Und diese Zauberei, das kommt von den Jins. Oh Gott. Und der, Mohammed war ja genauso unter schwarzer Magie. Da kam so ein Jude oder was, immer wieder die Juden. Und er hat es geschafft, irgendwie ein Haar von seinem Kamm zu stehlen und ihn dann zu verzaubern. Wie so eine Voodoo-Puppe hat er ihn dann rumkommandiert. Also die Gelehrten gehen davon aus, dass der 40 Tage bis zu sechs Monaten unter schwarzer Magie stand. Verstehst du? Und machen die das dann in der Moschee oder machen die das zu Hause dann irgendwie, wenn die heute auch noch zaubern? Überall. Wo machen die das? Machen die da wie Rituale oder? Ja, es gibt einige Leute, die versuchen da Rituale abzuhalten und schwarze Magie anzuwenden. Auch in der islamischen Welt ist das weit verbreitet. Da gab es mal solche komischen Videos bei der Hochzeit, wo eine muslimische Frau mit Kopftuch irgendwie bei der Braut so eine Nadel genommen hat und sie damit gestochen hat. Und die mit Fluch beladen wurde und sowas. Das sind sehr kranke Sachen. Also die arbeiten auf jeden Fall mit Dämonen. Der Koran ist ja auch ein Buch, das Satans Dämonen gefällt. Du musst dir mal vorstellen. Es gibt eine ganze Suche. Die Suche 72 ist die Suche Jinn. Und dann sagen die Dämonen im Koran, oh wir hören einen wundervollen Koran, der zur Richtleitung führt. Was ist das denn für ein Blödsinn? Verstehst du? Was? Ja. Also ich habe auch kein Buch, das irgendwie den Dämonen gefällt. Verstehst du? Nein. Ich habe auch den Koran nie gelesen. Ich hatte da immer... Das war natürlich... Ich habe natürlich die gute Stelle aus dem Matthäusevangelium, als der Herr zu den Dämonen sagte, fahrt aus und da in die Herde der Schweine rein. Und die zitterten vor dem Sohn Gottes. Hast du gesehen? Die zitterten. Aber vor keinem des Sahaba oder vor keinem von Mohammed oder was haben, hat der Teufel jemals gezittert. Nein. Er hatte sie voll unter Kontrolle. Voll. Halleluja. Ja. Ähm. Ja. Also das waren erstmal so die Fragen. Achso, siehst du, gestern habe ich doch diesen... Ich kannte den nicht, diesen Isar Eisenherz, ne? Hast du das Video gesehen, dass er sich beschwert, dass die Teppiche so dreckig sind in der Moschee? Was? Dieser Isar Eisenherz. Achso, ja, habe ich doch schon mal darauf reagiert, wo ich gesagt habe, du hast noch so viel Geld. Fährst im Brabus, machst dir einen auf dicke Hose, bist Immobilienmakler, was weiß ich, was du da alles hast. Und gibst noch nicht mal aus deiner kleinen Moschee oder dieser Moschee irgendwie etwas, damit sie die Hygiene dort hinkriegt. Und dann haben doch alle kein Geld, so wie du. Ja, mach doch irgendetwas. Kauf doch irgendwelche Duftsprühdinger oder was und stell das da rein. Ja. Ja. Wo ist das Problem? Aber sich zu beschweren und alles nicht. Was ist das? Ja, ja. Da kannst du doch handeln als ein Bruder. Wenn ich das nötige Geld habe und ein Bruder einen Dienst macht dem Herrn, dann unterstütze ich ihn doch. Oder wenn er zum Beispiel in die Moschee geht und die Moschee nicht so viel Geld hat, dann unterstütze ich doch diese Moschee. Oder nicht? Ja, gut. Aber weißt du, was aber wichtiger ist, was ich dabei gedacht habe, dass hier der Herr Jesus sagt ja, dass wenn du gewaschen bist, dann bist du rein. Ja. Das ist alles so eine Übertriebene. Der erzählt ja auch in dem Video, dass er duscht und eben die Leere von den Waschungen. das bringt aber nichts, weil der Herr Jesus sagt dann, wo er den Jüngern die Füße räscht, dass er eben, wer gewaschen ist, der ist rein. Weißt du, dieser Körperkult dieses hier Waschen und weißt du, das bringt ja alles gar nichts, weil die innerlichen auch dreckig sind. Und daran musste ich denken, weil eben, er hat sagen wir mal, er hat sogar ein richtiges Gespür. Ich habe auch gestern in einem Live, habe ich ihn gefragt, also im Chat, ob er mal die Bibel gelesen hat, da hat er gesagt, ja, vielleicht solltest du dir den mal vornehmen. Ja. Ja, der Herr sagt ja in Jeremia 2,22, wenn du dich auch mit Lauge waschen würdest und mit der größten Seife und alles mögliche, bleibt deine Schuld immer noch von mir bestehen. Das ist das, die verstehen es einfach nicht, dass ihre Sünden dadurch nicht weg geht, sondern ihr Herz zum Herrn kommen muss. Das ist das Problem. Sie denken, oh, guck mal, wie rein wir sind, wir waschen uns vor dem Gebet. Meinst du, das interessiert Gott? Genau. Das interessiert Gott, ob du da vor ihm mit gewaschenen Füßen und Händen kommst, bis zum Ellenbogen oder was, und dann dich benimmst wie der letzte Haufen und zusätzlich noch dazu bereit bist, andere Menschen nacken zu therapieren. Meinst du, das gefällt Gott oder was? Was? Also wie paradox ist das, was denn bitte? Ja, wir kommen sauber zu unserem Gebet. Und zusätzlich klaut der Satan sogar noch die ANUS-Haare des Muslims, während er reden ist. Und er hört erst damit auf, bis ein Furz hört. So. Abir, sag bitte noch mal, wo steht das? Dass Allah bis zuletzt kann ja dann so entscheiden, ob die Leute in den Himmel oder in die Hölle kommen. Also Gamer oder Dings. Wo steht das? Du sagst du quasi, jetzt hast du an mich geglaubt, aber ich sag, du musst jetzt trotzdem in die Hölle. Wo steht das? Ja, das ist die Sura 7, 799 und dazu muss man ein Tafsil aufschlagen und für die bessere Erklärung dann. Weil der Koran ist ja kein eindeutiges Buch. Du brauchst also ganze Enzyklopädien und Tafsil-Bücher, um den Koran irgendwie zu erklären, warum der Vers herabgesandt wurde und was das wirklich zu bedeuten hat. Sonst hast du ja gar keine Möglichkeit, den Koran ja authentisch irgendwie zu verstehen. Wahnsinn. Aber es ist definitiv so, dass eben der Koran sagt, so bis zuletzt kann dann Allah noch sagen, ach naja, das hat doch jetzt nicht gedacht. Ja genau, Allah führt ja die Menschen in die Irre. Und der Abu Bakr, der erste Kalif, der sagte dann in einem authentischen Bericht, dass selbst wenn er mit einem Fuß im Himmelreich stehen würde, er Angst hätte, dass Allah ihn in die Irre führen würde und er nicht ins Himmelreich kommt. Wahnsinn. Was ist das für eine Vorstellung von Gott, ey? Ami, ich hab noch mal eine ganz kurze Frage und zwar, da steht ja auch im Koran, dass Jesus auf die Welt kommen wird und richten wird. Weißt du, wo genau im Koran das steht? Ja, warten Sie mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das war in Sure 4 müsste es sein irgendwo. Warten Sie mal. Wenn das jemand schon schneller als ich hat, der kann das in den Kommentaren posten. Ich weiß nicht, wo es im Koran steht, aber ich weiß, wo es in den Hadithen steht. Ja, die Hadithe würden mir auch, glaube ich, reichen. Ja, das reicht auch. Man fragt sich allen Ernstes, wer ist denn der Richter im Islam? Ja, weil da steht auch, Allah wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das richten, worüber sie gestritten haben. Und dann frag ich mich halt, also wenn da steht, Allah wird richten und danach wird irgendwo anders gesagt, Jesus wird richten, dann heißt es doch im Koran, Allah ist Jesus. Ja, richtig, so ist es. Keine Ahnung, also es sind echt so viele Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Warum die Menschen das einfach nicht sehen? Auch mit dem Evangelium, was herabgesandt worden ist. Also da steht auch das, was das Wort Gottes ist. Das Injil wurde herabgesandt und die Tora. Ich check das einfach nicht, wie man so blind sein kann. Ja. So, siehste, da hast du es auf jeden Fall mit einer Glaubensgemeinschaft zu tun, die bereit ist, zu verdrehen und zu leugnen, bloß nicht den Islam rauszukommen. Ja, natürlich, natürlich. Dann kommen sie an und sagen, ja, sag mal das nach. Und ich meinte so, was ist denn das? Ja, dann bist du zum Muslim, zum Muslima. Ja. Das befindet sich in Sunan ibn Majah, Hadith 4078. Echt? Ja. Sunan ibn Majah, Hadith 4078. 4078, ja. Gut zu wissen. Ja. Guck mal hier. Der Allah sagt in Sura 7, Vers 87, Allah ist der Beste, der richten wird. Und dann sagt er weiter in Sura 10, Vers 109, Allah ist der Beste, der richten wird. Und dann wieder in Sura 85, Vers 8, Allah ist der Beste Richter. Siehste, also niemand kann perfekt richten so wie Allah. Weil der muss ja göttliche Fähigkeiten besitzen, um sowas zu tun. Ja, eben. Ja, und dann sagt er... Ja, und dann sagt er... So heftig ist das. Ja, also gut. Ich danke dir von Herzen, Amir. Ich wollte mir nochmal noch ein bisschen mehr... Ich hab mir das auch mitgeschrieben, ja. Ich wünsch dir ganz viel Kraft. Gottes Segen, ja. Amir, danke, danke. Ja, keep going. Ja, bleib stark. Mach's gut. Tschüssi. Ciao. Alle Kamelurienleitung rostet. Hallo, Kamelurienz. 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 Alle weg. Kann doch wohl nicht wahr sein hier. Hallo. Hallo. Ja. Hörst du mich? Hör dich ja. Ja, ich hätte eine Frage, Bruder. Ja. Ja. Und zwar... Ich bin unser dörgster Christ, Bruder. Mhm. Und bei uns doch Jesus Gott, Heiliger Geist und Sohn Gottes, wa? Der Heilige Geist ist Sohn Gottes? Ja. Der Heilige Geist ist Sohn Gottes? Ja. Der Heilige Geist ist Sohn Gottes. Wie... Ich weiß, wie die Trinität ist, aber wie ist die bei dir? Super. Ja, schön. Na ja, jetzt geht's. Hallo, Amir. Hallo, mein Lieber. Hallo, mein Lieber. Hallo, Gott sei Dank. So. Ähm... Gestehen muss ich auf jeden Fall. Ich war nervös, dass du mich das erste Mal hochgenommen hast. Zehntausend Sachen sind mir durch den Kopf gegangen, durch mein Herz. Weil ich sehr, sehr oft zugehört habe und mitbekommen habe, was die Leute im Prinzip von sich geben. Sei es jetzt, dass sie auf Angriff gehen. Sei es darum, dass Leute Antworten suchen. Und ich wollte eigentlich im Prinzip auf einem Schlag eigentlich alles von mir geben, was ich eigentlich bei mir in mir habe seit jetzt über 20 Jahren. Seit meinem Unfall. Und was ich sagen wollte, ist eigentlich, weil viele eben danach fragen, wie sie zum Herrn kommen. Und für mich ist der Herr an erster Stelle. Ich habe drei Kinder. Ich habe meine Frau. Ich habe alles. Ich habe mein Leben. Aber alles das, was seelisch ist und was über dem Irdischen liegt, das liegt alles bei ihm. Und auch so meine Liebe zu ihm. Ähm... Ich war ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch. In meiner Kindheit schon. Vielleicht nicht ganz so. Also als Kleinkind war es schon ein bisschen schlimmer, weil dann hat man mit Neonazis zu tun, die einen verfolgen in die Klinge irgendwie. Entschuldigung, jetzt kommen wir wieder zu dem. Sorry. Aber die halt kein gutes Leben als Jugendlicher, als junger Mensch gehabt hat. Und später nach dem Unfall eben ist etwas eingetreten und Fragen offen geblieben. Und die Fragen wurden beantwortet, weil ich gesucht habe. Das wollte ich eigentlich so sagen. Und in erster Linie das Tor prinzipiell zu dem, wo ich vielleicht eventuell den Brüdern und Schwestern im Prinzip nahe legen kann, ist Demut. Und ich kriege mit, dass wir sehr, sehr wenig Demut, egal wo, um uns herum in der Gesellschaft, im Leben eigentlich haben. Und der, wie gesagt, für mich ist, glaube ich, die Tür zum Herrn oder mit dem Herrn Demut. Und die Hochmut ist ja auch, die stinkt ja auch bis zum Himmel. Und die haben wir jetzt auch bei den ganzen Jungen, die halt gerade momentan nicht wissen und total auch selbst verplant sind und nicht wirklich wissen, welchen Stellenwert oder was Wert hat im Leben. Und dadurch sind sie komplett fehlgeleitet, weil ihnen vieles eigentlich entgegengestreckt wird, was ihnen aber nicht weiterhilft, geistig. Ja. Ja. Weißt du? Und ich höre halt viel, auch diese Anfeindungen und so weiter. Das macht alles keinen Sinn, egal von welcher Seite, weil da fehlt die Demut. Da fehlt die Demut, da fehlt... Bitte? Ja, ich habe den Organat gesprungen, ich habe den Organat gesprungen. Ja. Das war schlimm, also wie gesagt... Du kannst mal den Blutdruck ausmachen, Mann. Ja, ich weiß, ich weiß, das stört, aber ich höre sonst nichts, weil mein Handy auch kaputt ist. Aber warte mal. Also wie gesagt, das ist für mich ein Riesenthema, immer schon. Und für dich auch nicht wirklich leicht. Jetzt sage ich jetzt mal auch... Theo und sein Empfang, das kann doch nicht wahr sein. Boah. Unglaublich. So, hören wir weiter, was der Dings... Nochmal, als Frau sich für den Islam zu entscheiden, das ist so ultra verrückt, ne? Das ist so crazy. Wir haben euch von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen. Die Frau im Islam wurde damals und wird heute noch als eine wahre angesehen. Sie ist etwas, das nur einem bestimmten Zweck dient. Sie ist da, um die Bedürfnisse des Mannes zu stillen. Wie es in dem bekannten Hadith vorkommt, in dem erzählt wird, dass während der Gesandte Allah mit seinen Freunden draußen saß, lief eine schöne Frau vorbei. Als der Gesandte Allah sie sah, weckte sich seine Lust in ihm. Ja, schaut mal her. Derjenige, der die Menschheit Moral beibringen will, kann seine Begierde nicht in den Griff bekommen. Ja, habe ich euch ja gepostet in meinem WhatsApp-Kanal. Der Mohammed, der erste steht da mit den Sahaba, auf einmal kommt eine Frau an ihm vorbei und dann kriegt er die übelsten Gefühle und kann sich kaum bremsen. Dann rennt er zu seiner damaligen Frau Zeynep, die ist gerade da irgendwas am Kochen oder irgendwas am Machen und ist die am Beglücken und dann rennt er wieder zurück zu seinen Sahaba. Dann rennt er schnell zu eurer Frau. Dann kommt schnell wieder zurück zu eurer Frau, beentladet euch. Zu Jesuskreuz. Was? Du sollst zu Jesuskreuz laufen, Mann. Du lauf erst mal zum Friseur, mein Lieber. Nein. Geh erst doch zum Friseur, Mann. Unglaublich, ich denke, Friseur, von dem würde ich auch verklagen, ne? Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen, ne? Das ist heftig, die Geschichte ist so heftig. Da wollen die Muslime uns Mohammed als die größte moralische Instanz so... Und dann auf einmal kann er sich selber kaum bremsen und geht und besorgt seine eigenen Frau. Das ist so krank. Hallo, mein Lieber, hallo. Moin. Moin. Ganz schlechter Trügel. Ganz schlechter Trügel. Ganz schlechter Trügel. Wie läuft das denn so? Bei mir gut. Ich wünsch dir alles gut. Ja, voll. Tschüss, bis morgen, Mann. Tschüss. Ja, wünsch ich auch, ne? Jedes Mal besser. Ach, schade. Das ist heftig. Sehr gut, wie der Ahmed Abdelzahm das erwähnt hat. Heftig. Kann seine Begierde nicht in den Griff bekommen. Er lässt seine Freunde sitzen und geht hinein zu seiner Frau seinab. Und wie der Hadith erzählt, stillte er sein Bedürfnis und kehrte zu seinen Freunden zurück. Welch eine Verachtung. Mit diesem Verhalten entehrte er zum einen die vorbeilaufende Frau, die er als Objekt der sexuellen Erregung betrachtete. Und zum anderen seine Frau, die für ihn als ein Gefäß diente, indem er seine Lust entlebt. Gleich eine Toilette. Nach der Entladung kehrte er zu seinen Freunden zurück. Er war nicht mal willig, die restlichen Stunden mit seiner Frau zu verbringen oder mit ihr zu... Ja, das ist heftig, da hat er recht, ja. Der Hadith sagt, dass der Mohammed schnell sein Bedürfnis erledigt hat und dann ist er wieder abgehauen. Wahnsinn, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, millionenfach die Muslime sind ja fast genauso, ne? Sogar viele sind besser als ihr eigenes Vorbild. Das ist krank. Küchen. Oh, sorry meine Frau. Ich habe eine schöne Frau vorbeilaufen sehen und will meine Lust schnell entladen. Ja, sie agierte für ihn nur als Lustgefäß. Siehst du in diesem Verhalten eine Ehrung der Frau? Nein. Ich weiß, was du mir sagen willst. Das sei nur ein Hadith, von dessen Richtigkeit wir nicht sicher sein. Doch der Hadith ist authentisch. Wenn du sicher sein willst, dann liest bitte Surah 2, 223. Eure Frauen sind euch ein Sattpferd. So kommt zu eurem Sattpferd, wann und wie ihr wollt. Es ist der Koran, der dem Mann das Recht gibt, eine im Krieg unschuldige Frau als Kriegsgefangene zu nehmen und mit ihr Sex zu haben, selbst wenn diese verheiratet ist und Kinder hat. Damit hat der Islam absolut kein Problem. Du auch nicht. Du hast hier eingeprägt, der Koran wäre die Frau. Selbst wenn dieser Koran dir befiehlt, die Frauen zu schlagen, ist es für dich eine Würdigung der Frau. Die sexuelle Belästigung der Frau findet ebenso ihre Wurzeln in den islamischen Prinzipien und Lehren, dass die Öffentlichkeit dem Mann allein gehört. Die Frau darf sich in der Öffentlichkeit gut gekleidet und geschminkt nicht zeigen. Wenn sie dies tut, dann heißt es, sie bietet sich an. Es ekelt uns an, ständig die sinnlose Gerede zu hören, dass der Islam die Frau ehrte und sie umhüllte wie ein Stück Bonbons oder Lucha. Aber der ungläubige Westin hätte sie entehrt. In Wahrheit bist du derjenige, der sie beleidigt und entehrt. Du beutest sie sexuell auf die Grundlage des Korans und gemäß der islamischen Scharia aus. Der Vergleich mit der umhüllten Süßigkeit ist die Spitze der Entwürdigung. Die Frau ist ein selbstbestimmendes Wesen und keine Süßigkeit oder Lucha für deinen Mund. Benimm dich. Das ist heftig. Die ganzen Videos von Barino sind weg, das ist ja krass. Alle Videos von Barino sind weg, das ist ja krank. Gute Nachricht für Muslime im Paradies. Ah, das ist auch heftig. Dr. Wafa Sultan, das ist auch krass. Ich heiße Sie herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge der Sendung Gewagte Frage. Erkennt ihr die Stimme? Erkennt ihr diese Stimme? Hä? Hä, erkennt ihr diese Stimme, die da gerade spricht? Erkennt ihr sie vielleicht? Erkennt ihr vielleicht die Stimme, die da gerade spricht? Kufar, Kufar. Wisst ihr gerade, wer dem Bruder Rashid seine Stimme verliehen hat? Wisst ihr das vielleicht? Wer ist denn die deutsche Stimme von Bruder Rashid da gerade? Wer denn, wer denn ist die deutsche Stimme von Bruder Rashid? Natürlich ist der Dr. Scherer von mir. Ich habe dir meine Stimme verliehen. Ich bin die deutsche Stimme von Bruder Rashid. Unser Thema heute lautet, wie werden Muslime von Verschwörungstheorien beeinflusst? Erlaubt mir zuerst eine kurze Einführung, bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne. Ich bin in einer muslimischen Familie groß geworden. Und wie es bei einer muslimischen Erziehung üblich war, war die erste koranische Sure, die ich lernte, die erste Sure Al-Fatih. Ohne Al-Fatih ist das islamische Gebet ungültig. Ich wiederholte sie täglich mehrmals. Darunter den Satz, leite uns den geraden Weg, den Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast. Nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben. Und nicht der Irregehenden. Später wurde mir beigebracht, dass auf den Juden Allahs Zorn liege. Die Irregehenden wären die Christen. Diese wären meine Erzfeinde. So war das Feindbild, mit dem ich groß geworden bin. Uns beherrscht die Vorstellung, dass die Juden und Christen uns und unsere Religion hassen würden. Wir wurden erwachsen und so wuchs auch diese Verschwörungstheorie in uns. Diese Verschwörungstheorie hat eine heilige Ideologie entwickelt. Eine Hysterie, die sich in unserer islamischen Gesellschaft weltweit verbreitete. Der Muslim wurde ein Gefangener dieser Theorie, sodass er ständig denkt, der Westen plane Tag und Nacht, ihn zum Verlassen seines Islams zu bewegen. Er denkt, dass der Westen ihn um seinen Koran, um seinen Propheten und seine Religion beneidet. Wie wirken diese religiösen Texte auf die Psyche der muslimischen Jugendlichen? Sind die aktuellen Angriffe auf die orientalischen Christen im Nahen Osten und im Westen unvermeid... Das ist das Einzige, was du sagen kannst. So ein glattes Wort. Hallo, was lacht du da? Harold, warum du lacken da? Hallo, warum du lacken? Du bist Ex-Muslim? Nein, nicht Ex-Muslim. Ich bin Bambalamba. Zipp. Das ist das Einzige, was du sagen kannst. So ein glattes Wort. Schämt er sich nicht. Ich bin Bambalamba. Ich komme sofort. So. Dr. Schäcki, Schäcki ist wieder da. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Was denkst du? Wie ist dein Problem? Alhamdulillah, wie ist dein Problem? Jezus, Jezus. Jezus, Jezus. Oh, Jezus. Allahueu a-Kber . Jezus, Jezus. Aufhaupt, ich bin Blud a-Autokus. Ich bin Dese- op发 guilty. Ich bin Allah, ich bin Allah, ich bin Allah. Mohammed, Resulallah Wie geht es dir? Wie geht es dir? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Sprich? Sprich Englisch? Deutsch Deutsch Warum spielst du mit Fotos? Wie? Warum spielst du mit Fotos? Warum spielst du mit Fotos? Warum spielst du mit Fotos? Ich bin am Fahren. Ich kann mein Gesicht nicht zeigen. Du siehst du, da bin ich tot. Ja. Du hast deine Religion. Ich habe meine Religion. Wie muss ich respektieren? Ja, aber warum respektiert Allah nicht unsere Glaube? Ja, ich respektiere alle. Weißt du? Alhamdulillah Ich hättu, ich hättu, ich hättu, ich hättu, ich hättu, ich hättu, Mohammed, Resulallah, ich bin Muslim. Und du hast eine Religion, und ich habe eine Religion. Aber warum hat er... Wir müssen uns respektieren. Wir müssen uns respektieren, Bruder. Nein. Ja, warum hat der Mann keinen Respekt gehabt? Ja, bei dem... Also... Warum hat der dein Profit keinen Respekt vor den Juden und Christen gehabt? Nein, ich respektiere alle. Ja, du, aber dein Profit nicht. Wie oft noch? Mann! Ja. Kannst du mal, Bruder, siehst du, haut der dringend ab, der Bauer, ey. Ich habe Respekt vor alle Religionen. Ja, okay, du hast Respekt, aber doch nicht dein Gott und dein Profit erst recht nicht, Mann. Ja, W1-Kurs, genau. Richtig Dönerverkäufer. Döner. Einen Döner. Einen Döner mit... So, hören wir weiter den Doktor Cheikh abwamieren. Die Stimme vom Bruder Rangisten. Die unvermeidliche Folge dieser heiligen Feindseligkeit. Zu Gast ist heute Dr. Wafa Sultan, die sich auf diesem Gebiet spezialisiert hat. Wir werden ihr all diese gewagten Fragen stellen. Herzlich willkommen, Dr. Wafa. Danke dir, Rashid. Und besten Dank an Al-Hayat TV für die Einladung. Der Koran sagt in Sura 2, 120, Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein. Bis du ihrem Glaubensbekenntnis folgst, sicherlich haben sie diese Aussage oftmals gehört. Aufgrund dieses Verses glauben die Muslime, dass der Westen gegen die Verschwörungen schmiedet. Inwiefern beeinflusst diese Denkweise die islamische Welt? Die Frage, die sich heute stellt, lautet, welche Ursachen und Motive stecken hinter der Feindstellung? Ja, ich bin ja multitaskingfähig. Ich habe auch die Stimme der Frau hinterlassen. Ja, natürlich, klar. Ich kann meine Stimme feststellen. Die Muslime behaupten, dass der Islam erst dann kam, als der Götzendienst sich auf der arabischen Halbinsel verbreitet hatte. Nicht nur das. Sie behaupten auch, dass der Islam kam, um die Botschaften des Juden und Christentum zu bestätigen. Dann müsste das so sein. Wenn die Feindschaft mit den Andersgläubigen aufgrund von Glaubensunterschieden bestehen würde, dann dürfte sich die muhammedanische Feindschaft vor allem gegen die Götzendien errichten, da die Tiefe der islamischen Feindschaft von den ideologischen Unterschieden bestimmt ist. Mohammed behauptete, er wäre gekommen, um den jüdischen und christlichen Glauben zu bestätigen. Daraus müsste man schlussfolgern, dass gemeinsame, grundlegende Glaubensprinzipien zwischen diesen drei Religionen bestehen. Es gab vor dem Islam viele Religionen, wie den Hinduismus, den Buddhismus etc. Mohammed aber hat diese Religionen, die für ihn nicht göttlich waren, mit keinem Wort erwähnt. Sein Zorn richtete sich gänzlich nur gegen Juden und Christen. Welche Gründe könnten dahinter stecken? Wenn ich mir diese Frage stelle, komme ich auf eine einzige Antwort, und die lautet, die Juden und Christen in der arabischen Halbinsel hatten die Obermacht, sowie politisch als auch wirtschaftlich. Mohammed sah in ihnen eine Bedrohung seiner neuen Religion und seiner Existenz. Ja, beide Religionen haben seine Botschaft abgelehnt. Nicht nur sie, sondern auch die Götzendiener versuchten ihn auszuschalten. Aber die Feindschaft gegenüber Juden und Christen blieb viel tiefer. Das widerspricht der Behauptung, dass er aktiv wurde, nachdem der Götzendienst auf der arabischen Halbinsel überhand nahm. Nein, nicht deswegen. Er kam und gründete eine Religion, um seine eigenen Interessen zu verfolgen. Die Juden und Christen bildeten eine große Bedrohung gegen seine Interessen, gegen seine Religion und Existenz. Daher resultierte seine feindliche Haltung ihm gegenüber. Was bewirkt das in mir, wenn ich von meiner Kindheit an bis ins Erwachsenenalter den Vers rezitiere? Weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein. Ja genau, wenn du das von klein auf mitten in die Muttermilch bekommst, die Juden und Christen werden erst mit dir zufrieden sein, wenn du ihren Glauben angehörst. Nein, das ist eine Verschwörungstheorie. Du siehst doch, wie viele Christen und Andersgläubige und auch Juden immer Liebe haben für Muslime. Gehirnwäsche, unheimliche Gehirnwäsche. Wenn du einem Kind Hass einpflanzt, wird er wahrscheinlich nie lernen, wie man liebt. Solange es Verse im Koran gibt, die dazu auffordern, die Held der Ungläubigen aufzuschneiden, oder sie mit den eigenen Händen zu peinigen, oder ihre Hände und Füße wechselseitig abzuhacken, oder der Vers, O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an, und solange Menschen da sind, die diese Dinge verherrlichen und in diesen satanischen Versen göttliche Offenbarungen sehen, wird es Teufel auf der Erde geben, die das praktizieren. Ich lese dir die Sura 209 vor. Viele von den Leuten der Schrift, Juden und Christen, möchten euch, nachdem ihr den Glauben, den Islam angenommen habt, wieder zu Ungläubigen machen. Aus Neid in ihren Seelen, nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist. Ich unterstreiche hier das Wort Neid. Beneidet der Westen die Muslime wirklich um ihren Glauben? Angenommen, der Westen würde die Muslime um ihren Islam beneiden, so hätten die Menschen im Westen ohne weiteres den Islam annehmen können. Derjenige, der die anderen beneidet, will ja wie sie sein. Der Islam ist für jeden Menschen da. Wenn einer will, kann er ihn annehmen. Wenn wir diesen Vers aufgrund dieser Definition messen, so kommen wir zu dem Schluss, dass es nur unsinniges Gerede ist. Warum sollte man die Muslime beneiden? Wir alle sehen, was in Syrien und im Irak und in anderen muslimischen... Ihr seid alle nur neidisch, dass ihr nicht zum Islam konvertiert ist, weil ihr alle eigentlich einen Palmen-PNS bekommen würdet. Aber ihr seid nur neidisch. Deswegen konvertiert ihr nicht. Ihr Kuffar, ihr. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie neidisch ihr seid auf den Islam. Ihr wollt keine Frauen vergehen. Ihr wollt nicht kleines Kinder heiraten und so. Ihr seid richtig neidisch auf den Islam. Richtig. Das ist die verquirlte Sichtweise der einen oder anderen. Ländern geschieht. Es macht uns traurig und wir haben Mitleid mit ihnen. Aber wir sind doch nicht neidisch. Wieso sollten wir neidisch sein? Wir neidisch sein. Gestern sah ich Bilder aus Aleppo, die einem das Herz brechen. Eine islamisch gekleidete Frau mit ihren sechs oder sieben Kindern um sich herum weint. Schreit und klagt, dass sie nicht mal Wasser hat, um das islamische Waschritual zu verrichten. Stell dir vor, was diese Dame beschäftigt. Ihre Kinder sind halbnackt, hungrig, schwach. Ihr Gesicht ist voller Leid. Sie aber sucht nach Wasser, um sich vor dem Gebet zu waschen. Was ist das gegen Kinder? Was ist das für ein Gott, der mir meine Mutterschaft nimmt? Er will, dass ich mich um meine Waschungen kümmere, während meine Kinder vor Hunger und Durst sterben. Das ist der Islam. Selbst einer Mutter entzieht er die Mutterschaft. Unglaublich. Wie kann man nur als Frau sich nur in die Nähe des Islams begeben? Das ist für mich unvorstellbar. Wie kann man... Wie kann man... Tötung der eigenen Familienmitglieder wissen? Die Frage, die sich uns stellt, lautet... Ist die Tötung von abtrünnigen Familienangehörigen im Islam verboten oder erlaubt? Töten nur die Islamisten und die Anhänger der IS ihre Verwandte? Taten dies nicht auch diejenigen, die im Islam als Vorbilder und Helden verehrt werden? In dieser Sendung werden wir mehr darüber erfahren. Dieser IS-Anhänger ermordete seine Mutter. Weil sie von ihm verlangte, sich von den Milizen des Islamischen Staates zu trennen. Habe ich euch doch erzählt, dass einer des islamischen Staates seine eigene Mutter und Vater umgelegt hat, weil er nicht wollte, dass es sie... Hey, hör mir mal zu, okay? Guck mal, du machst das mal leichter. Was? Was machst du so viele Filme mit Ex-Mustern und du präsentierst dich? Ja, sei doch froh, dass ich dich ein bisschen aufkläre. Was klärst du denn auf? Ja, über den Islam. Hä? Über den Islam. Klärst du dir irgendwas auf? Was klärst du denn auf? Ja, dass der Islam dir eines Tages deinen Nacken therapiert, weil du so dumm warst, um dich nicht damit auseinanderzusetzen. Ach so, okay, guck mal jetzt, ich guck mal jetzt. Du sagst, du bist Ex-Muslim, oder? Ja. Also warst du früher ein Muslim? Ja. Okay. Was hat dich da hingezogen, dass du jetzt kein Muslim mehr bist? Mohammed wollte meine Frau heiraten in Zure 33 Vers 50. Warte, was, 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 was? Mohammed wollte meine Frau heiraten in Zure 33 Vers 50 und ich musste ihm den geben. Findest du das witzig? Lach ich. Was bist du für ein Landsmann? Iraner bin ich. Du bist Iraner, guck mal, über die Hälfte der Iraner sind nur Moslems. Geh mal in den Iran und sag mal, ich bin ein Ex-Muslim, okay? Sag das mal bitte. Und was passiert dann? Ich weiß ja nicht. Ja, wie, ich weiß ja nicht. Ja, geh da hin und dann wirst du schon sehen, was passiert. Aber ich dachte, deine Religion ist friedlich, so wie du das darstellst. Was? Ich dachte, deine Religion ist friedlich, so wie du die darstellst. Ist doch friedlich. Ich sag doch nichts. Ja, was passiert denn dann, wenn ich zum Beispiel sage... Ja, die werden normal quatschen, wie du redest halt, ne? Ach, die werden dann normal mit mir quatschen, ne? Ja, auch nee. Ist doch normal. Wir sollten einmal die islamischen Schriften an dir und deiner Familie praktisieren, wenn der Islam so friedlich und wundervoll ist. Guck mal, du schießt zu viel... Das ist keine Match-Anfrage, du Gauner. Du schießt zu viel gegen den Islam, das ist nicht gut, was du machst. Man muss aufklären über den Islam, über diese satanische Sekte. Weißt du, weißt du, was du brauchst? Du brauchst so ein 30 cm bei dir rein. Das macht der Allah schon bei dir. Ey, guck mal, du kleiner, nix. Wie redest du denn? Der Allah spricht sich was 32, das macht der bei dir. Wie redest du? Ja, der Allah sagt das. Hab, hab bisschen, hab bisschen benehm, hab bisschen Scharaf, oh Allah, danke. Dann sag das doch zu deinem Gott, der kein Scharaf hat. Nix los, nix los. Ich werde das gesamte Eisen der Erde in Kondite. Nimm deine Zähne raus, du Schwanz tickt doch sportlich. Ja, warum mach ich auf, du kleiner Schwanz tickt doch sportlich. Ja, warum machst du mich denn an, du kleiner Lümmel? Allah sagt das doch. Was sagt der denn? Er sagt, er nimmt das gesamte Eisen der Erde... Du sagst gar nicht, sei ruhig, du. Sei ruhig, du. Er sagt, er nimmt das gesamte Eisen der Erde und daraus wird ein Ring formen und das in den Hinter... Sei ruhig, sei ruhig. Hör auf mich, Mann, du. Auf deinen Besitzer musst du hören. Sei ruhig. Sei ruhig. Sei ruhig, sei ruhig. Sei ruhig. Sehr gut, dass er das Thema aufgemacht hat. Allah hat einen Hund. Sei ruhig. Sei ruhig. Sei ruhig. Sei ruhig. Sei ruhig. 30 cm bei dir rein. 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 Ekelhafter. Ekelhafter. Da soll dies und das soll bei dir rein. Schau dir das mal an. Aber dabei versteht er nicht, dass dann Allah sowas schon macht. Der weitet gerne irgendwelche kleinen ANUS aus. Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, sowie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Ipaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Wir vernommen haben, nicht auf für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Berg fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller standhaftig Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen Gnade. Amen. Amen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und das ist ein normaler Prophet? Und? Wenn Jesus nur ein Prophet ist, dann hat Gott alles durch einen Propheten erschaffen, oder was? Absolut krank. Hallo. Hi, Gott segne dich und deine Familie. Danke. Bitte. Und deine auch. Das kann ich für dich stunden, meine Liebe. Nix, ich wollte fragen, wie es dir geht. Ja, danke. Mir geht es soweit ganz gut. Dank dem Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Ich hoffe, du machst dir Gedanken um deine Ewigkeit, meine Liebe. Ewigkeit? Was? Und deine Ewigkeit. Achso, natürlich. Und du auch? Tschüss, bist du gekommen. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der erstgült den Toten, und er ist das Haupt des Leibes, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen, und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl, was auf Erden als auch, was im Himmel ist. Amen. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Amen. Und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Amen. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide. Und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, Christus aussteht, um sei gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Amen. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, nun aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch und die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermahnt, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Amen. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Amen. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr habt die Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid, in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Amen. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an dem Säden. So lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber Christus das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung, und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten, heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Genau. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Wir haben Freiheit in Christus. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheim fällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes. Finde deine Perfekte. Ah, Werbung. Werbung, Werbung. Kapitel 3. Kapitel 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was druben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was druben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebte. Nun aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude mehr ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Kühte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Amen. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Amen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Ja, Amen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Amen. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Amen. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Amen. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Seid nicht bitter gegen sie. Schnell mal vor, es gibt ein Vers im Koran, wo es heißt, liebt eure Frauen will ich werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn Christus. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Es gilt kein Ansehen der Person. Kapitel 4 Ihr Herrn, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort und das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich rede. Wann wird in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind? Und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Amen. Alles, was mich betrifft, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es bei euch steht, und damit er eure Herzen tröstet, zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf, und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Geniebte. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird, und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paudos Hand, gedenkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. Amen. Wundervoll. Das war der gesamte Kolosserbrief. Erstjohannesbrief, ne? Erstjohannesbrief. Erstjohannesbrief. Kapitel 5. Oh, wir sind schon bei Kapitel 5. Die ist... Kapitel 5. Oh, wir sind schon bei Kapitel 5. Die ist... Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Amen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Ja, genau. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi seines Sohnes weinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Amen. Kapitel 2 Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sündenopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergegen sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in ihm. Hier guckt Breaking News. Hier ist kein Breaking News. Hier ist Dr. Scherabu Amir. Ah, besser. Wir hören ein wenig das Wort Gottes. Was mit euch? Bitte? Wir hören ein wenig das Wort Gottes. Was mit euch? Das ist dieser Abgeordnete. Ist das ein Typ, ey? Hallo Amir. Hallo mein lieber, mein lieber Gott. Dich auch. Amir, ist dieser Christian Prinz, dieser Prophet, Ex-Moslim? Nein, der ist ein Prophet. Was? Der ist ein Prophet. Was? Ach so, okay. Und, äh, Amir? Ja, was ist das? Die Sonniten laden, wie du es von dir hoch, wie du von Hamdi zerstört wirst. Was ist das? Die Sonniten laden, wie du es hoch, wo du von Hamdi zerstört wirst. Du bist nicht so so gegangen, dass du das für Hamdi-Schwester-Vater-Vater-Vater-Vater-Vater-Vater-Vater-Vater-Vater-Vater. Nein, habe ich nicht gesagt. Ha, ha, ekelhafter Typ, ey. Ha, ha, sagt er, dass Allah durch Ali alles erschaffen hat, ist das ein Verrückter, ey. Na, raus mit ihm. Es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen aufgetreten. Ja, genau wie er gehört hat. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Ja, Luger. Das ist der Antichrist. An sie. Der den Vater und den Sohn leugnet. Ja, genau. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Ja. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freudigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Kapitel 3 Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Amen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Möchtest du beim Kauf von Autoteilen Zeit und Geld sparen? Installiere die Autodok-Map. Alle deine Lieblingsmarken in einer Edition an den Pferden. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht sündigen. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Kapitel 4 Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes? Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der in euch größer ist als der in der Welt. Sie sind aus der Welt. Darum reden sie von der Welt und die Welt führt auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, führt auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Gott ist Liebe. Denn Gott ist Liebe. Mein Lieblingsvers aus der Bibel. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir, in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Kapitel 5 Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Amen. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Denn das ist das Zeugnis Gottes, das er von seinem Sohn abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich selbst. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott von seinem Sohn abgelegt hat. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten, und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode. Dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. 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 Man hört einfach durch und man kriegt gar nicht viel mit, dass man den ganzen Johannesbrief gehört hat. Zweiter Johannesbrief. Zweiter Johannesbrief. Das Wort Gottes ist so mächtig, so scharf wie jedes zweischneidige Schwert. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Der zweite Brief des Apostels Johannes. Der älteste an die auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe, und nicht ich allein, sondern auch alle, welche die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird, in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch, von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Es freut mich sehr, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir ein Gebot empfangen haben von dem Vater. Und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nimmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei. Es grüßen dich die Kinder, deiner Schwester, der auserwählte. Amen. Amen. Der Brief des Jakobus. Kapitel 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Standhaftigkeit bewirkt. Die Standhaftigkeit aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. So wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Ja, siehst du, wie der Apostel Jakobus den Mohammed direkt mal verurteilt. Weil ihr kennt ja dieses blöde Argument, wenn die Muslime sagen, wenn wir fragen, warum hat denn Mohammed auf einmal so 10 Frauen gehabt oder 13 Frauen? Da kommt ihr immer mit diesem dämlichen Argument von wegen, ja, der musste sich um sie kümmern und so. Und da sagt der Apostel, hier Jakobus, ihr sollt euch um sie kümmern, aber nicht in so einem fleischlichen, ihr wisst schon, dass diejenige dann auch das mit dir dann vollziehen muss, ne, heftig. Guck mal, wie in jedem, in jedem Brief der Mohammed verurteilt wird, das ist so krass. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, ich freue mich, wenn ihr Kraft dadurch tankt. Ich danke selber auch Kraft dadurch. Kapitel 2 Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen, oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen der über euch ausgerufen worden ist? Ja. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherziger gehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Genau, so sieht es aus. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn der Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Betriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was ist das für ein Glaube? Was würde das helfen? Ja, genau. So ist es auch mit dem Glauben. Was ist das für ein Glaube? Du sagst, dass du Glaube hast, aber du siehst so andere Notleiden vor deinen Augen und dann gehst du an denen vorbei. Ist das ein lebendiger Glaube oder was ist das? Nein, du vollbringst Werke. Ganz automatisch. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben, und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ja. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte. Ja. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Ja. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Amen. Ich komme sofort. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Diesmal kein Erschreckungskommando. Dankeschön. Danke, ihr Lieben. Vielen lieben Dank. Danke für die Geschenke, ihr Lieben. Danke für die Teilung. Danke für die Liken. Das, was in eurer Macht steht, ihr Lieben. Gott segne euch, ihr Wunderfall. Gott segne euch alle. Amen. So, wir wollen wieder weiterhören. Das Wort Gottes, das lebendig ist. Das lebendige Wort Gottes. Einen Moment. Ich war vier Stunden in der Sauna, der ist immer noch online. Nein, ich wurde zwischenzeitlich gesperrt. Einfach. Einfach. Du gehst in die Sauna und ich werde zwischenzeitlich gesperrt. Ich war mit dem kleineren Account live und wurde dort gesperrt. Mal gucken, ob die das genehmigen, dem Widerspruch. Ich brauche Leute, die bei TikTok arbeiten, die das sofort wieder freischalten. Kennt ihr da, Leute? Wir brauchen richtige Connection, ihr Lieben. Wir brauchen Connection, wie bei TikTok. Habt ihr da irgendjemand, der dem Doktor Schäger mal mehr helfen kann? Kennt ihr da jemanden, ihr Lieben? Fuck Trump. Ja, genau. Bruder Trump. Der ist der Bruder, der Donald Trump. mit dem größten Christenmörder der super, 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 super Christenmörder. Der hat natürlich den, der hat natürlich, der ist doppelt wiedergeboren, der Trump. Der ist nicht nur einmal wiedergeboren, der hat zweifache super wiedergeburt. Naja, egal. Lasst euch nicht verführen von solchen Politikern und so. Weiter geht's. ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Lernen Sie Sprachen, indem Sie Filme und... Lernen Sie Sprachen, indem Sie viele, viele andere Sachen tun. Hallo? Hallo? Was ist das denn? Wo bist du denn? Kannst du mal die Kacke ausmachen, Mann, und mit deiner normalen Stimme reden? Kannst du mal dein Bild wegmachen und mit deinem Gesicht mal hier reinkommen? Boah, ich bin da mal an, Mann. Echt? Was ist das für ein Verhalten, ey? Ja, was hast du denn für ein Verhalten? Wie ist das denn? Bist du ein Dämon, oder was? Dämon, was bist du denn dann? Zeig dich doch mal. Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, die Böse. Böse. Jetzt will er auf Böse machen. Ein Lächeln, aber böse. Ein ganz böses Kerlchen ist das. Schöne, Hügelhafte. Wie so ein Teufel, ey. Wie so ein Teufel. Wie so ein Dichter, was ist das denn? Ist das ein Mann? Ich guck noch mal, ey. Das ist doch eine Frau. Ja, Mann, mach mal diesen Blödsinn wegen dieser Kacke, Mann. Was ist das? Da regen die sich auf. Da gehen ihre Dämonen wieder direkt ab. Unbelievable. Ich muss mal tanken, bevor ich stehen. Bleiben, bleib, ihr Lieben. Uno momentos, Paul, verborre. Hans. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Gott segne dich und deine Familie. Komm zu Jesus Christus, der liebt dich. Allah hasst dich. Allah hasst mich? Ja, Allah hasst dich sehr, weil du kein Dschihad machst. Weil ich kein Dschihad mache. Ja, weil der Mohammed hat gesagt, in Sahih Muslim 35, 33, dass du ein Munafir bist. Aber ich bin kein Munafir, aber ich bin auch 33, 35. Du bist das größte Munafir. Nein, bin ich nicht, aber. Ja, ich weiß, in meinen Augen bist du kein Munafir. Du bist ein guter Junge, weil du nicht im Namen Allahs morden gehst. Meinst du aber das? Ja, aber das ist schlimm, im Namen Allahs Dschihad zu machen und die Kuffar zu bekämpfen. Inshallah, wenn Allah es will, dann gehe ich zu meinem Dschihad. Ich freue mich an Gott. Ja, ich hoffe natürlich, dass viele das aufnehmen und dass der Polizei schicken und die da in die Tür eintreten. Bei wem? Bei mir? Ja, bei dir, weil du bist ein sehr, sehr normaler Mensch, der solche Worte sagt. Aber. Man sollte gucken, was sich noch auf deinem Handy und so befindet. Naja, und? Ist doch mein Handy, ist doch mein Leben. Ich mache, was ich will, da, oder? Ja, aber hier in Deutschland kannst du nicht machen, was du willst. Und solche Aussagen werden geahndet. Ja, doch. Na doch, ich kann alles machen, was ich will. Und wann ich will. Ja, dann wird der deutsche Staat dir zeigen, ob du machen kannst, was du willst. Na klar, kann ich machen. Ich kann dir auch zeigen, was du machen kannst. Sie werden für dich Tobasco besorgen. Was? Sie werden für dich Tobasco besorgen, Tobasco. Die werden für mich das machen? Was? Die werden das machen? Ja, die werden Tobasco besorgen und dir dein Dschihad dann geben. Die werden dir sehr, sehr gute Tobasco geben. Nein, ganz bestimmt nicht, nein. Natürlich. Nein. Na, wir geben dir gute Tobasco. Aber warum bist du so ein, warum bist du so ein, warum willst du so ein, warum willst du so ein Dschihadist werden? Wirst du so andere Menschen so umlegen oder was? Ja, wer sonst, meine Oma, natürlich du. Kann sein, kann sein. Ich muss ein bisschen auch nerven. Du weißt mich noch nicht, aber. Ja, ich komme sofort wieder. Du kannst ja ein bisschen deine Religion präsentieren, während die anderen am Aufnehmen sind. Na klar kann ich machen. Auch hier in Deutschland kann ich das machen. Weißt du das? Wo ist der Nachwuchs-Dschihadist hingegangen? Hallo, Nachwuchs-Dschihadi, where are you? Ist jetzt ein Boom Boom Rum gegangen oder was? Boom 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 Boom, der Dschihadi geht in Rum, er springt sich in die Lüfte und danach kriegt er Düfte. Boom Boom Boom, Dschihadi in my Rum. Diese kleinen Dschihadisten, Nachwuchs-Dschihadisten, er springt sich in die Lüfte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz rein gucken, dass ich nicht in die Leute reinfahre. Dr. Scheer, aber mir ist ein bewusst, ein, wie nennt man das? Ein zu vorkommender, auf die anderen achten da Verkehrsteilnehmer. Mit Salami alaikum. Ja, so, wir wollen das Wort Gottes weiterhören. Anstatt Nachwuchs-Dschihadisten. Hat jemand das aufgenommen, was der gesagt hat? Vielleicht kann man den ja ausfindig machen. Das wäre interessant für den Staatsschutz. Kapitel 3 Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Genau. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Ja. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, Sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. Ja. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Heftig, ne? Die Zunge kann sehr viel... Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Amen. Äh, wen meinst du, Sema? Wer, wen meinst du, sieht aus wie ein Hund? Hä? Wen meinst du, sieht aus wie ein Hund? Aber wenn ich ein Muslim wäre und Werbung machen würde für den... So eine Doppelmoralisten sind dann. Weil ich aber hier stehe, Werbung machen für das Wort Gottes. Glauben. Und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Natürlich nicht. Kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wer ist weise und verständlich unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Ja. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden, denen gesät, die Frieden stiften. Amen. Die neueste Wetterfolie. Ja, die Friedfertigen werden das Reich Gottes erben. Gesät, die Frieden stiften. Kapitel 4. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Begierden, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und schafft mit der Welt Feindschaft gegen Gottes? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, Amen, Amen. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Amen. Verleumdet einander nicht, ihr Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet und seinen Bruder richtet, der verleumdet das Gesetz und richtet das Gesetz. Ja, genau. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer nur ist der Gesetzgeber, der die Macht hat zu retten und zu verderben. Das ist Gott. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Ja, genau. Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeitsicht beißt. Das war's. Danach aber verschwindet er. Das war's. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Wenn der Herr will. Wenn der Herr will. Siehst du, wie der Jakobus das Ganze gleichstellt mit Jesus? Wenn der Herr will. Eigentlich heißt es so, Gott will. Und dann sagt er, wenn der Herr will. Und dann meint er, Herr Jesus Christus. Halleluja. Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut. Für denen ist es Sünde. Kapitel 5. Kapitel 5. Wohl an nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist gefault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist. Er schreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Heerscharen zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt, ihn getötet. Er hat euch nicht widerstanden. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt auch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll mit Leid und erbarm. Vor allem aber, meine Brüder, spürt nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ja, Amen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Amen. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Amen. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen solle und betete drei Jahre und sechs Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Amen. Erste Timotheus Brief Erste Matthäus Brief Erste Timotheus Erste Timotheus Der erste Brief des Apostels Paulus an Timotheus Kapitel 1 Paulus Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzesilium der Herrlichkeit des glückdeligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Friefler war. Siehst du, der Apostel Paulus dankt sowohl dem Vater durch Jesus Christus, aber dankt auch dem Herrn direkt. Habt ihr es gehört? Ihr hört nochmal, guckt mal hier. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich... Ich dachte nur, Gott kann uns die Kraft geben. Versteht ihr jetzt? Versteht ihr jetzt, wenn er den Vater unseres Herrn Jesus Christus preist und ihm dankt, aber auch dem Herrn Jesus Christus preist und dankt, weil sie der gleich ewige Gott sind, weder höher noch niedriger oder was auch immer, wie einige das hier so versuchen darzustellen? Ich glaube nicht. Weißt du, wer so fake ist, mein Lieber? Derjenige, der ein sechsjähriges Kind angefasst hat und mit neun Jahren ihre Unschuld genommen hat. Der ist so fake, genau wie du mit deinem Fake-Account. Der ist genauso fake wie du. Genauso fake wie du. Genaro. Assalamu alaikum. Hallo. Was geht? Hallo? Man hört sich nicht so gut. Hörst du mich jetzt besser? Nee, immer noch nicht gut. Hast du Kopfhörer an? Hast du mit deinem Handy oder was? Nee, nee. Ist es jetzt besser oder nochmal Kacke? Nee, man hört dich nicht. Ich gehe raus und nochmal rein. Ich gehe raus und mach dich nicht. Salami alaikum. Salami alaikum. Salami alaikum. Salami mit beiken. Salami mit beiken. Salami mit beiken. Salami mit beiken. So, wir wollen weiter. Amen. Lästerer und Verfolger und Friefler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über allemaßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Amen. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn allein dem wahren Gott Ruhm sei, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie kann es dann sein, dass in Hebräer 13,8 Christus derselbe ist, in Ewigkeit, derselbe, gestern und heute und in aller Ewigkeit. Und dann sagen Leute, Christus ist nicht Gott. Ich habe nur Gelächter übrig. Wie habt ihr denn die Bibel gelesen, Mann? Wie liest ihr überhaupt die Bibel, ey? Die ganze Bibel ist doch von voll, dass der Herr Jesus Christus der allmächtige Gott ist, ey. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und dein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Kapitel 2 Genau. Der Herr Jesus Christus hat die Form eines Menschen angenommen und hat die Brücke zu Gott, dem Vater, aufrechterhalten. Er hat also die Brücke aufrechterhalten, also beziehungsweise die Brücke gezogen, so dass wir Vergebung unserer Schuld haben und mit Gott versöhnt sind. Er selber hat alles in die Hand genommen, hat die Form eines Menschen angenommen und dann hat er die Brücke zwischen uns und Gott, dem Vater, gemacht. Das ist das Zeugnis zur rechten Zeit, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden, im Glauben und in der Wahrheit. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ebenso will ich auch, dass ich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zuchtschmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Aber ich gestatte einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden, durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Finde deine perfekte Werbung. Aber du und deine Werbung hier, ey, das kann doch nicht wahr sein. Kapitel 3 Dankeschön. 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 Und du selber mit ansehen musstest, ich glaube, das ist ja völliger Quatsch, ich kann mich doch gar nicht damit identifizieren. Es bleibt also nur noch Jesus Christus, auch wenn es uns schwerfällt. Was meinst du, wie es mir schwergefallen ist? Wie unangenehm mir das war, das herauszufinden. Aber ich muss dir der Wahrheit ins Auge blicken und sagen, soll ich jetzt weiterhin in einer Lüge leben bleiben oder was? Nein, ich muss zum Glauben kommen. Aber Amir, eine Sache... Ein Tag ist alleine vor Gott stehen und dann soll ich meinen Vater rufen, ey Papa, komm, hilf mir mal. Amir, aber eine Sache. Glaubst du daran, ich sage dir gleich, wieso ich das frage, glaubst du daran, dass es andere Lebewesen gibt oder nur die Menschheit? Nur die Menschheit gibt es. Darunter gibt es auch Engel, die hier hinkommen und die Menschen bewahren vor einiges. Der Herr sagt ja, ich schicke euch Engel, dass sie euch bewahren. Deinetwegen schickt er Engel, um dich zu bewahren. Was meinst du, wie oft wir schon Situationen hatten, wo ein Engel uns bewahrt hat, verstehst du? Durch den Herrn Jesus Christus. Und was meinst du, wieso gibt es das ganze Multiversum? Wofür? Näher ans Telefon, bitte. Ich habe gesagt, was denkst du, wieso gibt es das ganze Multiversum? Ja, der Herr hat das alles erschaffen. Wir können nicht weiter hinblicken. Wir müssen einfach der Bibel vertrauen. Und du siehst, dass der Gott, der dieses Buch offenbart hat, über Raum und Zeit verfügt, Ginawo. Guck dir bitte nochmal das Video an von Professor Werner Gitt. Warum nicht als Wissenschaftler der Bibel vertraue? Er bringt ja mathematisch den Beweis für Gott und die Bibel. Was keiner so mal eben wegerklären kann. Das ist ja das Krasse. Da können die Muslime, Hinduisten, Buddhisten alle staunen, was der Gott der Bibel macht. Und wenn der Gott der Bibel sagt, ihr seid die Schöpfung, die ich hier hervorgebracht habe, dann müssen wir das so akzeptieren. Es gibt natürlich Dämonen, die sich natürlich manifestieren können und dementsprechend hier auf der Erde sich Formen annehmen können. Ja, das können Dämonen, ja. Deswegen sagt ja auch der zweite Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 14, denn für Satan und seine Engel ist es kein Problem, sich als Diener der Gerechtigkeit auszugeben, verstehst du? Sich zu verkleiden. Ja. Hast du das gehört, Ginawo? Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass du zum Glauben kommen musst. Du musst Buße tun. Du musst von Neuem geboren werden und dann Schuld für dich zu bereuen. Amir, ich sag dir ehrlich, das wäre so eine schwere Sache. Du sagst das einfach so, weil... Du musst es auch schon... Das ist... Ich höre, das ist so schwer, das überhaupt zu machen. Weil erstens, ich muss ja überhaupt 100% damit im Klaren sein, dass ich das mache und dass ich weiß, okay, 100% des Christentums ist das Wahre, weißt du? Ja. Und dann, ich kann nicht einfach so... Das geht ja nicht, das ist das Wichtigste, so zu wissen, wer der richtige Gott ist, wer der wahre Gott ist, weißt du? Ja, aber die Beweise hast du, die Beweise hast du zu Genüge bekommen. Du kannst also nicht mehr sagen, ja, ich hab's nicht gesehen oder ich wusste davon nicht. Nein, du wusstest es. Du wusstest, dass Jesus Christus sowohl das schönste Vorbild aller Zeiten ist und der wahrhaftige Gott und sein Werk am Kreuz bestätigt ist. Historisch perfekt überliefert. Da kann kein Muslim hinten herumrütteln, weil das lässt Allah ja aussehen wie den größten Betrüger aller Zeiten. Das weißt du ganz genau. Suche 3 bis 54. Über Arm, wenn du es verstehst, stell dir mal vor, ich komm zu der Wahrheit und sag, okay, Christentum ist das Wahre, ne? Jesus ist das Wahre, nicht Christentum. Äh, Jesus, meinte ich. Ja, ja. Ist das Wahre. Und dann weiß ich, okay, das ist das Wahre, aber weil ich meinen Vater so sehr liebe, muss ich ihn ja irgendwie überreden. Aber ich kann auch nicht, ich will ihn halt nicht enttäuschen. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite muss ich ihm das ja sagen, weil du ja gesagt hast, man muss das offenbaren. Ja genau, du musst das quasi dann offenlegen, aber du kannst deinen Vater durch deinen guten Wandel dafür gewinnen. Denn dein guter Wandel und deine Veränderung in Christus lässt ihn auf jeden Fall auch erstmal grübeln und sagen, wow, was für eine Veränderung mein Sohn durchgemacht hat, verstehst du? Allah, ich rede mit meinem Vater, weil wir sind ja Schiiten, du weißt das. Äh, ich rede mit meinem Vater immer sehr oft über Mutter, weil über dieses Thema habe ich mich sehr informiert und so auseinandergesetzt. Ja, du siehst ja, wie ekelhaft das ist. Musst dir mal vorstellen, der Allah offenbart einfach sowas wie so eine Zeitehe ist. Ist das krank? Du würdest doch niemals akzeptieren, dass ein Muslim zu deiner Mutter oder Schwester, Cousine oder sowas kommt und sagt, ich möchte mit dir eine Zeitehe eingehen. Was ist das für ein Blödsinn, Mann? Ja, hundertprozentig vor allem, aber ich rede so mit denen und wir waren bei so einem älteren Paar, das sind so Hajj. Du weißt, wenn man Hajj macht, also Mekka geht, dann heißen wir Hajj und Hajji. Ja, mein Vater ist auch Hajji. Mein Vater war in Mekka und hat Pilgerfahrt alles gemacht. Ah, ja. Jetzt war ich Aura. Auf jeden Fall, wir waren halt bei so einem Paar und die sind halt gut mit meinem Vater. Dann gehe ich zu denen, wir reden über Mutter und dann sagt er mir, der Hajj sagt mir, ja, guck mal, du musst wissen, dass für die Frauen, für Mutter, wenn die Mutter machen wollen, die müssen drei Monate und zehn Tage warten, damit sie wieder nochmal Mutter machen können. Wie so ein Leihwagen, wie so ein Leihwagen, der erstmal in die Werkstatt geht, der muss überprüft werden auf ihr Herz und Nieren und dann kann sie wieder nach drei Monaten zum nächsten. Das ist so geisteskrank, ey. Das ist so geisteskrank, ey. Was meinst du, wie zerstört die Seele dieser Frau ist, die die ganze Zeit eine Mutter-Ehe mit verschiedenen Männern eingehen muss? Natürlich gibt es die eine oder andere kranke Frau, die das ja so voll als normal sieht, hier und da, eine Mutter-Ehe einzugehen. Aber darunter gibt es auch Frauen, die sowas überhaupt nicht gut finden und gut heißen. Was meinst du, wie viele schiitische Frauen sowas überhaupt nicht gut heißen würden, wenn ihre eigenen Männer sowas tun würden? Weißt du, was das krankeste ist? Komm mal ans Handy, bitte. Ich habe gesagt, ich sage, weißt du, was das krankeste ist? Ich bin da so am reden mit dem und dann sagt er mir so am Ende, ja, du weißt aber auch, man darf Mutter machen, wenn man verheiratet ist und man muss der Frau davon sagen, aber die Frau darf nicht Nein sagen. Ja, die Frau darf nicht Nein sagen, siehst du, die Frau hat überhaupt gar kein Recht im Islam. Was meinst du, was der Frau blüht, wenn zum Beispiel ihre Religion die Oberhand gewinnt? Der Mann, der wird sich ja dann um die Frau kümmern und dann will ich mal eine Frau sehen, die nochmal einmal ihren Mund aufmacht gegenüber ihrem Mann unter der Scharia. Ja, da will ich mal sehen, welches Scharia-Gericht der Frau ihre Rechte gibt. Dann will ich mal sehen, jetzt das, was du siehst, ist ja Taqiyah. Die Frau wird ja hier belogen und betrogen, dass sie Rechte hat und die Frau im Islam wird geehrt, ist alles Schwindel, Lug und Fug. Weil wir sehen in der Realität, wenn zum Beispiel der Islam die Oberhand hat, die Gesetze verändert werden, wie schlimm sich und dramatisch die Lage sich der Frau verändert, verstehst du? Das ist auch damals der Fall gewesen, als Mohammed dort der König des ersten islamischen Staates war und Rifa hier die Prügel von seinem Mann bekommen hat. Und diese Frau zu Aisha sagte, schau dir mal meine Haut an. Und dann sagte Aisha, ihre Haut ist ja grüner als ihre Klamotten. Ich habe noch nie so sehr Frauenleidend sind wie die gläubigen Frauen. Also diese ganze Situation der Frau hat sich so dramatisch verändert und der Mohammed hat ja den Männern die übelsten Rechte über die Frau gegeben. Eine einzige Katastrophe. Aber ich meine irgendwo... Ich habe gesagt, ich meine ja irgendwo auch bei euch steht, die Frau ist dem Mann untergeordnet und die darf zum Beispiel kein Priester werden oder so, weißt du? Ja, unabhängig davon. Das ist ja kein Problem. Eine Frau, die den Herrn Jesus Christus liebt, sie akzeptiert ja die Ordnung innerhalb des Glaubens. Dass der Herr sagt, der Frau erlaube ich nicht zu predigen, noch über den Mann zu herrschen. Das ist auch nicht die Aufgabe einer Frau. Eine Frau hat andere Aufgaben und das heißt nicht, dass sie entehrt wird. Und jetzt stell dir mal vor, es würde eine Stelle in der Bibel geben, die sagt, dass die Frau den Eiter und das Blut aus der Nase des Mannes abschlecken müsste. Was sagt denn, bitte, Mann? Das wäre heftig. Und das sagt Mohammed. Damit hat die Frau dem Mann noch nicht ihre Rechte zuteilgegeben. Sie muss sich niederknien vor dem Mann. Und wenn Eiter und Blut aus ihrer Nase rauskommt, muss sie das abschlecken. Hälf dich! Komm her ans Telefon. Ja, nee, ich hab nur gelacht. Also, ist das zu fassen? Also eine gläubige Frau hat doch überhaupt gar kein Problem damit, in Sanftmut sich unterzuordnen und dem Wort Gottes Glauben zu schenken. Wenn der Herr sagt, in der Gemeinde soll die Frau in der Stille lehren und still sich verhalten, dann macht sie das. Aber das heißt doch nicht, dass sie entehrt wird. Nein, sie ist einfach still, genauso wie wir. Wir sind auch still in der Gemeinde. Dort soll absolute Stille sein erstmal. Du kommst also dahin, um mit Gott eins zu sein. Du kommst zur Gemeinde, mit der Gemeindeversammlung, um dort Gottesdienst abzuhalten und nicht Party zu machen, so wie es einige andere Gemeinden machen. Was sagt denn bitte, Mann? Nein, in aller Stille und in aller Ehrbarkeit vor Gott, unserem Herrn. Aber Amir, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, ey, wenn ich irgendwann mal ein Mädchen kennenlernen will und so, und die auch irgendwann mal heiraten will, dann sage ich gar nicht, ich habe wenig christliche Mädchen gesehen, die sich wirklich so an die Religion halten. Und wenn ich mir denke, okay, ein vernünftiges Mädchen, dann denke ich direkt an die Mädchen mit einem Kopftuch. Weißt du? Was meinst du, wie die Frauen verseucht sind mit diesem Kopftuch? Kennst du ja von... Was man da alles gehört hat. Das ist doch nur ein Stück Stoff auf dem Kopf. Was ist denn mit dem Herzen? Die sind doch genauso Menschen wie alle anderen auch. Das ist ja das Krasse. Von vorne Haram, aber hinten. Entschuldigung, aber was meinst du, was da abgeht in der muslimischen Welt? Die muslimische Ehe ist ja keine Ehe für immer und ewig. Der Muslim kann sich ja nach Lust und Laune erscheinen lassen von seiner Frau und die nächste heiraten. Das ist doch keine Ehe, Mann. Das ist einfach nur ein SEX-Vertrag. Akte-Nikah, Akte-Nikah, nennt man sowas. Sawaj ist die echte Ehe, aber doch nicht Akte-Nikah. Wenn du also Nikah machen gehst, dann heißt das, dass du diese Frau eigentlich nur für SEX benutzt. Du gehst zum Hoca, verheiratest euch, dann seid ihr islamisch verheiratet und könnt miteinander Dschungi-Dschungi machen. Und dann, wenn der Muslim keinen Bock mehr hat, dann sagt der Talach, 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 dann ist die Ehe geschieden. Und weißt du, was das Kranke ist? Wenn der Mann also, wenn die Frau also wieder zurückkehren will zum Mann, weil der Typ einen Fehler gemacht hat, muss diese Frau erstmal einen anderen Mann heiraten, mit diesem Mann Dschungi-Dschungi machen und dann kann sie wieder zurück zu ihrem alten Mann. Ist das abgefahren? Was für eine Regelung. Das ist doch keine Religion mehr, das ist ein Kult. Das hat doch nichts mehr mit Gott zu tun. Genau. Ja. Du kennst das ja, das Prinzip im Islam. Wenn der Mann sich dreimal scheidet, ich weiß nicht, wie das bei den Schiiten ist, aber ihr habt ja sowieso die Zeit in Ehe. Ihr könnt ja von 30 Minuten bis 99 Jahren mit deiner Frau heiraten. Und wenn der Mann viel Geld hat, dann kann er sich so viele Mutter-Ehen leisten, wie er möchte. Das ist krank. Aber Armin, du weißt, du weißt, die Mutter-Ehe, meine Cousins in Libanon, das hat mich verrückt gemacht. Ich war vor ungefähr einem Jahr in Libanon und als ich in Libanon war, haben mir meine Cousins gesagt, ey, komm mal mit. Ich so, wohin? Ja, wir machen immer diese Mutter-Ehe, hast du davon gehört? Ich so, was ist das? Hör zu. Hör zu. Ich sag so, ich sag so, ja, die sagen so, ja, wir machen Mutter-Ehe und so. Ich so, was ist das denn, Bruder? Dann sagt er mir, ja, wir machen, die müssen das und das sagen und die sagen so, ich verheirate dich für eine Nacht für so und so viele Stunden und für einen Dollar oder für einen Chips. Ich schwör auf alles, Armin, hör zu. Wir haben gesagt, meine Cousins, die reden manchmal mit Mädchen und die Mädchen sagen dann, ja, wir verheiraten dich so für drei Stunden und für einen Chips, für eine Chips-Tüte. Heftig. Ja, die Sahaba haben damals, die haben ja, als sie kein Geld hatten und die Leute nicht bezahlen wollten, also die Frauen, haben sie einfach Koran rezitiert und das haben sie denen mitgegeben als Mitgift. Also du machst, du gehst da, machst du mit dir Tiki-Jonghi und dann rezitierst du den Koran und sagst Assalamu alaikum, ciao. Das ist ja sowas, das ist ja Maher. Komm mal ans Telefon. Ich hab gesagt, das ist ja Maher. Hast du gehört, Maher? Nee, ans Telefon. Ich hab gesagt, das ist Maher. Maher ist sowas wie... Maher, ja, ja, ich weiß, natürlich ihre Mitgift, ja, Maher, ja. Genau, genau, das ist das, ja. Wenn schon irgendeinen Koran, was die Frau will, wenn die Frau halt Bock darauf hat, halt jetzt, du weißt schon, von einem Mann so besteigt zu werden, dann sagt sie, ich mach das für einen Dollar oder keine Ahnung wie viel. Ja, 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 das ist heftig. Also ihr macht das dann, den Vertrag dann fertig vor einem Hoja, ne, also ihr setzt dann auch das Datum fest, die Mitgift und alles mögliche und dann ist die Ehe gelaufen. Das ist Hurerei, das ist Prostitution. Da kannst du ja auch zu einem Dings gehen. Wie nennt man Escort-Service? Kennst du Escort-Service? Da kannst du eine Frau mieten bei so einem Escort-Service für eine Woche und die, äh, kannst du dann auch Anspruch erheben hier. Eine anspruchsvolle Frau, die mit dir essen geht, dann auf einmal Jongi, Jongi, mach es, nichts anderes, Mann. Und das kommt von Gott, Escort-Service. Ich hab mir auch gedacht, Armin, bei Mutter, äh, die Bedingungen, du kennst doch die Bedingungen, oder? Kennst du die Bedingungen? Ja, der Mann muss Geld haben, das ist die Bedingung. Nein, 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 es gibt, es gibt Bedingungen, Armin. Die Bedingungen sind, die Frau muss über 18 sein und wenn, hör zu, und wenn sie über 18 ist, muss sie verheiratet sein und geschieden. Ja, ne, dass sie geschieden ist, dass ihr Mann gestorben ist. So, weißt du? Ja, da gibt es auch andere, andere Auslegungen innerhalb des Schiedentums, du hast ja sehr viele Aussagen von Gelehrten, die einen sagen, das ist kein Problem, sich auch, äh, Kinder, sei es von, äh, dauerhaft oder befristet, auch Kinder zu nehmen, ne? Heftig, ne? Nein, aber das sind eher diese, die keiner befolgt, so, aber die Haupt, äh, Dings, Hauptmannschaft, die sagen das, also, die muss auch über 45 sein, wenn die, äh, noch nicht verheiratet war oder so. Du hast dich gestummt, Armin. Ja, warte mal ganz kurz, ich bin aber ein Moment, bitte. Ja, das ist ja das Krankeste, ne, wenn Sonniten reinkommen und dann sagen, ja, Mut, Hammer, Mut, ah, das ist, äh, Dinger, das steht doch auch im Koran über Mut, ah, ihr befolgt doch nicht den Koran, mäßig. Das, das sind diese Leute, guck mal, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber das Ei, beispielsweise, das ist immer so ein Ding, womit ich, äh, die Leute immer konfrontieren, so mäßig, wenn ich die Leute frage, ey, in nem Ei, ich hoffe, das war bei euch auch so, in nem Ei, wo ist er Eiweiß drin? In nem, äh, wo ist mehr Eiweiß drin? Eher in dem Eiweiß oder im Eigelb? Man sagt, die meisten Leute im Eiweiß, ohne Ahnung, wisst ihr? Und die haben sich noch nie informiert, das ist immer so vom Hörensagen und so ist halt der Mensch. Immer nur vom Hörensagen. Ja. Ich bin wieder da. Ja. Amir, was ich meine, ich hab gerade nur gesagt, wegen, äh, Sunniten und so, die, die sich aufregen über Mut, ah, das steht doch eigentlich im Koran, Mut, ah. Ja, natürlich steht das im Koran, ich verstehe die Sunniten überhaupt gar nicht, wenn sie sagen, ihr dreckigen Schier, dass sie sowas praktiziert. Also sagen sie, dass Allah etwas Dreckiges herabgesandt hat, was die Schiiten natürlich dann, äh, dementsprechend praktiziert, weil Gott das herabgesandt hat. Also hat Gott etwas Dreckiges herabgesandt? Das ist die verquirlte Logik des Schiiten, des Sunnis. Haben wir das Problem... Völlig bekloppt! Das Problem ist auch, die wissen, die checken das ja nicht, dass das irgendwie da drin steht. Komm mir ans Telefon, bitte. Ich hab gesagt, die checken das ja gar nicht, die, die sagen einfach nur Sachen vom Hören, sagen, ja, ne, zum Beispiel, Armin, ich weiß nicht, ob du mal gehört hast, es gibt sehr viele Leute, die sagen, in nem Ei gibt's im Eiweiß mehr Proteine als im Eigelb. Und das, äh, das sagen dann die Leute einfach so rum und keiner informiert sich darüber. Und so ist das die entscheidende. Weißt du? Ja, der eine sagst und der andere klappert einfach wieder nach, ohne zu prüfen. Naja, genau, genau, und so ist das. Und dann verbreiten sich irgendwie, und dann kommen die Sunniten, ja, äh, ihr betet Ali an. Obwohl das gar nicht stimmt. Oder zum Beispiel, ähm, oder zum Beispiel das mit Mutter. Das steht doch im Koran, so auf denen. Weißt du? Ja, mit der Mutter-Ehe kommen die Sunniten auch nicht drum herum. Aber wenn sie sich darüber auflegen, dass sie ja Mutter-Ehe praktizieren, so haben sie ja eine andere Ehe, die nennt sich Misjad. Die sogenannte Misjad-Ehe, das ist die Sorglos-Ehe. Die Frau tritt im Rahmen einer bedingten, ähm, hier Heirat, all ihre Rechte ab und der Mann darf sie an ihr vergnügen und ist ihr auch überhaupt nichts schuldig. Also sie muss auch bei ihren Eltern leben bleiben und der Mann kann einfach dahin kommen, sich an ihr bereichern und wieder abhauen. Ist das zu fassen? Das ist die sogenannte Misjad-Ehe. Misjad. Die Sorglos-Ehe. Wie war das? Ich hab das gehört, meine Internetverbindung war weg. Nochmal, was hast du gesagt? Was ist die Misjad-Ehe? Ich hab gesagt, es gibt, bei den Sunniten gibt es eine sogenannte Sorglos-Ehe. Das ist die sogenannte Misjad-Ehe. Da sagt der Allah, also durch den Mohammed, dass die sogenannte Misjad-Ehe eine hundertprozentige, also für die deutschsprachige Übersetzung wäre das die, die Sorglose-Ehe. Die Frau tritt im Rahmen einer zeitlich befristeten Ehe all ihre Rechte ab. Der Mann muss, also der Mann muss sie also nicht mit Nahrung, Kleidung oder gar mit einer Unterkunft versorgen. Und der Mann gibt ihr auch kein Geld. Endet diese Ehe, so wirkt sie wie eine Scheidung. Der Mann verliert hierbei nicht einen Cent. Also ist ja Mutter, kostenloses Mutter. Bei der Mutter-Ehe musst du die Frau wenigstens sogar noch versorgen und alles. Bei der Misjad-Ehe, die die Sunniten haben, ist es noch schlimmer. Ja, heftig. Wahnsinn, ne? Dann gibt es noch die Tages-Ehe, die Reise-Ehe. Ihr habt die Sawaj-Ulfi. Das ist so krank, das ist einfach krank. Was ist das für eine Religion? Das kannst du keinem erzählen, das kannst du keinem erzählen. Siehst du, Ginavo, das ist nicht unsere Religion. Das kann ich niemals in meiner Moral, Ethik und Menschlichkeit vereinbaren. Das ist die Religion des Teufels, eindeutig. Aber Amir, wenn ich, sagen wir mal, zum Christen, äh, zu Jesus kommt, ne? Ähm, hörst du mich gut, ja, ne? Hörst du mich gut, ja. Ja. Äh, und ich das nicht meinem Vater sage und das geheim halte. Was, was ist dann? Ja, du musst es bedenken, dass der Herr sagt, also wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, bei deiner Bekehrung, dann bist du, es wird, es kommt zu nichts anderem, als dass du Jesus Christus aussprechen möchtest, weil der Geist in dir dich drängt. Verstehst du so? Aber mehr genauso, ne? Also ich hab's ja auch nicht geheim gehalten. Ich hab, ich hab die ganzen Leute daran teilhaben lassen. Ja, ist natürlich schwierig, ne? Also dieser Schritt, ne? Ist natürlich, muss man, äh, bedenken. Aber es lohnt sich. Alles zu verlieren, aber Jesus zu gewinnen, lohnt sich auf jeden Fall. Denn du wirst es hundertfältig zurückbekommen. Und damit ist nicht gemeint, dass du hundert Mütter bekommst, hundert Väter, hundert Ecker und sowas. Nein. Du weißt ja, wie die Muslime sagen, ne? Um ihren Dreck für dieses islamische Paradiesseure zu rechtfertigen. Nein. Du wirst also die hundertfältige, ähm, Belohnung dafür bekommen. Also so hundertfache Belohnung. Und nicht hundert Mütter und hundert Väter und hast nicht gesehen. Ja. Kennst du, kennst du von Isam Bayan? Da war doch mal bei Leroy so ein, äh, Gespräch mit so einem Mädchen. Ja, hab ich doch darauf reagiert. Ja, genau, genau. Ex-Muslima vor Isam Bayan. Ja, ja, genau, hab ich auch gesehen. Äh, dieses Mädchen, ich schwör auf alles. Das ist einfach die Schwester von meinem Freund. Und... Ehrlich? Ich schwör auf alles. Wahnsinn. Ja, Shia, ich hab die sofort gemerkt, als ich das Bild von der gesehen hab. Mit dieser grünen, mit dem grünen Banner. Ja, genau, die ist Libanesin auch. Ja, natürlich, ja, die ist Schiite. Ja, ja, heftig. Sein ab Herz oder so. Äh, Fleisch oder so. Sein ab Herz oder Fleisch. Ja, 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 heftig. Äh, auf jeden Fall, als das passiert ist, muss ich vorschein, Armin, in unserer Stadt, weil ich bin ja sehr gut mit ihren Cousins, ne, und ihrem Bruder. Damals gewinnen. Und als das passiert ist, und ihr Bruder, äh, ihr Bruder und ihre Cousins, das sind so, so Hobby-Muslims, so, die sagen ja, Islam ma Islam, aber machen mit Mayban, so, machen dies, machen das, so, weißt du? Und ich war immer so außen, so, ich war immer so der Religiöse, so, von denen. Und als das passiert ist, wer hat sich am meisten aufgeregt, die, ey, Digger, was eine, und dann fing die an zu bleiben. Obwohl, die selber, ich glaube, die selber... Ja, diese Doppel-Moral, ne, diese Doppel-Moral von denen. Ja, und dann haben die, und diese Nachricht, die sie einmal vorgelesen hat, bei so einem Reporter, äh, bei ZDF, da hat sie auch so eine Show, äh, so ein Dings, so ein Beitrag, so, die 20 Minuten oder so, von sich selber. Da hat sie so einen Kommentar gelesen, das war auch so von so einem Kollegen von mir, ihr Cousin war das. Wow. Da kannst du mal sehen. Und das sind die größten Heuchler, ich schwör auf alles. Und deswegen hab ich auch mit denen nicht mehr geredet und so. Wenn die wissen, was ich hier mach, Digger, äh, heftig. Was ist die Erfahrung? Ich hab gesagt, wenn die, äh, die Jungs mich sehen, was ich hier mach, also, dass ich, äh, so mit dem Gedanken spiele, weißt du, dann kommen die als erstes und sagen, Digger, wie und so. Ja, obwohl die selber gar nichts mehr mit dem Islam zu tun haben, ne? Die kommen auch immer zu mir, und bist du noch Halal? Also hast du noch keine alte Gedingst? Oh mein Gott, ey. Ich schwör auf alles. Vor einer Woche ungefähr ist das passiert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Verlasse diese Religion, verlasse diese Sekte und komm zum wahren Glauben, und zwar an den Herrn Jesus Christus. Mein Gott. Ich rate dir das nur, Genaro, du spielst ja die ganze Zeit mit deiner Ewigkeit, ne? Ich weiß, ich weiß, oder es kann immer alles... Weißt du, dass der Herr Jesus Christus deine einzige Chance ist auf Vergebung deiner Schulden, ne? Ja, wir hatten nicht die Möglichkeit, in einer christlichen Familie aufzupacken, wo wir das Wort Gottes hören. Wir mussten also uns hinsetzen und dem Ganzen nachgehen. Und nicht blind einfach unseren Eltern glauben, was die da sagen, dass der Islam die Wahrheit wäre und sowas. Nein, nur weil dein Vater, den du liebst, oder deine Mutter, den du liebst, die ganze Zeit sagen, dass der Islam die Wahrheit ist. Das heißt noch lange nicht, dass es die Wahrheit ist. Stell dir mal vor, deine Eltern wären Satanisten. Würdest du sagen, dass der Satanismus die Wahrheit wäre, nur weil du deine Eltern nicht verletzen willst? Das ist voll krass, Mann. Ja. Nein, wir müssen selbstständig denken und nicht andere von uns denken lassen. Und vor allem, ich sag dir noch immer, ich sag auch mal, hörst du mich gut, ja, ne? Ja, natürlich. Ich sag auch immer, mein Vater, Baba, stell mal vor, du wärst als Christ geboren. Du wärst doch bis jetzt doch immer, hättest gesagt, Christum ist das Wahre. Ja, genau. Ja, so mäßig, ne? Oder wären wir als Hinduisten geboren, auch Hinduismus ist das Wahre. So mäßig. Deswegen muss man sich ja unbedingt über andere Religionen informieren. So. Aber dann sagt der, nein, das ist haram, so sich über andere... Man kann sich, aber man darf nicht zweifeln an der Religion. Man kann sich informieren, aber man darf nicht zweifeln. Mäßig. Ja, klar, aber sobald du dich informierst und auf einmal auf diese ganz speziellen Themen kommst, dann kriegst du natürlich übel zu zweifeln. Dann denkst du, ist das überhaupt die Religion Gott? Was ist das überhaupt für ein Glaube? Wo kommt der Herr? Wer war Mohammed? Und was sind das für Taten, die er getan hat, Mann? Wir können ihm doch gar nicht folgen, Mann. Wenn wir ihn also auf Schritt und Tritt folgen und dir diese ganzen Sachen getan haben. Ja, was soll denn aus uns werden? Und ihr wundert euch, warum es denn den islamischen Staat gibt? Ja, wirst wir doch zurückgehen zu Mohammed und herausfinden ja, warum der islamische Staat in Iran und Syrien so handelt, wie er handelt. Ja, die nehmen sich Mohammed als Vorbild. Ja, genau, das ist das. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, ich schufe auf alles, weil das ist das Wichtigste so. Ja, ich denke, man fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, du brauchst nur einen kleinen Schubser, dann hast du Buße getan und bist zum Glauben an den Herrn gekommen. Aber ich muss auch die gewissen Informationen und so, die Kenntnisse. Ich weiß noch, vor Monaten kamst du zu mir und wir haben darüber geredet und ich habe dich die ganze Zeit aufgeklärt. Und dann hast du natürlich eingesehen und hast natürlich viel dazugelernt und so, hast ja alles aufgeschrieben. Ja, ja. Wir sind alles durchgegangen und so, das war Wahnsinn, ne? Ja. Und heute fehlt nicht mehr viel, ne? Aber das Ding ist halt, ich hatte auch seitdem keine Zeit, weil ich habe ja Abi gemacht und erst mal kurz gestanden, so. Und ja, seitdem hatte ich ja, und jetzt bin ich im Umzug. Ich habe keine Zeit bis jetzt gefunden, so mich richtig damit auseinanderzusetzen, weißt du? Ja, ja. Ja, das ist das Ding. Und so, alleine ist auch sehr, sehr schwer, das immer so, so das alleine zu meistern. Ja, aber du siehst das, dass du immer wieder zurückkommst. Also irgendwas zieht dich immer wieder. Merkst du, dass der Herr dann dich so haben will? Merkst du das, dass der Herr dich immer wieder zieht? Wala, Abi, ich sage dir ehrlich, ne? Obwohl du da beschäftigt bist mit, äh, hier, äh, sagen wir schnell, Abi und so, guck, trotzdem bist du immer noch mit dem Thema dabei. Wahnsinn, ne? Halleluja. Ich sage dir ehrlich, ne? Ich sage dir ehrlich. Komm, nernst du dir vor. Ich habe gesagt, ich sage dir ehrlich, wenn ich wirklich, äh, zum richtigen Glauben finde, dann mit 100%. Weil ich habe bisher nie so richtig, ähm, an der Religion so gehalten. Immer nur so ein bisschen, aber nicht so richtig. Also gebetet, aber nie aus dem Herzen, so weißt du? Ja, 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 klar. Du weißt dich. Ja, dann würde ich wirklich ganz aus Herzen, weil es gibt ja nichts Richtigeres als Gott. Ja, Amen. Genau so sieht es aus. Ja, okay. Ja, okay. Ja, das ist das, Genaro. Also ich wünsche mir von Herzen, dass du auch zum Glauben findest und überwindest, ne? Deine Ängste überwindest, weil ich weiß, du hast ein bisschen Angst und sowas, aber Furcht ist nicht in der Liebe, denn die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Merkt ihr das immer? Ja, ich danke dir, ne? Gott segne dich und deine Familie. Du bist immer wieder willkommen, ne? Ja. Ja, ciao, ciao. Macht's gut, Genaro, ciao. Gut. Ciao. Bietet für Genaro. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Gottes Segen, ihr Wundervollen. Haltet im Moment Jesus Christus fest. Wichtigste. Hallo? 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 Oh, danke schön. Hallo? 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 Oh, hallo. Ja, guten Tag, Herr Schaum. Ich habe eine kleine Frage, Armin. Und zwar, wir Menschen haben ja den freien Willen geschenkt bekommen. Ist das für Engel ebenso? Äh, für Engel? Äh, ja, der Lucifer war derjenige, der mit freiem Willen ausgestanden ist. Nur Lucifer, von den ganzen Engeln? Ja, genau. Und er hat dann eine Schar der Engel verführt, weil er der Meister der Verführung war. Okay, also nur Lucifer hatte die Kraft, den freien Willen, wie wir Menschen zu haben und alle anderen Engel nicht. Wie kommt das? Ja, weil der Herr das so entschieden hat. Also wollte er das so? Oder wollte er den Lucifer testen? Nee, nicht deswegen. Der Lucifer, der hat ja für den Herrn immer, ähm, im Tempel Gottes hat er immer Musik gemacht. Deswegen nennt man auch ihn den Musikengel. Und du siehst ja die Stars, die ihm hier auf der Erde dienen, mit was für einem Symbol sie ihm dienen, ne? Immer mit dem einen Auge und sowas. Hast du das schon mal gemerkt? Mit deinem Bruder Reza, da bin ich schon informiert. Ja, genau. Krass so ist. Aber in solchen Themen kann mein Bruder dich natürlich sehr gut aufklären. Okay. Ja, mir ging es auch eigentlich darum, um die Geschichte, wie der Gabriel mit dem Islam, als er in der Höhle kam und ihm das gepriesen hat, den Islam. Wollte ich fragen, zuvor meinte doch aber Jesus, glaube ich, in der Bibel. Oder Gott selbst, nee, Jesus ist Gott, selbst wenn ein Engel zu euch kommt, mit einer falschen Offenbarung oder das, was ich nicht gepriesen habe, der sei verflucht. Stimmt das? Das ist die Korinther 1,8. Ja, genau. Wenn ihr oder ein Engel im Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündet, der sei verflucht. Und du weißt ja, die frohe Botschaft ist ja die, dass Gott selbst alles in die Hand genommen hat, die auf die Erde kam, um für die Schuld der Menschen zu zahlen. Das ist ja das Evangelium. Und der Mohammed hat eine ganz andere Botschaft, eine ganz andere frohe Botschaft gelehrt. Und zwar, dass du im Dschihad dein Leben geben musst. Und Jesus Christus ist nicht der Sohn Gottes, der ist nicht gekreuzigt worden und so weiter und so fort. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. So, ich bin wieder da. Also jeder Engel hat keinen freien Willen außer Lucifer. Das ist Fakt. Aber Jesus Christus hat nicht den Teufel erschaffen. Wir haben zwei mächtigen Engel. Sie machen das, was der Herr sagt. Und sie müssen das ausführen, weil der Herr diese zwei Engel mit der Botschaft gegeben hat, alles zu tun, was der Herr von ihnen möchte. Der einzige, der mit freiem Willen ausgestatzt war, war Lucifer. Ich verstehe das. Dann wie konnte Lucifer abtrünnige Engel sammeln, um gegen Gott zu herrschen? Weil er der Weiße der Verführung war. Er konnte also eine Schar der Engel verführen und dass sie gegen Gott rebellieren. Du siehst ja, dass er auch Adam und Eva verführen konnte. Obwohl sie überhaupt gar keine Sünde kannten. Nichts kannten erstmal. Die verführerische Technik, die Lucifer drauf hat, hat er auch an den Engeln angewendet. Und das Ganze kannst du ja genau als Beispiel hier auf der Erde nehmen. Denn der Satan verführt ja die gesamte Menschheit. Du siehst ja, wie heftig er ist. Wir sind ja nur ein Spielball in den Händen des Satans. Also diejenigen, die nicht im Glauben sind. Da gebe ich dir vollkommen recht. Nur die Frage ist, wenn man einen freien Willen hat, dann hat man ja die Chance mit oder dagegen zu sein. Und wenn man keinen freien Willen hat, dann muss man dafür sein. Stimmt's? Ja, genau richtig. Dann wie konnte der Lucifer die Engel manipulieren, wenn die auf Gott hören mussten? Das frage ich mich. Ja, das meine ich doch. Seine Verführungskunst hat dazu geführt, dass diese Engel ihm geglaubt haben. Und er hat sie dann alles lang aus dem Himmelreich geschmissen. Ach so. Das war also die Verführung des Lucifers, die diese Engel dann schlussendlich aus dem Paradies getrieben haben. Durch diese Verführungstechnik, die der Lucifer da angewendet hat. Okay. Und ich habe mir jetzt eine Bibel geholt und ich komme nicht damit so gut zurecht. Was meinst du, wo soll ich als erstes aufschlagen? Komplett von Anfang oder von Offenbarung? Du kannst die Evangelien anfangen zu lesen. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dann liest du einfach weiter durch. Ja. Hast du gedacht, dann 2000? Weil viele sagen mir, das Alte Testament würde mich eher verwöhnen. Das ist Historie, Biografie. Ja, das ist das ja. Du kennst dich ja gar nicht aus. Du musst erstmal gucken, was der Herr im Neuen Testament so sagt. Und dann hast du auch bei so einer Studienbibel, hast du dann an der Seite, hast du dann immer mal wieder so Verse, die darauf Bezug nehmen, was der Herr meint im Alten Testament. Nein. Ja. Da kannst du immer nachschlagen. Was wird damit gemeint? Welche Prophezeiung hat sich hier erfüllt? Und so weiter und so fort. Ja. Gut, das weiß ich mal. Ja. Soweit jetzt alles klar? Hä? Du bist ja rausgegangen oder was das? Schlachter 2000 ist die beste Übersetzung, die wir haben. Aus der lese ich und alle anderen Geschwister auch. Schlachter 2000. Jetzt habe ich das gar nicht mitbekommen, der ist rausgegangen. Ich bin hier gerade wieder an so einer Baustelle. Ich muss mich mal ein bisschen hier mal durch die Autos durchschlängeln. Und noch ein Moment. Es ist alles so sehr eng hier. Konzentration ist angesagt. Konzentration. Oh, jetzt habe ich meinen Bruder eingeladen. Wolltest du hoch oder sagen? Ja, Bruder will mich hoch. So, wir hören weiter. Damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Siehst du? Und gleicherweise sollen auch die Diakuten... Habt ihr gerade gesehen? Damit sie nicht in den Fallstricke des Teufels gerät. Wahnsinn, ne? Weil der Teufel immer falsch setzt. Ich sag das gerade sogar noch. Und direkt wird es erwähnt. Das ist doch genial. Wie genial ist das denn bitte? Halleluja. Die Diakone sollen ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielem Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Kapitel 4 Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebranntmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nähert mit den Worten des Heiligen. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Aber achte auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Ja, Amen. Oh, Werbung. Einen älteren Mann fahre nicht hart an. Sondern ermahne ihn wie einen Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese zuerst lernen, am eigenen Haus gottesfürchtig zu handeln und den Eltern Empfangenes zu vergelten, denn das ist gut und angenehm vor Gott. Eine wirkliche und vereinsamte Witwe aber hat ihre Hoffnung auf Gott ständig im Flehen und Gebet Tag und Nacht. Eine Genusssüchtige jedoch ist lebendig tot. Spricht das offen aus, damit sie untadelig sind. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Jüngere Witwen aber weisen ab, denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. So will ich nun das jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben, denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, so soll er sie versorgen und die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen Witwen sorgen kann. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen, die welche sündigen Weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den außerwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens Willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ins Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar, und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Kapitel 6 Wenn man die guten Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung, von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen. Amen. Welch eine Ordnung, ne? Die Bibel, das ist unglaublich. Welch eine Ordnung. 2. Timotheus 2. Timotheus Der zweite Brief des Apostels Paulus an Timotheus Kapitel 1 Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an Timotheus, mein geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir, von Gott dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin. So schäme dich nicht des Zeugnisses des Herrn. Das ist auch sehr bezeichnet für Genavo, wenn du hier drin bist. Du hast das gerade gehört, Genavo. So schäme dich nicht wegen des Zeugnisses des Herrn. Sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe, und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Fügelus und Hermogenes. Der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat, sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag, und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Kapitel 2 Du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, dem Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun, erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebens. Hallo? Hallo? Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Was geht, Amir? Alles klar? Ja, alles super. Dem Herrn Jesus Christus sein Lob und Dankung bei dir. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, mir geht's auch gut. Wer ist denn dieser Rabbil Alameen? Mein Herr, dein Herr, mein Herr, unser beider Herr. Ja, die Bibel sagt, Rabbil Alameen ist der Satan. Aber kein, du machst nur hier Hetze und Lügen verbreiten. Ja, das steht in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4. Lies mal, was in Matthäus Kapitel 26, Vers 9, 3 steht, wenn du mir hier so... Ja, was dann Jesus? Ob dann Jesus ein Gott war oder ein Gottes Sohn? Erzähl mal. Ja, der ist sowohl der Sohn Gottes als auch Gott der Sohn. Das ist das Problem. Hat eine Münze zwei Seiten. Was? Hat eine Münze zwei Seiten und ist dennoch eine Münze... Warte, vergleicht sein Gott mit einer Münze. Nur damit du Gummibärchen das verstehst, verstehst du? Du bist ein Gummibärchen, du bist ein Gummibärchen, du bist ein Christentum kommentiert, weil du Gummibärchen essen wolltest. Mach mir keine Filme jetzt, hier, Amir. Man kennt dich von früher noch, sehr gut. Du hast einen psychischen Knacks, man kennt dich sehr gut. Selbst mit diesem psychischen Knacks habe ich eine ganze Weltreligion auseinandergenommen. Das hat sich verändert. Im Knast bist du ein ganz anderer Mensch gewesen geworden. Ja, kein Problem. Trotzdem habe ich eine ganze Weltreligion auseinandergenommen. Du bist kein Ex-Muslim, mein Guter. Du bist entweder, du bist Jeside oder ein Majus, ein Feueranbeter, kein Muslim. Genau, ein Majus oder Jeside, genau. Das ist das Problem, was wir dann machen. Du bist aus den Geraden, dann bist du entweder vom Schiitentum, die sowieso keine Muslime sind. Das sind keine Muslime. Geh mal zu einem Schiiten, sag mal hier, du bist ein Muslim. Der sagt zu dir, was? Schiiten sind keine Muslime, richtig. Das sage ich auch, ist auch so. Die Schiiten sind eine Gruppierung, eine Sekte, wie es im Christentum auch so gibt, oder? Es gibt ja auch sehr viele Gruppierungen bei euch. Sind Schiiten für dich Muslime? Schiiten sind keine Muslime, nein. 100%. Ja, siehst du? Ich dachte, ich habe dich doch nicht zu interessieren. Du bist ja Christ geworden, also ticktuch Christ. Du bist ja kein Effekt Christ zu Hause. Aber wenn ich zu einem Schiiten gehe, sage ich so, ist es zu mieten, sind deine Brüder, sag ich, nein, das sind gar keine Muslime. Ja, was denn jetzt? Wer ist ein Muslim? Ein Muslim ist, der nach dem Koran, also dem Maßstab nach Koran und nach dem Weg, das vom Propheten geht. Punkt, fertig, das gibt es nicht dazwischen. Also, die Schiiten gehen nicht weg von den Propheten, sie nehmen von der Familie halt. Sie gehen auch den Weg des Propheten. Ja, aber die Familie folgt den Propheten. Die Familie des Propheten, wo ist das Problem? Aber das ist nicht unser Maßstab, verstehst du? Du musst jetzt nicht erklären von den Schiiten. Du bist, guck, du hast sehr viel Ahnung, weil du Schiite gewesen bist. Du bist ja aus dem Iran. Deswegen hast du auch die Ahnung, mein Gott. Ich will dir nur damit sagen, dass sowohl die Schiiten ihre Berechtigung haben, als auch die Sunnis. Und dass dieser ewige Streit, der zwischen euch herrscht. Hätte Mohammed damals einfach einen Nachfolger ausgewählt, da hättet ihr das Problem ja gar nicht. Guck mal, jetzt musst du als Ex-Schia wissen, dass wir keine Ähnlichkeiten haben, dass Muslimen, also wir Sunniten keine Ähnlichkeiten mit den Schiiten haben. Das weißt du zu 100 Prozent. Da gibt es viele andere, da gibt es zigfach viele Sachen, kann man dir aufklären, dass es Unterschiede zwischen uns Muslimen hat, zu den Schiiten. Das weißt du. Zum Beispiel auch, ihr Christen, gibt es auch, wobei euch viele andere Meinungen haben. Zum Beispiel mit den Schweinefleisch. Im Alten Testament ist es verboten. Nein, Bruder, habe ich verstanden? Innerhalb unserer sunnitischen Sekte gibt es ja noch mal zigtausend von Untergruppen. Ja, klar. Sind die Aschadier deine Brüder? In jeder Religion gibt es das doch, oder? Ja, okay, aber sind die Aschadier deine Brüder? Aschadier sind auch nicht meine Brüder. Das sind auch eine Gruppierung neuer Sekte, die viele, viele Jahre entstanden sind. Ja, aber die bilden doch die größte Mehrheit der sunnitischen Muslime. Das sind keine Muslime. Die Aschadier bilden doch die größte sunnitische Gruppierung innerhalb des sunnitischen Glaubens. Du musst mir jetzt nichts aufklären, was ist dein Ziel? Erzähl mal. Ich bin einfach nur hochgekommen, ich wollte mit dir reden über deine Vergangenheit. Du bist ja... Ja, wie war es mein Ziel? Ich würde doch sagen, wer ist denn überhaupt ein Muslim? Du hast mir vorgeworfen, dass ich kein Muslim wäre. Ja, wer ist denn in deinen Augen ein Muslim, Mann? Achso, du bist jetzt noch... Du bist jetzt noch Muslim, oder wie? Also, du sagst ja... Du willst dich ja verteidigen, gerade so, wie es mir rüberkommt. Du bist noch heimlich Muslim, wie APK-Dings wieder gesagt hat. Du bist noch heimlicher. Du bist noch ein heimlicher. Du machst nur diese Filme hier. Jetzt wo du dich nicht mehr einstellst, jetzt wo du dich nicht mehr einverkaufst mit APK. Ich mach Spaß. Ich kann dir den Fettzack auch nicht schlagen, aber der hat sich zerstört. Das ist schon lustig. Der hat dir Mies gegeben, du vor deinem Dings an der Lidl-Fernseher davor. Vor der Lidl-Fernseher. APK hat dir Mies gegeben. Darauf wirken mal, was für ein Nied, warum ich jetzt komme. Ich habe doch gesagt, ich kann den selber nicht leiden. Aber raus mit dir, komm. Ein APK, der sich den Bauch von einem Mann küssen hat. Der hat mich auseinandergenommen. APK ist nix geworden. Das ist schon ein Scheich. Scheich Abdel-Halim B'laoui. Ja, das ist das Problem. Habt ihr das gesehen? Da muss man nur fragen, wer ist denn jetzt ein Muslim von euch? Die Schiiten sind ja total untereinander verstritten. Die Usulis sind nicht vereinbar mit den Achbaris. Innerhalb des sunnitischen Glaubens ist keine einzige Sekte mit der anderen Sekte vereinbar. Und die bekriegen sich alle. Was ist das für eine Unordnung, was ihr da habt? Unglaublich, ey. Ey, Sasa, bitte komm herauf. Mach mich nicht bekloppt. Ich habe keinen Nerv. Da höre ich mir lieber das Wort Gottes an. Da habe ich viel mehr davon. Da brauche ich mich nicht aufzulegen mit Kamilu. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Der Ackers Mann, der sich mit der Arbeit müht, hat den ersten Anspruch an die Früchte. Bedenke die Dinge, die ich sage, und der Herr gebe dir in allem Verständnis. Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium, in dessen Dienst ich Widrigkeiten erdulde, sogar Ketten wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir erdulden, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts Nütze ist als Verwirrung der Zuhörer. Ja, genau. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweilen. Siehst du? Ich soll mit dir nicht weiter diskutieren. Ich soll mir lieber hier das Wort Gottes anhören. Hast du gesehen? Hör nochmal. Bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts Nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen. Als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Oh, Werbung schon wieder. Kann ja nicht wahr sein. Oh, Sasa, der folgt mir jetzt, ne Sasa. Sasa, hör ein wenig das Wort Gottes, mein Bester, komm. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Ja, genau. Ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgespür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und so den Glauben etlicher Leute umstürzt. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, standhaft im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Amen. Kapitel 3 Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Iconium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen, und aus allen hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Kapitel 4 Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadele, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüstenlehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Amen. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Beeile dich bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen, Kresszenz nach Galazien, Titus nach Dalmatien. Nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Karpus liest, bringe mit, wenn du kommst. Auch die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird auch mich von jedem boshaften Berg erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb im Korinth, Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßen dich Eubulus und Pudenz und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Amen. Amen. Das Wort Gottes ist so lebendig, ey. Unglaublich. Wie viel ist dein Auto wert? Kapitel 5 Der erste Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Kapitel 1 Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Amen. Wir wissen ja von Gott geliebte Brüder und eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euret Willen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Kapitel 2 Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unreinen Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Amen. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unsere Seelen, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen, und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Ich komme jetzt sofort wieder bis gleich. So. Gewitter bohrt sich zusammen. Ja, habe ich auch gehört, da bahnt sich Übelstes an. Irgendwas Krasses kommt da auf uns zu. In Hamburg war ja Übelstes Hochwasser, habt ihr es gesehen? Die ganzen Autos standen unter Wasser. War das in Hamburg, ne? Hamburg war das, ne? Für diejenigen, die aus Hamburg kommen, könnt ihr das bestätigen, ne? Also ich habe das nur in den Videos gesehen, ne? Hochwasser Hamburg. Da kamen ja Tonnen von, also Liter, Tonnen von Liter Wasser runter. Heftig. Ich dachte, ich gucke nicht mehr richtig. Das ist Armageddon. Der Herr wird sich bald zeigen, ja. Ja, in Bambek. Bambek. Und die anderen Städte, also die anderen, ähm, Innenstädte von Hamburg waren da nicht von betroffen, oder was? Wahnsinn, wie der Herr bald sein Zorn über diese Welt, ähm, kommen lässt, ne? Frankfurt sieht noch sonnig aus. Ja, ich glaube, Frankfurt ist, bei denen ist immer Sonne. In Frankfurt ist die Sonne immer am Schein. Das ist ganz normal in Frankfurt. Unbelievable, ne? Das ist ganz, ganz normal in Hamburg, äh, in Frankfurt. Frankfurt. Armin hat nur im Gesicht. Ja. Pavlos. Pavlito. Gottes Segen, Bratello. Ja, Gottes Segen, Bratello. Dadasch kann ich dich jetzt nennen, ne? Dadasch. Dadasch, genau, ja. Bratello oder Dadasch? Bratello oder Dadasch. Äh, Armin. Was da schon wieder passiert ist? Das wird eigentlich kaum thematisiert, habe ich so das Gefühl. Vielleicht hat das erst vor kurzem rausgefunden, seit heute so richtig. Was war das, was war das? Da war einer, der hat einen, das ist aber wirklich nur eine Nachricht gelandet, der hat einen, äh, äh, nackentherapiert, einen jungen Mann, der heißt Philippos. Ich glaube, Philippos müsste heißen. Das war ein Süper, der 18 ist und der 2016 hier reingekommen ist in Deutschland. Meinst du das mit dem Griechen jetzt oder was? Ja, der ist Grieche, ja. Ja, wurde nackentherapiert? Ja, der wurde von denen auseinandergenommen und der ist tot. Ja, ja, das, was, das, im Wildbateo in Hausen, genau, der Fall, meinst du? Ja, 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 genau, genau, die Ortschaft, die ist so, ja, richtig. Ja, genau, ja. Äh, der ist, der ist ja nicht mehr am Leben, ne? Und das, und ich merke so gerade so, keiner thematisiert dazu richtig hier. Ich hab das heute angesprochen, ne? Ich glaube, der, Tim Kellner hat das angesprochen, der Irfan, doch, viele haben darüber geredet, doch, doch. Ich hab das kaum hier gemerkt, so, ich hab das erst spät... Ja, ich hab mir hier vor, dass ich mich schreien, man schon wieder ein Syrer. Ja, ein Syrer, ja. Man hört sich nicht, Bruder, seine Verbindung, man hört sich nicht. Syrer-Afghane, Syrer-Afghane, ein Türke fährt einen alten Mann gerade bei einem Autokorso. Für, äh, hier, Dings, EM. So viel. Ist doch nicht mehr normal, was hier langsam abgeht, ne? Bruder, ich bin froh, schwarz, eine Nachricht nach den anderen hier in Deutschland. Das ist ja auch geil, warte mal ab, das wird ja auch brutaler. Und alle rücken weiter in diese Richtung. Ah, genau, guck mal hier, Bruder, da hat einer was reingeschrieben. Er war gläubiger Christ und er hat ja Kreuzkretan gehabt und die haben gesagt, die Vermutung liegt noch, ne? Die haben noch nicht 100%, aber die haben gesagt, die Vermutung war, weil er ein Kreuz getragen hat. Ja, das natürlich kann man vermuten, aber... Das hatten die Nachrichten hier aber jetzt gesagt, ne? Nicht ohne Grund wurde er einfach jetzt sehr gut. Es gibt kein anderer, ähm, Motiv. Es kann nur dieser Motiv sein. Es gibt kein anderer Motiv, der hat den... Der kannte ihn nicht, der hat ihn einfach gesehen und hat ihn einfach getötet. Ja, es hieß ja, dass er sich eingemischt hat in irgendeinen Streit oder was. Er wollte ja schlicht nur, dann ist er da reingeraten. Ja, andere sagen, da war gar nichts und er hat ihn einfach wegen sein Kreuz. Aber was ist jetzt die Wahrheit? Genau, was ist jetzt die Wahrheit? Ja, eine so, die andere so, sagen die Nachrichten. Einer so, der andere so, siehst du. Einer schreibt Pavlos, Zitaten waren 24 Stunden Abständen, jetzt ist der unter 24 Stunden SCV-Courage gezeigt. Ach so, also hat er sich eingemischt. Meinst du? Ja, sag ich doch, der hat sich doch eingemischt und dann gab es diese Rangelei. Und der Syrer hat dann irgendwie ihn mit einem MES-SER dann, äh, ja. Wahnsinn. Ewigkeit. Andere Nachrichten sagen auf einmal, wegen sein Kreuz wurde er Nackentherapiert. Oh, Spaß, was habe ich nachricht? Ich denke mir, hä, okay. Am weißen, warum thematisiert das keiner? Wir waren nicht dabei, das ist das. Wir können also nur das wiedergeben, was die Nachrichten wiedergeben. Wir haben keine Ahnung. Keiner war dabei, es gibt keine, gibt es da Zeugen? Wir müssen abwarten, was der Syrer sagt. Der schweigt noch zum Ganzen, ne? Wurde er gepackt? Ja klar, die haben ihn erwischt. Heftig. Guck mal, Philippus war auch Flüchtlingshelfer, heftig. Ja klar, der ist seit 2018 hier, wurde schon verurteilt wegen Drogendelikte, den Raub und sowas, so heftig. Ja, dieser Typ, der hat 127 Strafdelikte. 127, ich mache keinen Spaß, da stand über 100, ich stelle mir so, hä? Ja, der war Polizei bekannt, der Typ. Ja, Polizei bekannt, 127. Was meinst du, was das wieder für ein gefundenes Fressen auch für die AfD ist? Damit sie auch Recht haben, weil das bringt also nichts, aus den Ländern da diese Leute hinzubringen, aus Irak, Syrien, Afghanistan und so, das ist vorbei. Das Ganze, diese Leute sind mit einer ganz anderen Sichtweise aufgewachsen, da kommen die hin, die kommen nicht klar mit so einer offenen Gesellschaft, die sind, das ist feierabend, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Ja, und dann siehst du auf einmal, wie die jetzt versuchen, Remigration dann in die Wege zu leiten. Ja, Wahnsinn, ne? Alles, was hier so aufgefallen ist und die keinen deutschen Pass haben, raus, müssen dann raus, ne? Wahnsinn. Bruder, ich habe gehört, ja, nicht nur gehört, ich habe es gesehen von Olaf Scholz, der hat einen Gesetzesentwurf gemacht. Jeder, der das in Mannheim befürwortet hat, nur ein Kommentar, like für pro Terrorismus, direkte Abschiebung, ob die das aber umsetzen, weil er kann nur in meinen Kommentaren sehen, die schon so gut machen. Die haben gesagt, wenn er keinen deutschen Pass hat, wird er dann geprüft, ob der zurückgeschickt werden kann. Weißt du, was die CDU gesagt hat? Die hat gesagt, die wollen es sogar noch einfacher machen, weil diese Abschiebung 12.000 Euro kostet, locker, so ein Flug. Da haben die gesagt, wir stecken die einfach in eine Zelle mit vier Wänden, wo kein Fenster nichts ist, bis sie freiwillig abhauen aus dem Land. Was meinst du, wenn du einen Aufruf startest, um Spenden zu sammeln, um die Leute zurückzuführen? Was meinst du, wie viele Millionen von Menschen spenden? Glaub ich. Mit One-Way-Ticket. Du kriegst der erste Klasse, 12.000? Hier, nehmen sie 24, da gibt ja erste Klasse, der soll sich noch ausruhen und dann für immer wegbleiben. So. Die holen den goldenen Flugzeug, dann ist sie weg. Sein letztes Mal kann er noch dann da oben essen, sich bedienen lassen vor der Stewardess und dann war es das für ihn. Einer sagt, seit wann kommt der Flugzeug 12K? Das ist ja was anderes. Der ist alleine im Flugzeug, das ist das. Der muss alles selbst bezahlen. Das ist so privat auch noch. Die gehen ja nicht, die Leute, die abgeschoben werden, gehen nicht in normalen Passagierflugzeug. Passagierflugzeug, nein, die sind in Privatflugzeugen. Ja, von der Bundeswehr oder was, die werden da zurückgeführt. Ja, ja, ganz, ganz heftig. Einer hatte sogar mal berichtet, wie die einen abgeschoben haben, das war ein, so aus solchen Clans. Da haben die den einfach gepackt mit Zackenkopf genommen, auf einmal macht er ein anderes Land auf. Ja, die haben dann gesagt, zitter nicht, du bist nicht richtig in einem anderen Land. Zitter nicht. Zitter nicht. Zitter nicht. Der dachte, der will in so einem LSD-Trip. Das sieht so aus wie meine Heimat. Und der ist auch zitternd. Er sagt, zitter nicht. Ich habe dir doch gesagt, du wirst abgeführt. Aber zitter nicht. Der sagt dann, der hat dann auf einmal Interviews gemacht, ich wurde aus der Seen abgeschoben, das ist eigentlich nicht rechtens. Ein Zacküberkopf hat er beim Kopfack weg. Das ist doch heftig. Einfache Zitterung. Zitterung, Zitterung. Ich habe mal vorher im Ohr flüstert, der dir so mit Zacküberkopf zittern nicht. Was meinst du, was bei den Leuten, bei den Deutschen, wenn sie jeden Tag hören, dass ein Syrer oder ein Iraker oder ein, sag mal schnell, ein Afghane da irgendwas gemacht haben, einen Deutschen angetan haben. Vor kurzem auch wieder haben irgendwelche Syrer, Afghanen auch wieder so einen Jungen so voll gemobbt und kaputt geschlagen und alles Mögliche. Da auch wieder in den Nachrichten gelandet. Haben das aufgenommen. Die waren strafunmündig. Das waren so 13, 14-Jährige so heftig. Ja, ab 13 war strafunmündig, genau. Hey, du bist 14 sogar noch. Ne, ne, ab 14 bist du straffällig. Also ab 14 geht es ab. Achso, okay. Ab 14 geht es. Unter 14 ist man, ja. Kannst du machen, was du willst. Wahnsinn, ne? Unfassbar, was hier alles im Land passiert, Bruder. Ja, da darf man sich nicht wundern, wenn man die, nachdem der Islamische Staat Irak und Syrien erobert hat, dass darunter dann auch der ganze Wahnsinn mit rübergekommen ist. Ja, aber Bruder Amir, der Bruder Reza, der hat schon gesagt, es ist langsam soweit. Wir sind so richtig am Ende von NZ. Das ist ja eh klar, dass wir in der NZ sind, aber so, so richtig am Ende. Ich sage, es nimmt ja alles richtig hier Fahrt auf, was hier langsam abgeht. Mit der ganzen Finsternis. Ja, und du siehst jetzt, selbst in Deutschland, da gibt es keinen Frieden mehr, nichts mehr gefühlt. Stück für Stück geht den Frieden hier kaputt? Heftig, ne? Unglaublich, der sagt auch dann... Der sagt, die Heilige Schrift, sie rufen nach Frieden, aber es wird keinen Frieden geben, ne? Ja, ja, ja. Oder wie war es da, ne? Irgendeinen Satz gab es da, ne? Es gab einen Satz in der Heiligen Schrift, die Bibel, die ist heftig. Matthäus 24 war das, ne? Endzeitrede vom Herrn. Ja, es gibt auch ein Bibelferse. Oh, aber es gibt ja ein Frieden. Kennst du Frieden und Sicherheit, Bruder, Armin? Ja, genau, sie schreien nach Frieden und Sicherheit, aber nein. Das wird so sein am Ende. Am Ende wird so, so steht das in der Bibel. Die werden sagen, so wird das sein, weil der Staat es ist, der es sagt. Die werden sagen, Frieden und Sicherheit, auf Englisch Peace and Security. Und plötzlich wird der jüngste Tag da sein und dann wird es kein Frieden sein. Und dreimal kann man nicht beraten, was bei der NATO steht, Bruder, Armin. Bei der NATO steht ganz fett groß drauf, auf jedem Vertrag, auf ihrer Homepage. Peace and Security. Genau derselbe Vers, also selbe Satz wie in der Bibel. Keine Erinnerung sogar. Wahnsinn. Der gleiche Zitat. Und dazu, damit wollen die sich rüben. Peace and Security. Und weißt du, was krass ist, Bruder, Armin? Ich kenne eine persönlich, ja? Und ich arbeite mit der Person. Und ihr Sohn ist in der NATO. Und die hat mir gesagt, dass ihr Sohn ist, ihr sagte, dass in Deutschland, der hat gesagt, du wirst es sehen, der dritte Weltkrieg wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Er weiß nicht wann, aber er sagt, es wird zu 1000 Prozent kommen und Deutschland wird eine große Rolle mitspielen. Ja, du siehst ja, dass die Partei die Übungen haben, für Russland und so, ne? Ja, genau. Und der hat gesagt, der hat auch von Soldaten auch Übungen gemacht, ne? Weil es der Kriegausbrich gegen Russland, Wahnsinn. Genau, und weißt du, was Putin gemacht hat? Der ist einfach mit Kim Jong-un zu Kim Jong-un gegangen, hat fette Verträge geschrieben. Der hat einfach Verträge geschrieben. Und der aus der NATO hat dann gesagt, ja, das ist darauf gezogen, wenn dann die Einmischung kommt, bei gewissen Sachen nochmal, dann wird auch Korea angreifen. Und dann ist Deutschland auf ganz, weil nur Korea ist ja Atombomben und so weiter, ist ja eine ganz andere Liga nochmal. Russland hat das aber auch, ne? Okay, meine Lieben, ich mach mal jetzt langsam Schluss und guck mal, dass ich eventuell später da nochmal live komme, ja? Ja. Okay. Gottes Segen, Bruder. Ciao. Bis später, ihr Lieben, haltet am Herrn Jesus Christus fest. Macht's gut, ciao, Gottes Segen.